Hey, hier kommen die drei Nasen, superstarke Lava-Nasen, Podcast mit drei Quasselnasen, immer voller Power. Sie sind echt ein super starkes Team, mal Logo, wenn sich das Niveau ganz tief nach unten zieht, unter die Gürtellinie. Wrestling, Gaming, mal ein Gast, unsere drei, die quatschen sich nen Ast. Jeder Kind sieht die drei Nasen, superstarke Podcast-Nasen, monatlich on air mit Christian, du ahnst es nicht. In Sleptau, Mirko und der Weidemann, ist doch Ehrensache. Und wird die Luft mal knapp, diese Nasen-Jus machen niemals schlapp. Hey, hier kommen die drei Nasen, superstarke Lava-Nasen, Podcast mit drei Quasselnasen, immer voller Power. Und niemals wirklich schlau. Drei, zwei, eins. Frohsinn! Was? Frohsinn? Frohsinn! Sagt der Florian Silbereisen auch immer. Ja, Prosit. Wir kommen zum Fest der Frohsinn und gute Laune. Schwupps, wieder bei Praxis, Bülubo. Ey, es geht so schnell. Das waren es 30 Sekunden. Länger auf Osne. Wir sind da. Einmal bei Florian Silbereisen. Ach, der Bahnfahrt der Gefühle, würde ich sagen. Von hui bis hui. Ist alles vorbei. Lässt der Silbereisen sich jetzt eigentlich das Tattoo von der Helene wegmachen? Ich weiß nicht, mit wem wir es dann jetzt zusammen. Vielleicht kann man das ja so morphen irgendwie. Morphen? Oder er muss einfach ein bisschen zunehmen. Dann geht das Gesicht immer weiter auseinander. Und dann sieht es aus wie ein hübscher Mann, oder was? Vielleicht noch Barteltereiten, Tätowien. Ist ja jetzt mit Tine Wittler zusammen, oder was? Schmuppert der Andi Borg auf. War das auf der Schulter? Ja, Schulter war es, glaube ich. Schulter. Oberarm, Schulter und so. Wollen wir uns nicht auch unsere Gesichter hier? Hier kommt der Weidemann. Nein. Der Christian. Okay. Gute Stimmung heute bei den drei Nasen. Bei mir sind beide Oberarme belegt. Was? Das ist auch mein Hauptgrund. Auf dem Linken ist ein wickiger Kopf, das könnte fast der Weidemann mit langen Bart sein. Okay. Mit viel Fantasy. Ich hab hier so einen Leberfleck, also da könnte man auch, aber naja, egal. Du irrer Typ. Ja, man merkt, die Stimmung bei den Drei Nasen kocht wieder über. Wir heißen euch herzlich willkommen. Hallo, liebe Augen. Wir können winken. Ihr könnt uns sehen. Ist das nicht schön? Die zweite Ausgabe mit Kamera. Wunderbar. Und es hat sofort alles geklappt. So vor einer Stunde. Ja, und natürlich auch herzlich willkommen an alle Leute, die das hören. Also, liebe Ohren, schön, dass ihr alle dabei seid. Hier sind die Drei Nasen und ihr seht schon am Titel der Ausgabe die Top Drei Nasen oder die Drei Top Nasen oder wie auch immer dieser Quatsch hier genannt wird. Wir haben heute einiges mit euch vor und zwar nach unserer obligatorischen Freiblubberrunde werden wir heute uns verschiedene spontane Top Drei Listen um die Ohren ballern. Das heißt, die anderen wissen nicht, was auf sie zukommt und sie müssen dann ihre Top Drei dazu finden. Ich bin gespannt, was die anderen beiden sich ausgedacht haben. Ich hab mir Quatsch ausgedacht. Ich hoffe, die anderen beiden auch. Und ja, ich glaube, wir werden heute eine Menge übereinander wieder erfahren. Und das ist ja nun mal der Hauptgrund. Ja, von daher schön, dass ihr alle dabei seid und für die Leute, die das Freiblubber nicht interessiert, klickt in den Timecodes auf den nächsten Part oder lasst es bleiben oder tschüss. Also ihr wisst ja, ihr kennt das Spiel. Ich muss es ja nicht jedes Mal hier erzählen. Ich glaube, so langsam weiß man, wie ein Podcast funktioniert. Man merkt, man merkt. Dienstag ist ja bekannt so als der kleine Diss-Tag. Dienstag ist Diss-Tag. Ich merke so eine leicht aggressive Grundstimmung heute. Alter, meine Bubble-Daw. Ja, das wird ein bisschen ähnlich, ne? Wir können jetzt mal anfangen hier. Ja, die Sterne stehen gut. Vielleicht heute fährt der ein oder andere Nasenkollege aus der Haut. Der Mirko hat viele Nachtschichten Intus. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ob er uns einschläft hier heute, habe ich schon gehört. Ich bin heute der Herr der Augenringe. Der Herr der Augenringe. War das mit Christian? Warum bist du heute so angekratzt? Bei mir ist einfach nur eine Bullenhitze. Seit, ja, seit einem Wochenende. Ekelhaft. Und zwar schon ein Thermometer. Na, jetzt sind 29. Und wir haben, also 29 Grad, das war so vor anderthalb Stunden, wo ich nach Hause gekommen bin. Und da war es um sechs. Alter, ne? Da sind wir jetzt schon bei 32. Muss ja. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, sehr schön. Ja, bei mir wird es auch ganz schön warm. Ich habe mir auch gerade schon den Ventilator hingestellt. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich gut drauf. Ja, von daher. Wenigstens einer, ne? Ja, muss ich auch gerade sagen. Wenigstens einer, ne? Zumindest noch, ne? Ich bin gespannt, wie ihr mir hier wieder die Nerven kostet heute. Ja, ich bin gespannt, was bei euch so passiert ist. Und jetzt können wir da ganz überrascht tun und gucken, wer anfängt, eine kleine Freiblubberei zu machen. Doch, wenn ich trinke jetzt erst mal einen Schluck. Oh, das kann dauern. Dann fängt der Weidemann an. Ja, beim Weidemann ist viel passiert. Er hat getrunken, was er in der Hakekonktasse. Jetzt trinkt der Christian auch. Was ist denn das hier für ein Amateurverein? Ich muss noch mal eben was googeln. Ich muss noch mal eben was googeln hier. Dann fange ich einfach mal an. Ja, gerne. Jetzt bin ich am überlegen, wann war denn unser letzter Podcast? So vor einem Monat? Mäßig. Fünf, sechs Wochen? Irgendwie hilft mir die Info auch nicht weiter, wenn ich jetzt mal so recht überlege. Kurz nach WrestleMania. April. Ja, das Problem ist, was lag denn dazwischen? Männertag und von dem Tag wäre sie auch nicht mehr so viel. Mai. Mai. Ja, Mai. Ich auch Mai. Nee. Das typische Problem, ne? Es ist nicht viel passiert. Das Einzige, was jetzt natürlich richtig toll wird, das ist ja Lockerung immer mehr und jetzt geht's ja los. Man trifft sich mal wieder mit dem einen oder anderen. Bei uns werden auch schon so langsam so Pläne geschmiert, sich mit den Freunden mal wieder zu treffen. Jahreszeit ist ja perfekt, ein Grillerchen zu machen und so. Wird, denke ich mal, eine richtig schöne Zeit dann jetzt werden, so die nächsten Wochen, dass man so seine Liebsten dann mal wieder so um sich hat. Natürlich wird das auch gerne mal wieder ausgenutzt. Grüße gehen an meine Schwester. Kannst du mal Elektrik im Garten machen? Okay. Klar. Ja. Nein. Ja, aber freue ich mich auf jeden Fall sehr auf diese Zeit, die da jetzt kommen möge. Ansonsten, ja, beruflich dasselbe wie immer. Privat ist jetzt ehrlich gesagt auch jetzt nichts übelst krasses passiert. YouTube ging weiter, Twitch ging weiter, meine Nase fängt gerade an zu jucken, macht mich richtig fertig. Als Info für euch, ne? Du hast das auch nicht leicht, Christian. Ich hab's absolut nicht leicht, ne? Übrig, und dann auch mal, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, hier wegen Nase jucken und so, ich habe, Mirko kennt das vielleicht, ähm, wenn man in, das klingt jetzt blöd, Leute, aber das passiert wirklich, wenn man in ein Katzenhaar tritt. Ja, das, das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber, wenn dieses Katzenhaar dann wirklich mit Mach 3 Turbo sich in deine Hornhaut da rein fräst, stehen die so auf dem Boden? Das kann wirklich passieren. Das kann passieren. Und jetzt hab ich das Problem, dass so in meiner Hornhaut am Zeh, dass diese, ich krieg dieses Haar nicht raus. Ich hab da schon selber eine OP jetzt gemacht. Ihr kennt das ja jetzt. Europäische Stahlhaar-Borsten-Katzen, oder? Das ist eine ganz besondere Rasse, Mirko. Nein, und echt, dieses, dieses miese Haar, was dort in meinem Fuß drin steckt, ihr hört oft, das ist wirklich so. Ich hab gerade so ein Bild vor Augen. Normalerweise schubbern sich die Katzen ja immer so an Möbeln, und wenn eure europäische Stahlhaar-Katze sich dann da so am Schrank schubbert und da immer so die Späne wegfliegt. Oh, oh, oh. Macht euch lustig. Ja, ich bin dabei. Ich hab das Problem jetzt in zwei Wochen. Ich hab mit einer Nagelschere meine ganze Hornhaut dort weggesäbelt. Also, eigentlich fehlt bloß noch ein Skalpell. Amputieren, Christian, amputieren. Ey, es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Aber es ist schon ein bisschen besser geworden, weil irgendwann wächst es halt raus, ne? Hornhaut wächst ja immer wieder nach, ne? Ja, leider. Ich glaub, die haben dir in der Zoohandlung einen Rauhardackel als Katze verkauft. Ich hätte es einfach nicht erzählen sollen. Oder die haben so ein paar Augen aufgeklebt. Wir sitzen hier beim Podcast und ihr habt mich verdammt noch mal gefragt, was bei mir so los war. Und das hat mich jetzt so mal so in die letzte Zeit beschäftigt. Dieses beschissene Haar in meinem Fuß. Das macht mich fertig. Da sah doch mal einer bei dir, wär nix los gewesen. Hast du schon mal deine Grindings selbst angehört? Da ist ja wohl richtig wann los. Da drängen sich Leute an der Kasse vor. Ja, aber das passt ja jetzt hier nicht so rein. Das vergisst man ja dann immer wieder, ne? Aber, ja, diese Drängler. Ich hab's eigentlich schon wieder vergessen, weitermal. Ich hab's eigentlich schon wieder vergessen. Diese miese Vordrängeltante, weil man eine Lücke gelassen hat, weil man in Corona-Zeiten ja Abstand hält. Man lässt eine Lücke. Drängelt sich da die Ene. Ich wollt Bitch sagen. Gut, dass du das nicht gesagt hast. Ich hab's aber nicht gesagt. Drängelt die sich da einfach vor? Ditsch dicke Mist. Naja, okay. Was war sonst so los? Hast du das Bild gesehen, was ich dir auf deinen Discord gestellt hab? Ja. Kann ich das hier grad irgendwo zeigen? Die Idee kam doch bestimmt auch mit vom Investor, oder? Das war doch schon wieder so ein Gemeinschaftsprojekt, oder? Nein. Das hab ich ihm erstmal gezeigt. Bevor ich's in den ... Ja, ich share das gleich mal hier. Dann könnt ihr das auch sehen. Ich hab ihm das gezeigt, bevor ich das in deinen Discord reingepackt hab. Das auf jeden Fall. Ich mach das mal gleich für alle sichtbar. Red du erstmal gerne weiter. Ja, ähm, was ich noch ansprechen möchte, weil das für mich wirklich eine tolle Sache ist und ich mich da wirklich drüber gefreut hab, nämlich, dass auf Twitch die tausend Follower erreicht wurden. Oh. Ich freu mich darüber wirklich sehr. Wieder so einer, so ein kleiner Meilenstein und so. Und der Mirko hat's ja auch öfters angesprochen, so im Laberalarm, so dieses, ja, Motivation, was Neues. Und man hat irgendwie wieder so ein Ziel in irgendeiner Form. Und das war einfach so toll zu sehen in letzter Zeit, dass da immer so ein paar Leute dazugekommen sind und dass wir jetzt einfach diesen Meilenstein erreicht haben. Es ist meistens so, dass wenn man so was in einem Video anspricht, dass dann viele wieder De-Foll-Lohn, nennt man das so? Entfolgen? Entfolgen. Ja, Entfolgen. Schweres Wort. Zu abwechselnd mal Deutsch. Genau. Also, das war wirklich auch ein Highlight definitiv jetzt gewesen, seitdem wir uns nicht gesehen haben. Ansonsten, ich hab mir Tennis World Tour 2 geholt für die PlayStation 5. Übelste Rotze. Holt es euch nicht. Ich hab's hier noch liegen. Ich bin, das ist sogar, ich bin ja einer, wenn's Spiel scheiße aufheben und darf's Regal mit weiter schmutzig machen, ne? Ich zeig's mal ganz kurz rein, weil wir haben ja jetzt ne Kamera. Wir haben jetzt ne Kamera. Ich mein, den Dreck hier. Oh, ziemlich Licht hier, ne? Ähm. Und Spiegel verkehrt. Krass. Nein. Also, PS5, fast ein 80er bezahlt. Wir sehen das richtig rum. Ja, ihr seht's, ne? Es heißt Sinnet, ne? Nein, bei uns ist richtig rum. Aber euch ist richtig rum? Krass. Ähm, nee, ein Fofi hab ich, äh, ein 80er hab ich nicht bezahlt, ein Fofi hab ich bezahlt. Äh, Kackspiel. Kackspiel. Ich hab das im Stream gespielt, gänzlich gescheitert. Und ich möchte mich wirklich als einer der letzten noch lebenden Virtua-Tennis-Profis bezeichnen. Und dann so ne Rotze. Also, wie sowas angeboten wird heutzutage, was das Gameplay ... Sieht ja schick aus. Aber Gameplay-mäßig. Wow. Ich hab's dann nach dem Stream noch mal alleine so ein bisschen gespielt, weil manchmal kommt man dann diese erhellenden Momente, wo man denkt, ach, warum bist du da nie drauf gekommen, ne? War nicht. Es ist halt einfach kacke. Es ist halt einfach kacke. Ansonsten, ja, Snow Warner weiter im vollen Gange, ne? Die letzte Phase der Season 1 ist rausgekommen. Ne. Und ja, und vor allem, wisst ihr, was richtig toll ist? Die haben ja jetzt ... Die machen alles richtig dort. Weil Snow Warner hat ja nun mal ne übelst große Fanbase. Und ich möchte an der Stelle mal alle neun Abonnenten bei mir auf dem Kanal begrüßen. Möchte die auch mal kurz ansprechen. Das muss einfach nur daran liegen, dass Snow Warner für die Switch rausgekommen ist. Ich kann's mir nicht anders erklären. Das hat damit was zu tun. Auf jeden Fall, Saber Interactive bringt jetzt nicht einfach einen neuen Teil von Snow Warner, sondern die bringen einfach ne komplette Season 2. einen zweiten Season Pass. Haha, hab ich's auch schon gegönnt. Ja, ich auch. Und vor allem zweimal. Für die Xbox und für die Playstation. Das wär doch nicht nötig gewesen, dass ihr mir jetzt den schenken wollt. So, ich geh mal eben auf unseren Chat und gebe mal das Bild hier rein. Eine Sekunde. So, das müsste jetzt eigentlich klappen. So. Jetzt bin ich gespannt. Da haben wir's. Ja, ich seh nix. Ich seh auch nix. Du musst Bildschirmübertragung machen. Nein, du musst hier auf unseren Nasen-Chat mal klicken. Auf den Sprach-Chat. Ja, aber dann sehen's doch die Zuschauer nicht. Doch, die sehen's gerade. Ach, bei dir. Okay, okay. Alles klar. Okay. Okay. Sehr entspannt. Das ist mein Begehr. Ja. Ich war, ich war etwas fuchtig. Und eigentlich beschreibt's das Bild ganz genau. Ja. Nur ich, wie ich halt da auch beschrieben hab, ich bin halt der Liebe und sprech sowas nicht an. Aber innerlich hab ich dieses Gesicht gezogen. Definitiv. Innerlich hat Krator sie zerfetzt. Ja, ja. Nee, sonst, was so Zocken angeht, wir haben Judgment angefangen im Stream. Was wir auch noch weiterspielen werden auf der PlayStation 5. Und Judgment auf der PlayStation 5 hat schon ganz schön Sprung. Also so optisch jetzt. Sieht wirklich gut aus. Aber riesengroßes Highlight. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt sicher veröffentlicht wird. Riesengroßes Highlight für mich, was jetzt kommt, ist Ratchet & Clank. Ich freu mich sowas von drauf. Eigentlich so ein Titel, wo ich gar nicht so gehypt war. Jetzt hab ich mir aber aus irgendeinem Grund einen Trailer angeguckt. Und so ein bisschen Gameplay dazu. Und hab mir so gedacht, heidemei, sieht das gut aus. Und wenn das dann auch so schön diese Controller-Eigenschaften hier so ein bisschen mit unterstützt, er bin ich dabei. Da freu ich mich richtig drauf. Das hab ich mir bestellt. Gestern. Ja, tatsächlich gestern. Und dann kommt ja, Ende Juni kommt ja noch von Alex the Kid ein Remake. Habt ihr das mitgekriegt? Mhm, bestellt. Für die Savage. Siehst du, sogar bestellt. Sehr gut, sehr gut. Alex the Kid in Miracle World DX. Ja, weide mal, jetzt sieht man dein Gesicht mal. Du weißt es nicht. Doch, ich weiß es. Aber Alex the Kid. Hallo? Ja, was denn? Das war der Vorgänger von Sonic. Der Papa von Sonic. Der hat dann Liebe gemacht mit Frau Sega. Und dann kam Sonic. Ja, genau. Mit der Katze von Christian hier. Mit den Stacheln. Ich glaub ja immer noch, dass Super Mario was mit Alex hatte und dass dann Toad rauskam. Ja, ich weiß nicht. Also Alex the Kid, das ist für mich so wie Wonderboy. Das war halt so nett, aber da mach ich jetzt keinen Luftschwung, wenn da ein neuer Teil rauskommt. Aber wobei, er hat nett gesagt, ne? Du hast über Mythbusters, Christian, was hast du über Mythbusters gesagt? Oh, jetzt geht das los. Jetzt geht das hier schon los bei den Drehenraten. Was hast du da gesagt? Hört auf, meine Videos zu gucken. Nein. Da war halt FAQ gewesen und da war halt, du hast ja selber die Frage gestellt gehabt. Na klar. Wegen hier, ob ich so andere Dokus gucke. Und dann hast du auch Mythbusters mit angesprochen. Und da hab ich dann halt gesagt, dass ich das nicht mag. Sehr schön. Ich mag die Serie wirklich nicht. Naja, ist ja nicht schlimm. Also eigentlich schon. Eigentlich wollen wir beim nächsten Nasentreff einen Mythbusters-Themenabend machen. Aber das wäre cool, wenn man mal so Live-Experimente irgendwie macht. Und da verkleide ich mich als Rakete, oder was? Und lass die Lunte raushängen, oder wie? Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. That's what he said. Hat er nicht gesagt. Leute, ich merke, wir werden albern. Ich hab echt nichts zu erzählen weiter. Also, es ist einfach alles gewesen, wie immer. Ich freue mich aber allerdings wirklich auf diese Mega-Zeit, die jetzt kommt. Ach, und was auch wichtig ist, meine Frau und ich haben die Serie The Handwirt fertig geguckt. Falls es hier irgendjemand interessiert. Kennt er nicht. Wie viele Folgen gibt das denn, oder Staffeln? Sieben. Wahrscheinlich. Sieben Staffeln. Also, bis zur sechsten ist auf Amazon Prime kostenlos. Und die siebte muss man bezahlen. Und pro Staffel sind es schon so zwölf, dreizehn Folgen. Also, man hat schon ein bisschen was zu tun. Worum geht's denn da grundsätzlich? Weil eigentlich suchen wir eine neue Serie. Ah, das ist ja prädestiniert. Das kann ich dir empfehlen. Nimm lieber Storch. Notruf Hafenkante, oder was willst du da schon wieder loswerden? Die drei vom Grill. Notruf Hafenkante. Fand ich auch herrlich. Ach, ich hab da noch eine Story zu erzählen. Okay, nee, aber dann ist wirklich gut. Wo waren wir grad? Ach, wegen The 100. The 100, es geht eigentlich darum, die Menschheit, wie immer, alles kacke. ne, also alles ausgestorben Atomkrieg und alles blöd, ne und dann haben sich die letzten Überbleibsel haben sich halt ins Weltall gerettet so, jetzt denk aber nie gleich oh, Science Fiction endet ein Scheißmist, ne, alles gut da sind die dort im Weltall und die schicken dort zum Gucken zicken die, äh, zicken die schicken die 100 jugendliche Straftäter runter und die sollen dann dort überleben und gucken, ob man auf der Erde wieder leben kann so, dann sind die halt da unten und dann geht das so seinen Gang, natürlich sind da noch so ein paar andere und ja, dann, wenn Menschen und Menschen aufeinandertreffen, was passiert, dann Krieg, natürlich, Party ja, ja, Party und es ist wirklich eine tolle Serie hört sich nicht uninteressant dann muss ich ja schon sagen die andere Story, ganz kurz, ich hab mir ich hab mir, das hab ich auch im Rahmen der Grinding-Videos in meinen Beauty-Days angesprochen ich habe mir eine Entzahnsteinier-Maschine gekauft und sie macht mich wirklich glücklich ich muss es einfach mal so sagen Hättest du da dich mit deiner Katze schmusen können? Und dabei grinsen und die ganze Zeit so Wie funktioniert das denn eine Entzahnsteinier? Ist das so wie so ein Dremel, sowas in der Art? Mit Ultraschall, glaube ich, ne? Was? Mit Ultraschall, glaube ich Ja, mit Ultraschall, genau Und ich hab wirklich gedacht Naja, was soll denn da passieren und so Also erstmal für die, die Angst haben Und so Zahn raus Für die, die Angst haben Ich weiß nicht, wie dieses Gerät das macht Wenn du mit dieser Spitze an dein Zahnfleisch gehst Dann geht die Maschine aus Also du kannst nicht in deinen Zahnstein dort rein Geht nicht Aber wenn Und erst wenn du auf deinem Zahn bist Dann geht das halt so ein bisschen los Wie beim Zahnarzt Und dann gehen halt diese Schleifgeräusche So ein bisschen los Und Ich hab ja wirklich gedacht Ist halt Also ist halt das Problem Ich bin Raucher Und exzessiver Kaffeetrinker Und dann ist es nun mal so Dass ich dann Zähne auch so Verfärben Erst recht so hier drin Hier hinten Das ist richtig ekel Es ist halt echt Zahnarztstimmung hier Und auf jeden Fall Da hab ich dann angefangen Ich hab hier vorne erstmal zum Test gemacht Gemacht, angesetzt Und Ich hab mich sofort geekelt vor mir Weil Das ist so wie Wart ihr schon mal beim Ohren sauber machen lassen Ist jetzt ein anderes Thema wieder Ich weiß nur, was da rauskommt Das ist ja alles nicht so sexy Genau Genau Und so ähnlich war diese Situation Ich hab dann hier angesetzt Und losgelegt Und dann ging sofort was runter Und ich hab so gedacht Oh Und dann hab ich dann hier hinten So meine Problemstelle gemacht Ah Das ist ekelhaft Aber Es funktioniert Es funktioniert Wie kommt man denn an die inneren Zähne Muss man dann Kiefer aushaken Oder kann man das Ding so rumbiegen Nein, du kriegst Du kriegst Du kriegst Ja, der Haken Der ist so ein bisschen gebogen Also so hier Und dann muss ich gegangen Und du kriegst dann auch noch einen Spiegel dazu Wie beim Zahnarzt Und dann hängst du dann so vor Vor deinem Spiegel Damit du in den Spiegel reingucken kannst Wichtig ist dabei nicht atmen Weil sonst beschlägt dieser kleine Spiegel nämlich Und dann hängt Und das Ganze mit Mundschutz natürlich In Corona-Zeiten Und die Frau steht daneben Mit dem Sauger Ja, mit dem Dice So ein Staubsauger Akku-Laufzeit bis zu einer halben Stunde Ferdi Nächste Ausgabe hören wir dann Wie Christian sich den ersten Karies selbst rausgebohrt hat Mit dem Drillen Also ich werd das mal versuchen So ein Mistbuster-Like Ich nehm mal unseren Rasentrimmer Und guck mal Ob ich da nicht das gleiche Ergebnis mit erziele Bestimmt Super Idee Der geht aber nicht aus Wenn du Zahnfleisch gehst Ne, ansonsten Leute Alles beim Alten Mir geht's aber sehr gut Ich bin happy Und Freu mich so Auf Ja, gerade so Zukünftig Jetzt kommen ja ein paar geile Spieletitel raus Freut man sich so Was so in nächster Zeit passiert Und ja Und wir nehmen heute auf Ist doch alles schön Alles schicki Alles schicki Das Leben kann so schön sein Aber hallo Wie ist dein Leben denn so bei dir, Mirko? Schön Okay, also bei mir ist es auch ganz nett Ja gut Also meine erste Top 3 Meine drei Ja, also ich kann auch nicht viel erzählen Außer, dass ich eigentlich echt gute Laune hab Also jetzt, wo Das Wetter schöner geworden ist Das ging ja einher Damit, dass die Inzidenzzahlen bundesweit runtergingen Irgendwie Und das war so richtig so Ach Ne, also komm her Frühling Lass dich umarmen Irgendwie Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt Auch so vor Corona nicht Dann habe ich mir immer so gedacht Ach scheiß Sonne Jetzt wird es wieder warm Und jetzt So richtig Frühlingsgefühle Ne, also ich hing die ganze Zeit Am Bein von meiner Frau Ne, also nicht das mit Frühlingsgefühlen Aber so richtig, dass man gemerkt hat So, ne, mit Vitamin D Ist das glaube ich Ne, oder was kriegt man durch die Sonne D oder B Ich verwechsel das immer Ich glaube Dö Dö Einigen wir uns auf Dö Ne, merkt man so richtig so Ja, es geht einem gut Irgendwie Ne, und alle haben gute Laune Auch auf dem Kranken Im Krankenhaus Irgendwie, ne, wenn ich dann die Leute In der Pathologie gefahren hab Die Leichen haben nochmal gewunken Und so Oh 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 Alle hatten so gute Laune Die Putzfrau hat um den Schrubber rumgetanzt Sunshine Sunshine Reggie Genau Ich glaube Mirko hatte in letzter Zeit So viel Musicals oder sowas geguckt Irgendwie so Wo alle rumgetanzt haben Und gesungen haben Und so Was gibt es heute Brute 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 Ja, aber es kommt mir wirklich so vor Dass Wie vor zwei Wochen die Sonne rauskamen Irgendwie hatten sich auf einmal alle lieb Und Alle sind richtig freundlich unterwegs gewesen War ich schon gar nicht mehr gewohnt Sonst immer so diese ganzen Muffel hinter ihren Masken Ich meine, man sieht ja die Mimik nicht so Oder man sieht mal diese Bud Spencer Augen Und jetzt sieht man auch mal wieder lächelnde Augen Und Ja Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut Ansonsten ist bei mir echt nicht viel los gewesen Ich bin jetzt durchgeimpft auf jeden Fall Zweite Impfung gekriegt Das ist auch ein schönes Gefühl Ja Und ich trainiere fleißig weiter Das macht auch Spaß Irgendwie da fließt im Moment ganz viel von meiner Freizeit rein Wobei ich jetzt mal gucken muss Wenn das so knacke warm wird Hier in meinem Homegym Ja, ob ich das dann weiterhin noch so durchziehen kann Oder ob mein Kreislauf dann irgendwann mal sagte Wow, 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 ne Die sind keine 20 mehr, Herr Kosmos Das lassen Sie mal So wie dein Rücken, ne Habe ich gehört Ja, der Rücken ist aber wieder gut Der ist wieder gut Sehr gut Hoffen wir mal, dass das so bleibt Ähm, ja Ansonsten Könne ich euch eigentlich auch nur erzählen Was ich so gezockt habe Auf YouTube war jetzt in dem Sinne auch nicht viel los Außer, ne Ich hab beim Beim Dennis von The Game Mansion war ich zu Gast Im Walljump-Podcast Das war echt schön Mit dem Dennis mal wieder was zu machen Das letzte Mal war wirklich auch unser Drei-Nasen-Beschnüffeln-Ding, ne Wo ich mit dem Dennis irgendwie Interaktionen hatte Und das war Wisst ihr noch, wann das war? Du hast es erzählt In deinem Lava-Alarm 2007 Ne Ne Da waren wir noch nicht im Start, ne Dezember 2018 war es Ja Da waren wir Zehn Das ist auch schon wieder Drei, vier Jahre fast her, ne Tja Ja Ja, das war auf jeden Fall echt cool Und, ja Ansonsten Was hab ich so gezockt Ähm, ich hab Nier Replicant Das Remake angefangen zu spielen Und bin da jetzt so 20, 25 Stunden drin Macht mir echt Spaß Auch wenn das Missionsdesign teilweise Echt irgendwie von der Playstation 2 sein könnte So, ne Also Gehst du so einen Questgeber, der sagt irgendwie Oh, Hilfe, ich brauch Pilze Du gehst los, flügst Pilze Weil die Pilzen sind natürlich Monster Dann gehst du wieder zu Ich brauch Pilz Ich brauch Pilz Gib mich ein Pilz Gehst du wieder zurück zum Questgeber Hast du hier, ne Und dann, ja Kommt die nächste Mission Aber ansonsten ist das Spiel echt schön Also es hat eine sehr schöne Spielwelt Sehr glaubwürdige, interessante Charaktere Und man ist halt so auf so einer schönen Reise Irgendwie die ganze Zeit Mit so einem schönen Ziel Und Ist ganz spannend zu verfolgen Wie die Charaktere dann so untereinander interagieren Und wie die sich so mit dieser Situation da anfreunden Oder halt auch nicht Und im Hintergrund dudelt die ganze Zeit Diese wunderschöne Musik da von Keiji Okabe Also auch wunderschön Und ja Das macht mir gerade richtig viel Spaß Und sonst Pokémon Snap Ja Ja, richtig Du hast ja Pokémon gespielt Ähm, aber Nier Ist das nicht auch so ein Ding Was man irgendwie fünfmal durchspielen muss Damit man alle Enden gesehen hat Ja Wobei ich mir hab sagen lassen Ähm, um die Enden Ich glaub es gibt Ende A, B, C, D, E Oder irgendwie so Um die Enden dann alle zu spielen Musst du das Spiel nicht komplett nochmal spielen Sondern irgendwie das letzte Drittel dann immer nochmal Oder so Ja, mal gucken Ob ich das mach Hab ich mir eigentlich so vorgenommen Um mal, ne Komplett mitreden zu können Aber ob ich das dann durchziehe Also das Gameplay macht auf jeden Fall auch Spaß Da hat der Platinum Games so ein bisschen mit dran rumgeschraubt Also dieses Äh, Kampfsystem so Das ist eigentlich auch ganz fluppig Und nicht zu überfrachtet und so Aber ob ich da dann Bock hab 50 Stunden Mit zu verbringen Das wird sich zeigen Im Moment sind noch keine Äh, Ermüdungserscheinungen in Sicht Ja, da werd ich auf jeden Fall noch weiterspielen Ja, dann wie gesagt Ich hab zum allerersten Mal Ins Pokémon-Universum reingesnüffelt Und ähm Ja, roch ganz gut Roch nach Enton Das ist eins der wenigen Pokémon, die ich überhaupt kenne Ja, ich kenn gar keine Ich hatte letzt in dieser Digital-Box hatte ich so ein Pokémon-Shirt Und ich hab erst überlegt Ist das einer von Worms oder was ist das? Irgendwie so ein Flammen-Pokémon Wow Ich hab den Namen schon wieder vergessen Hab ich übelst Ärger in den Kommentaren gekriegt Beziehungsweise haben sich alle drüber lustig gemacht Du bist, glaub ich, der Einzige, der Magna Mala oder wie das Viech heißt Glumanda? Glumanda, genau, sag ich doch Magna Mala, genau Magna Mala, mein Feldkirch Ist so eine neue Couchfarbe bei Ikea Ich hab's nicht gemerkt Ich wär jetzt voll dabei gewesen bei Magna Mala Glumanda, ja Magna Mala, Glumanda Alles eine Suche Magna Mala Top 3 Lieblings-Pokémon Und jetzt spontan Magna Mala Grino Zorosso Weiß nicht Weiterentwicklung Und Bingo Bongo fand ich auch ganz toll Ja, ich fand das so lustig in deinem War das auch Laberalarm? Oder war das die Akimbo FM Review? Auf jeden Fall hast du so erzählt Das war, glaub ich, die Review Da hast du irgendwie erzählt Was du schon so alles für Pokémons hast Und dann hab ich mir gedacht Irgendwie ist das voll die interessante Namensgebung Also sehr innovativ, ne? Ich hab dann schon so ein Tannenzapfli Und dann hab ich ein Ein Laubbläserli Und ein Brechreizli Da ist ja so Enton ist ja noch richtig kreativ Denk ich mir dabei Sagen wir mal ein Li hinten Ich hab noch ein Bruce Lili Eine Bruce Lili So ein Kung-Fu-Pokémon Naja Ja, ist halt nicht mein Universum Ja, meins jetzt per se auch nicht Aber ich fand's irgendwie Ich find, manche Viecher Sehen ganz knuddelig aus Irgendwie Ich kann mich da jetzt aber Gefühlt auch nicht irgendwie Dann 100 Stunden mit beschäftigen Mal so eine Fotosafari zu machen Irgendwie Das war ganz nett Wobei ich mir das Gameplay Echt komplett anders vorgestellt hab Muss ich sagen Ich dachte ja wirklich so Hier hast du ein Fotooperat Jetzt hier Open World Ego Perspektive Ab geht da der Hans-Peter Und dann hockst du da In deinem Gebüsch Und wartest drauf Dass da entweder eine schöne Frau Oder ein Pokémon vorbeikommt Und wenn du das Rascheln hörst Im Gebüsch Dann war das eine schöne Frau Und ich bin beschäftigt Ähm, nee Was ist hier schon wieder los? Ich sag's ja Frühlingsgefühle Hast zwei Optionen Foto machen oder rausspringen Und den Trenchcoat aufreißen Bei der Hitze trägt man doch Keinen Trenchcoat Naja, genau Und was sagt die Frau dann? Huch Sieht ja aus wie ein Penis Nur viel kleiner Ich hör immer nur so Sachen Wie nimm die Anaconda weg Oder so Willst du mich oben bringen? Black Mamba Genau Die bläst dann so auf der Flöte Mit so orientalischer Musik Und naja Wir schweifen ab Wir schweifen ab Wir waren bei Pokémon Glauben ich Ein Spiel für Klopfen Bei Magna Mala Bei Magna Mala Und ich im Gebüsch Naja, auf jeden Fall Ist das kein Open-World-Spiel Wo man sich dann ins Gebüsch hocken kann Sondern es ist ein Rail-Shooter Du wirst da in so ein Gefährt reingepropft Irgendwie wie so Freizeitpart Soltau gefühlt Und dann fährst du auf Schienen So deinen Kurs ab Und dann kannst du halt die Touristen fotografieren Hätte ich fast gesagt Also die ganzen Pokémons da auf der Insel Und ist sehr chillig Aber ja, ich weiß auch nicht Also ob ich das jetzt auch so 30, 40 Stunden spiele Bis ich dann wirklich alle 200 Pokémons Irgendwie einmal abgelichtet habe Unwahrscheinlich So für zwischendurch mal ein halbes Stündchen Stündchen Macht das Spaß Aber ja, mir geht dann halt auch keiner ab Wenn ich dann irgendwie sehe Oh, da hinten ist ja Hier Wie heißt er noch? Tukani Kieferzapfli oder sowas Keine Ahnung Oder hier Helmorida Junge, Junge, Junge Ihr macht euch keine Freunde Helmorida Den gab es nur in der blauen Generation Aber auch nur Wenn du einen halben Tag auf dem Kissen gehockt hast Oder was weiß ich Und das fällt mir halt alles an Wissen irgendwie Und deswegen Ist das für mich vielleicht schwer Da so euphorisch irgendwie dabei zu sein Wenn dann da irgendwie was aus dem Dickicht bricht Und ich denke mir einfach Nett Nett Hat Haare Hallo Hat Haare Und die Apun raus Ja, ich muss ja wirklich zugeben Ich habe ja gerade so geschmäht Das war ja alles natürlich nur ein Witz Also man will sich ja hier keine Feinde machen Aber ich habe es mal drauf angelegt Denn grundsätzlich ist es natürlich so Man sieht dieses Spiel Und man hört die ganzen Kritiken Und alle sind ja total begeistert Die Leute von damals Die da auf dem N64 gezockt haben Die sind alle ganz verzückt Und ja, auch so grundsätzlich hört man Dass das einfach Spaß macht irgendwie Das ist einfach zu erlernendes Und vielleicht auch ein tolles Spiel Um, so wie du das machst Einfach mal in dieses Universum reinzugucken Und ich finde die ja teilweise auch ganz schön knuffig Aber ich merke halt immer Bei dieser ganzen großen Begeisterung Bei Pokémon da draußen Oder für Pokémon Merke ich halt, dass ich das total verpasst habe damals Als das so der ganz große Hype war In den 90ern oder so Und von daher, also klar Irgendwie spricht mich das Ding auch an Aber auf der anderen Seite denke ich mir Beim Rail-Shooter Da würde ich dann vielleicht doch lieber House of the Dead spielen oder so Keine Ahnung Und nicht Pokémon Aber ja, grundsätzlich ist ja super easy Auch das Spielprinzip, ne? Na guck mal, vielleicht In so einer 5-4-3-Aktion nehme ich In das Pokémon-Universum mal reinzuschnuppern Ist, glaube ich, das so das perfekte Spiel eigentlich Weil ich nicht weiß, ob ich irgendwie drauf Bock hätte Hier so als Pokémon-Coach Ist man dann sonst ja, glaube ich, ne? Und wenn du die ganzen Viecher dann immer so In diesen Kämpfen gegeneinander antreten lassen musst Und so weiter Und die dann hochfarmen musst Ob mir das nicht irgendwie zu schleppend wäre Und so kannst du halt einfach Bums direkt mal da rein irgendwie, ne? Knippst da so ein paar Viecher Und ja, findest das ganz nett Und ja, dann merkst du halt Ob du es nett findest Oder ob du dir denkst Hö, next Vielleicht so zum Reinschnuppern Gar nicht so blöd Ich warte auf die nächste 5-4-3-Aktion Dann gönnt man sich vielleicht Nimmst du 5-mal Pokémon-Snap Ja, ja, genau Absoluter Gewinn Jo, sonst Ich hab auch ein Tennisspiel gekauft Das ist noch beschissener als deins, Christian Geht das? Das geht, das geht Also ich hab deins nicht gesehen Aber meins muss definitiv schlechter sein Das heißt Grand Slam Tennis Ist auf der Switch rausgekommen Und ich hätte vielleicht skeptisch sein sollen Dass es zum Start mit einem Preis von 4 Euro In die Stores gekommen ist Und dass man da kein Gameplay-Video gesehen hat Sondern nur so Screenshots Und da war so halt einer Der stand da so Rückhand, Vorhand Und ich dachte Tennis, cool Kannst nix falsch machen Doch, Ganze Ich hab das Spiel 2 Minuten angehabt Und dann hab ich's ausgemacht Weil das so scheiße ist Die Animationen sind total bescheuert Und auch vom Timing total schlecht Dann hat der Typ Hat schon lange ausgeholt Oh, ich hab ein Fleck hier Und mit dem anderen Entscheidungs War eine gute Entscheidung Mit dem grauen T-Shirt Da ist noch trocken Sehr schön Soviel zum Thema Ich nehm die Kamera auf Dann holt der aus Jetzt wisst ihr, warum ich auf diese Webcam-Scheißen Keinen Bock hatte Ist total gut Erstmal musste ich wieder hier Drei Stunden Tutorial von Nilsson0815 gucken Bis ich das einigermaßen hingekriegt hab Dass ich hier nicht mit Gelbstich oder total blass sitze Und jetzt Guck mal, wie du da heute siehst Ja Und dabei siehst du heute so gut aus Ja Ja Von der Belichtung her meine ich Von der Belichtung, ja danke Danke für den Moment Ja Immer gerne auf meine Kosten Ja Das war so wunderschön Ich hab mich noch nie über ein Schweißfleck so gefreut Das Lustige war nicht der Schweißfleck Sondern deine Reaktion Hätte er nischt gesagt Wer alle scheiße kann Aber wirklich Fantastisch Großartig Das Tennisspiel ist auf jeden Fall scheiße Wollte ich sagen Okay Aber 4 Euro sind wenigstens Keine 50 Ne das stimmt Aber ich hab mich trotzdem geärgert Was aber ganz gut ist Auf der Switch Das ist bei diesen Super Nintendo Games Bei Nintendo Online mit dabei Dieses Namco Smash Kurt Tennis Oder wie das da heißt Ach das war schon Okay Ich hab nochmal probiert Das ist ganz cool Das kann man echt mal spielen Für ein Stündchen oder so Für ein Stündchen Für ein Stündchen Das andere hab ich ja nicht mal Zwei Minuten ausgehalten Also ich hab bei diesen Bei diesen Nintendo Online Dingern da Wo man die NES Und Super Nintendo Spiele So zocken kann Da hab ich glaube ich Insgesamt keine Stunde gespielt Bei den ganzen Titeln Die da irgendwie drin sind Da sind richtig geile Spiele bei Aber ich will vor allem Die ausprobieren Die ich nicht kenne Und irgendwie halte ich die Alle nicht lange aus Ich hab da mal EDF Dieses Earth Defense Force Ausprobiert Das ist aber auf dem Super Nintendo So ein ganz komischer So ein Shoot M-Up So ein Space Shooter Die kann ich ja eh Immer nur eine Minute Dann hab ich alle fünf Leben verloren Und bin da im Kugelhagel Untergegangen Naja Und das Tennis Hab ich glaube ich auch nicht allzu lange Gemacht Ich bin gerade bei A Link to the Past Hab ich da gerade Am Wickel Auf was switch Im Nachtdienst Ich will es jetzt endlich mal durchspielen So Also ein guter Plan Ja sonst gibt es bei mir Eigentlich Nichts zu erzählen Geguckt Ich guck gerade NBA Ich weiß nicht Gibt es wahrscheinlich nicht viele Die das hier interessiert Hab mit den Dallas Mavericks Mitgefiebert Die sind jetzt nach sieben Spielen Rausgeflogen Ganz knapp Und werde jetzt dann noch Weiter schön reingucken Boah ansonsten guck ich hier Wie gewohnt Ganz viel alten Crap Mit denen ich euch jetzt Ja auch nicht langweilen will Auf Achse Wobei ich hab Ich weiß nicht Ob es hier Krimi Fans gibt Ich hab einen schönen Neuen Krimi Mit Bjarne Medel gesehen Hab ich auch in meinem Laberalarm drüber erzählt Sörensen hat Angst Wenn man Bjarne Medel hört Der ist ja Tatortreiniger gewesen Oder der Ernie hier aus Stromberg Denkt man ja immer so an Komödie Und Klamauk und so Und er spielt da halt so einen Polizisten Der so von Neurosen Und Angststörungen geplagt ist Und man denkt dann auch Oh das ist bestimmt mega witzig Es ist ganz So Angststörungen sind voll witzig Sollte jeder mal mitgemacht haben So Depressionen und so alles super Ja ja das ist total cool Ne aber wie er das dann so verarbeitet Oder so ne Aber man schmunzelt an der einen Oder anderen Stelle so ein bisschen Das ist ein bisschen sarkastisch Und so viel Sand Aber es ist eine knallharte Geschichte Dann am Ende Mit einem richtig fiesen Thema Auf jeden Fall Wo ich dann nachher echt so saß Und mir so dachte Puh okay Hätte ich jetzt nicht erwartet Aber ich fand den Film mega gut Der ist gerade bei Netflix auch dabei Der kam 2021 auf der ARD Oder im Ersten besser gesagt Und ja Netflix und Mediathek ARD könnte ich mir vorstellen Findet man den auch Und Empfehlungen von mir Also fand ich echt cool Ja meine Frau mag den auch total gerne Also das werden wir bestimmt Auch mal bald gucken Das hört sich gut an Und vielleicht noch eine Serie Weil ihr vorhin auch drüber gesprochen habt Die ist auch gar nicht so alt Könnte jetzt schon mein TV-Highlight des Jahres sein Vielleicht das wird schwer Da noch drüber zu kommen Das ist eine Serie Die ist aus 2019 Und zwar ist das Der Pass Das ist auch eine deutsche Serie Von Sky produziert Da geht es um einen Krampus-Killer Das ist so ein Ritualmörder Irgendwie Der irgendwie so Weltverbesserungsmäßig Irgendwie immer Leute umbringt Und damit eine Botschaft senden will Und ganz komisch irgendwie Und der Mord ist An der deutsch-österreichischen Grenze Und dann müssen sich da Ein österreichischer Ermittler Gideon Weiss heißt der Und eine deutsche Ermittlerin Deren Namen habe ich jetzt Gerade nicht parat Die müssen sich dann so Kurz schließen Um diesen Fall zu lösen Und es ist richtig smart Eine richtig smarte Miniserie Die geht glaube ich Acht Folgen Eine Folge eine Stunde Und das ist richtig clever Und was mir auch Richtig gut gefällt Da sind keinerlei Schockeffekte oder so dabei Dass manche Serien Die ergötzen sich ja dann Immer da drin So ein expliziter Gewaltdarstellung irgendwie Wo ich dann immer so Vorm Fernseher sitze Und Da bin ich ja eine ziemliche Pussy Und da konnte ich auf jeden Fall Ganz entspannt gucken Aber so von der Psyche her Und so war das auf jeden Fall Trotzdem ganz schön Ganz schön krass Auch wenn man hier Eine Täter-Sicht noch dazu kriegt Über mehrere Folgen Dann auch mal so zu gucken Wie agiert der so Was denkt er sich dabei Wie tickt der so Und ist mega smart geschrieben Richtig clever Und dieser Gideon Weiss Dieser österreichische Ermittler Ist jetzt schon instant So einer meiner liebsten TV-Charaktere aller Zeiten geworden Und auch das sonst Eine absolute Empfehlung So jetzt bin ich Aber dann wirklich mal fertig Ja Ja Finden noch das beide Menschen Ja Ja Ich überlege gerade so Also grundsätzlich Am meisten beschäftigt uns So in diesen Zeiten Natürlich Ihr habt es ja schon angesprochen So viel läuft ja irgendwie nicht Da beschäftigt uns natürlich Am meisten so natürlich Unsere Kleine Und da ist uns letztens mal aufgefallen Ach du meine Güte Die Kleine ist jetzt schon Sechs Monate alt Die ist jetzt ein halbes Jahr Schon bei uns Und das ist auch halt echt irre Wenn man mal so Das ist ja im Endeffekt Eine tägliche Entwicklung Die man da beobachtet Bei so einem kleinen Kind Weil man es ja irgendwie Rund um die Uhr um sich hat Aber wenn man einfach mal So einen Schritt zurück nimmt Und dann guckt Boah was Was konnte die damals Als sie so frisch auf der Welt war Und was kann die jetzt alles schon Das ist schon echt irre Also die rollt jetzt schon So quer durch die Bude Also krabbeln kann sie noch nicht Aber sie rollt sich jetzt schon Immer so Manchmal um die eigene Achse Und manchmal hin und wieder zurück Und ja Macht so die ersten Anstalten Dass sie irgendwo hin will Wo sie noch nicht hinkommt Also ich denke mal Mit dem Krabbeln dauert das Nicht mehr so lange Und es ist jetzt das erste Zähnchen da Und das sieht ja einfach so geil aus Das erste Vor allem unten Das erste Also es guckt aktuell Noch nicht komplett raus Aber also Die ganze Breite ist schon da Aber es muss noch so ein bisschen In die Höhe rauswachsen Hat sie denn gefiebert Wo sie den Zahn gekriegt hat Oder war das alles easy Nee gefiebert Gott sei Dank gar nicht Und das war relativ easy Also wir haben nur Ich glaube sogar monatelang gedacht Oh das Zähnchen ist auf dem Weg Weil sie hat manchmal so ein bisschen So ein weinerlichen gehabt Und wenn sie irgendwo drauf rumgenagt hat Oder so Also sie hat schon vor Ein, zwei Monaten angefangen Auf allem rumzukauen Und dann haben wir ihr halt so ein paar Ja so ein paar Speiswerkzeuge Oder so Kauwurzeln und sowas gekauft Und da hat sie auch alles dankend angenommen Und wir dachten eigentlich schon vor zwei Monaten Dass der erste Zahn kommt Aber das dauert halt gerade beim ersten Zahn wohl relativ lange Ja und jetzt Letzte oder vorletzte Woche Ist er wirklich durchgekommen Und es war immer nur so ein, zwei Tage Wo es mal so ein bisschen knötteriger war als sonst Aber nö Das war relativ unkompliziert Gott sei Dank Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht Ich glaube im ersten Jahr kommen sechs Zähne oder so Also jetzt die nächsten sechs Monate Kommt noch einiges Wollen wir hoffen, dass es so weiterläuft Und ja Das ist irgendwie Also verzaubert uns natürlich jeden Tag aufs Neue Aber es gibt natürlich auch viele Sachen Ja die ganz anders laufen als man sich das vorher so gedacht hat Jetzt ist das erste halbe Jahr rum Und so im Vorfeld hast du dir so gedacht Ja mit einem halben Jahr Da kann die mal hier in ihr eigenes Zimmer Und Babybett steht ja schon hier Aber Also da ist noch gar nicht dran zu denken Die jetzt mal so in ihr eigenes Zimmer auszuquartieren Also die will aktuell nicht die Flasche nehmen Die will aktuell Kann die mit einem Schnuller nichts anfangen Also die kann eigentlich nur mit Mamas Brust So richtig warm werden Und Also es ist schon so, dass sie auch mittags Jetzt mal so ein bisschen was an festerer Nahrung bekommt Also sie mümmelt sehr gerne mal So einen Streifen Kürbis Oder heute hat sie eine Süßkartoffelpommes gekriegt Also ungewürzt natürlich Aber eine Süßkartoffelstreifen Wichtig bei ihr auch immer Sie muss das selbst machen Also jetzt einfach mit einem Löffel Brei in den Mund Will sie nicht Sondern sie muss immer selbst machen Und weil sie mit dem Löffel noch nicht Ja, also Das ist unglaublich Das ist halt so eine Selbstmacherin Und Du kannst ihr aber keinen Löffel in die Hand geben Und eine Schüssel Brei reichen Weil der fliegt natürlich überall hin Nur nicht in den Mund Aber Wenn du ihr so ein Stück Was in die Hand gibst Das Versteht sie irgendwie Dass sie das in den Mund stecken muss Wahrscheinlich hat sie es oft genug Bei mir gesehen Und Ja Gibt Sachen, die mag sie gar nicht Und es gibt Sachen, die mag sie Aber sie ist aktuell noch so kleine Portionen Dass Das da noch nicht an Abstillen Oder sowas zu denken ist Und das sind einfach Sachen Die haben wir uns natürlich vor der Geburt Irgendwie ein bisschen Oder so in den ersten Monaten Anders gedacht Als das jetzt so kommt Ja und das sind so Sachen Da reflektiert man halt mal so ein bisschen Du hast vielleicht früher Bei irgendwelchen Freunden Oder so gesagt Ja was stellen die sich denn so an Was stillen denn ihre Töchterchen Noch mit einem Jahr oder so Und Man merkt einfach Ja Kommt halt anders Als man vielleicht denkt Oder man muss halt mit Situationen dann Spontan Umzugehen lernen Und man lernt auch Jeden Tag selbst wieder irgendwas Von diesem kleinen Wesen Das ist schon echt irre Ist auch wichtig Dass man die Kinder Wirklich auch immer In ihrem eigenen Tempo Sich entwickeln lässt Und dass man da nicht zu sehr Von irgendwelchen Vorstellungen Von außen geprägt rangeht Das haben wir selber Nämlich auch so festgestellt Man vergleicht da immer Man kriegt auch immer zu hören Von allen möglichen Befreundeten Pärchen Und so Oh hier unsere Die konnte mit Mit einem Jahr Konnte die schon Flickflack rückwärts Oder sowas Keine Ahnung Ja ja natürlich Großes Latinum schon Ja genau Und dann sitzt du halt da Und denkst dir so Du bist jetzt eins So jetzt Komm ne Auf geht's Ja Da muss man sich halt Am besten komplett frei vormachen Und da ziemlich Ja versuchen Stressfrei irgendwie ranzugehen Und einfach zu gucken Was so geht Und was so kommt Weil manchmal wird auch Viel zu früh schon irgendwie Versucht dann So Druck auszuüben Oder werden dann Irgendwelche Checklisten Abgefragt Auch so U-Untersuchungen Bei Kinderärzten Oder ich weiß noch Meine Frau Die hatte sich Zu Geburt Oder kurz vor der Geburt Von unserer Kleinen Bei irgendeiner Internetseite Angemeldet Und die haben dann Ständig so E-Mails geschickt Da stand dann so drin So ihr Kind ist jetzt Drei Wochen alt Ihr Kind muss jetzt können Dab, 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 dab Wo ich mir dann auch immer so dachte Nee, also irgendwie Gar nicht irgendwie Und dafür kann sie andere Sachen Die dann erst bei sechs Wochen Drin standen oder so Ja Ja, wir haben auch so ein Buch Von Freunden bekommen Die halt gesagt haben Ja, das hat uns auch immer geholfen In den jungen Jahren Da stehen halt so Über diese Entwicklungsschritte Und so Das ist auch was Das wussten wir vorher gar nicht Dass so ein Kind halt auch Nicht nur Wachstumsschübe hat Wo es einfach größer wird Sondern auch Entwicklungsschübe Wo dann irgendeine neue Fähigkeit Erlernt wird und so Oder wo sich die Wahrnehmung ändert Und so Und das war anfangs Hat uns das total geholfen Dieses Buch Bestimmte Sachen zu verstehen Aber mittlerweile Gucken wir da kaum noch rein Weil da mittlerweile Sachen drin stehen Gerade bei diesem halben Jahr Die kleine jetzt so ist Ich weiß nicht Ob das in Holland Wo die Leute Die das Buch geschrieben haben Herkommen Ob das da irgendwie Ob die sich da Kinder anders entwickeln Aber da steht halt so drin Ja Das kleine Das setzt sich jetzt schon Selbstständig auf Und zieht sich irgendwo dran hoch Und also das ist mit sechs Monaten Extrem früh Also Habe ich jetzt Noch nicht irgendwo gesehen Mein Trauzeuge hat ja auch Sein drittes Kind Also seine Frau natürlich Aber die haben jetzt Ein drittes Kind bekommen Und Ziemlich zeitgleich zu uns Und da haben wir schon immer Da haben wir schon mal So ein Kind Wo wir auch Du kannst dich schlecht gegen wehren Wo du immer automatisch vergleichst Wenn die beiden mal so miteinander spielen Oder wenn du hörst Ah was läuft bei denen gerade gut Und da gab es immer Phasen Da waren wir in irgendeinem Punkt Vielleicht ein bisschen besser aufgestellt Und Viele Punkte Wo die auch irgendwo Das kleine von denen Das robbt jetzt zum Beispiel Schon durch die Gegend oder so Und also du kannst dich Echt schwer dagegen wehren So ein bisschen zu vergleichen einfach Warum kann unsere das noch nicht Aber dafür Ist unsere in anderen Sachen Halt ganz stark irgendwie Und Trotzdem ist es halt schwer Da so ein bisschen Ja sich selbst zu zügeln Und jedes Mal wieder zu sagen Ja Gib dem Kind die Zeit die es braucht Ist halt einfach so Ja Und da wird man jedes Mal So ein bisschen wieder hingepusht Ja Also das ist natürlich so ein Ding Das Ist so in der aktuellen Zeit Eine Sache Wo du wirklich merkst Okay da geht es wirklich Irgendwie vorwärts Und da merkst du auch Irgendwie Fortschritt und so Aber Ansonsten haben wir auch mal So ein bisschen überlegt Boah überleg mal Es ist jetzt irgendwie schon wieder Sommer Und Letzter Sommer Also irgendwie das ganze Jahr Das verschmiert irgendwie alles so Du sitzt manchmal hier im Homeoffice Und weißt gar nicht so Ja ist jetzt irgendwie schon Freitag Oder ist erst Dienstag Und keine Ahnung Also die Tage Die Wochen Die verschmieren alle so ineinander Und ich freue mich wirklich drauf Wenn jetzt wieder so ein bisschen Normalität kommt Und ich will auch hoffen Dass es dabei bleibt Weil Boah wenn es dann irgendwann im Herbst Oder Winter heißt Ja Leute Geht alles so gar nicht Jetzt gehen die Zahlen wieder hoch Und jetzt müssen wir uns alle wieder einsperren Boah Ich glaube dann dreht die Nation irgendwie durch Die Leute Haben alle keinen Bock mehr Und es ist ja auch irgendwo verständlich Aber Es ist Aktuell Ist es so ein bisschen So eine Phase Ich sehne mich ja auch nach vielem Und ich Wir haben uns auch schon Fahrbrede zum Grillen Und so Aber mein Vater zum Beispiel Ist auch einer von der ganz vorsichtigen Sorte Und der regt sich jetzt aktuell total auf Dass Viele Leute mit ihrem jetzigen Verhalten Wahrscheinlich vieles wieder schnell kaputt machen So Also Und das sehe ich ja auch so Es ist ja jetzt echt nicht notwendig Sofort in den Urlaub zu fliegen Oder Sofort irgendwie mit 50 Mann In den Biergarten Sich irgendwie zu setzen Wobei Ich auch schon dabei bin Mich mit Kumpels zu verabreden Dass wir uns auch mal hier wieder In eine Kneipe irgendwie Im Außenbereich hinsetzen Oder so Und das Weil andere Leute sagen Ey wir haben seit einem Jahr Irgendwie zusammen kein Bier getrunken Kann ja wohl nicht angehen Also Man ist so ein bisschen Hin und her Gerissen gerade Das ist einfach so Jo Ja Aber Deswegen Wird eine spannende Zeit Bei mir ist es halt so Dass ich Noch nicht geimpft bin Noch Noch niemals das erste Mal Ich bin bei meinem Hausarzt Auf der Warteliste Und Der kann mir auch so gar nicht sagen Wie schnell das gehen soll Wir haben jetzt aber auch Vom Betrieb her So eine Auskunft Dass da der Betriebsarzt Wohl auch versorgt wird Mit Impfstoff Und ja Wir konnten unser Interesse Schon bekunden Da stehe ich dann wahrscheinlich Auch auf der Liste Mal gucken Wo es zuerst klappt Und womit vor allem Die uns dann das Angebot machen Weil das ist ja auch nochmal so eine Frage Was will man denn dann Für einen Impfstoff Jo Wie ist das denn bei Christian Der hat das jetzt nicht angesprochen Hast du schon irgendwie Nee Noch nix Noch gar nix Und ist auch so Wenn man beim Hausarzt Jetzt erstmal Anruf bei uns Ist auch erstmal Ja Warten Ja Mich haben sie halt gefragt Ja wie sieht es denn aus Also wenn sie Biontech Also die kriegen nur Biontech Und Astra Bei meinem Hausarzt Und die sagen Ja Biontech Kann ich ihnen schon sagen Mindestens drei Monate Warteliste ist schon ewig lang Und die meisten wollen das Ähm Bei Astra Wird es definitiv schneller gehen Aber wie lange Keine Ahnung Kommt ja drauf an Wie viel sie dann noch immer kriegen Jo Hm Ich muss halt mal gucken Ich stehe halt auf den Listen Und lasse mir da mal Angebote machen Und dann schauen wir mal weiter Aber grundsätzlich bin ich da Bereit zu Ne Immer rein mit dem Scheiß Ähm Ich finde das halt auch teilweise echt albern Ich habe im Freundeskreis Leute Die dann so sagen Ja wer weiß was da drin ist Und auf keinen Fall Da will ich aber erstmal abwarten Das sind komischerweise genau die Leute Wenn wir Ich habe das ja öfter schon mal erklärt Wenn wir so einmal im Jahr Unseren Amsterdam Ausflug machen Wenn die Zeiten normal sind Dann fahren wir mit den Jungs gerne mal Einmal im Jahr nach Amsterdam Dann sind das die Leute Die irgendwo an der letzten Ecke Sich so ein Space Muffin irgendwo kaufen Im düseligen Kopf Und sagen Und rein damit Ne Und die sagen jetzt Ja ne Impfung Wer weiß was da drin ist Also das ist halt irgendwie Ein bisschen Doppelmoral Möchte ich mal sagen Oder man muss sie einfach besoffen Zum Impfzentrum schicken Das kann Das funktioniert dann wahrscheinlich Ist das Space Space Spritze Ja ja Alles klar Dann rein damit Impfzentrum Biergarten Das wäre es vielleicht noch Genau Ja 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 ansonsten Zocktechnisch Bin ich auch ganz gut Vorwärts gekommen eigentlich Ich habe Resident Evil Village Durchgebracht Fand ich richtig geil Bin ja hier von uns dreien Noch die Ja wie soll man das jetzt sagen Ich bin nicht die Horror Pussy Von uns dreien Das bin ich Ja Hat mir echt Hat mir total Bock gemacht War aber total anders Als Teil sieben Also ist natürlich wieder Aus der Ego Perspektive Aber das Baker Anwesen Und die ganze Geschichte Rund um die Bakers Das war schon super Psycho Chainsaw Massacre Terror Irgendwas Horror Bisschen trashig Ja Bisschen trashig Ist es jetzt aber auch wieder Aber dafür ist der Grusel Halt irgendwie ganz anders Vor allem ist es viel Abwechslungsreicher Also du hast ja Ich weiß nicht Ob ihr das mitbekommen habt Man hat bei dem Spiel ja so Vier verschiedene Bossgegner Die man überhaupt erst mal Vor dem finalen Kampf So nach und nach Weg machen muss Also hat man auch Vier verschiedene Gebiete Die man erkundet In diesem Dorf Das mit dem Schloss Und dieser großen Frau Das hat ja wahrscheinlich Jeder mitgekriegt Wo das ganze Internet Ganz heiß drauf ist Hier auf Lady Dimitrescu Das Schloss Was man auch aus der Demo kennt Und dann gibt es halt Nochmal drei ganz andere Szenen Die man da so Durchleuchtet Und da haben mir Zwei Ja drei Richtig gut von gefallen Ne hat richtig Bock gemacht Und ja habe ich auch so Für meine Verhältnisse Relativ rekordverdächtig Schnell durchgespielt Ich habe ja immer nicht So viel Zeit zum Zocken Dann habe ich Habe ich das letzte Mal Schon erzählt Narita Boy Ne Ne Hör ich jetzt zum ersten Mal Ja Narita Boy ist ein Spiel Auf Im Game Pass Und Hat also eine Retro Optik Und spielt auch sehr viel damit Also es geht im Endeffekt Um einen Game Programmierer Der irgendwie so ein bisschen Seinen Geist Verliert Und im Endeffekt In ein Spiel Selbst rein programmiert hat Sich selbst wieder Zu erinnern Und Es geht da um So eine korrumpierte Software Die sich im Endeffekt Selbst Gecrackt hat Und den Schöpfer Dieser Software Irgendwie Ins Ja so an sich Gebunden hat Und ne Er hat so seine Erinnerung Verloren Und irgendwie muss man Durch dieses Spiel Den Schöpfer des Spiels Wieder erinnern lassen Und dadurch auch das Spiel Wieder reparieren So kann man das ungefähr sehen Und Ist jetzt ein bisschen Wir erzählt Aber es macht schon irgendwie Laune Es ist so ganz leicht Metroidvania Hat eine schöne Kampfmechanik Wie ich finde Es wird zum Ende Aber sehr sehr Repetitiv Schönes Lieblingswort Hier mal wieder Von Christian Ist aber einfach so Also ich hab's Nicht komplett zu Ende gespielt Weil ich dann irgendwann Keinen Bock mehr hatte Es werden nur immer mehr Gegner Und es ist immer dasselbe Was du machen musst Ich hab mir das Ende dann einfach Auf dem Let's Play angeguckt Aber ich glaube ich hab so Bis eine Stunde vor Ende gespielt Und hat mir bis dahin auch echt Bock gemacht Schöne Optik Sehr geiler Soundtrack Und ja Einfach mal schön zum Reinschauen Irgendwie Dauert auch nicht so lang Ich glaub so sechs Sieben Stunden Dann Hab ich Monster Jam Steel Titans 2 Aktuell in der PS5 Endlich ein extra Titel Genau Absolut Ja ist ein PS4 Spiel Aber Ja selbst dafür Sieht's nicht ganz so geil aus Also ich erinnere mich So ein bisschen an PS3 Spiel Auf 4K Hochgeskaliert Oder so Aber darum geht's ja nicht Sondern es geht ja darum So ein bisschen Spaß Mit den Monster Trucks Zu haben Und das hab ich ja schon Beim Vorgänger gesagt Das macht mir einfach Irgendwie Bock Mit den Dingern da Durch die Gegend zu jumpen Verschiedene Disziplinen zu machen Und sie haben's auch Bei dem Spiel Nochmal um so Zwei Disziplinen Oder so Erweitert Das war auch so Beim letzten Teil So ein bisschen der Nachteil Es war so sehr Immer dasselbe Diesmal haben sie Unterschiedliche Themenwelten Auch gemacht Also es gibt wirklich So eine Welt Wo der Gravedigger Auch herkommt Da ist alles ganz duster Und es gibt ein großes Schloss Und so viele knochige Bäume Und es blitz und donnert Die ganze Zeit Und dann gibt es So ein Hundespielplatz Im Endeffekt Und ja irgendwie So ein Militärbasis Also Aber das ist eigentlich Ganz interessant Weil dadurch sich Immer wieder mal Ein bisschen was ändert Und man dadurch Einfach so ein bisschen Am Ball gehalten wird Weil das Ziel des Spiels Ist es ja einfach Diese ganzen ikonischen Monster Trucks Freizuschalten Und ich bin gerade dabei Den Gravedigger Halt noch freizuschalten Und den will ich dann Noch hochleveln Und dann ist es aber auch gut Also ich habe auch Glaube ich bis dahin Schon so Also nicht Zehn Stunden Oder so da reingesteckt Dann reicht es aber auch Wirklich Ja Ansonsten Ich glaube das war es Gaming technisch Aber auch erstmal Ja Äh Gucktechnisch Was gucken wir denn gerade Wir gucken gerade Miss So eine lustige Doku Serie Reality Serie Wahrscheinlich eher Auf dem WWE Network Mit Wie der Name schon sagt Miss und seiner Frau Äh Wir haben wirklich Ewig lang drauf gewartet Dass die zweite Staffel kommt Und sie ist jetzt endlich da Ich glaube wir sind die einzigen Auf der Welt Die das gucken Äh Wir sind irgendwie seinerzeit Auf unserem Hawaii Urlaub So ein bisschen angefixt worden Weil ähm Ich glaube da war Das war ja kurz vor Wrestlemania Und da haben sie gesagt Ja nächste Woche startet Die zweite Staffel Äh Auf NBC Oder wo das immer lief Oder auf USA Mit der WWE Ein Deal hat Und dann haben sie An dem Wochenende vorher So einen Marathon gemacht Von der ersten Staffel Und da haben meine Frau Und ich an dem Abend Im Hotel wirklich Weiß ich nicht Fünf sechs Folgen hintereinander geguckt Und als wir zu Hause waren Haben wir dann auf dem Network Die erste Staffel geguckt Und haben jetzt Zwei Jahre gewartet Wann kommt denn endlich Die zweite Staffel Jetzt ist sie da Und ich muss sagen Es ist Es ist Immer noch sehr witzig Aber es ist Noch krasser Gescriptet als vorher Aber ja The Mist kann das schon Immer ganz gut Er kann schon immer Dementsprechend gut Schauspielern Und Mary's auch Dass man Also man nimmt das nicht ab Es ist alles gescriptet Der ganze Scheiß Der da passiert Und wie die sich halt Lächerlich machen Aber irgendwie ist es Trotzdem lustig Ist halt so Ist halt totales Wie sagt man so schön Äh So was peinliches Was man trotzdem gerne guckt Ja 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 So ein Auto Gibt es da ein Wort dafür Ja klar Echt Doch Ja sicher Ist im Ost nie angekommen Das glaube ich Ist auch ein englisches Wort Scheiße Jetzt komme ich nicht drauf Jetzt komme ich nicht drauf Habt ihr denn auch WWE Icons geguckt Über Rob Van Dam Noch nicht Noch nicht Noch nicht Aber Beth Phoenix Haben wir geguckt Fand ich auch sehr gut Ich habe jetzt mit Rob Van Dam angefangen Ich habe über Yokozuna Und Beth Phoenix Noch nicht geguckt Aber über AWD Das habe ich mir angeschaut Ah okay War sehr gut Sag ich jetzt nicht mehr Die dauert sehr lang Fast anderthalb Stunden geht die glaube ich Die Icons Hat ja auch ein bisschen zu erzählen Ist eine Anfangszeit irgendwie Auch als Kickboxer und so weiter Dann geht es ja weiter zu ECW Dann zu WWE Und dann war er ja wieder weg Dann war er wieder da Und ja Jetzt mit seiner komischen Freundin Die er da hat Also es sind schon so ein paar Epochen Die er da abhandeln kann Mit seiner komischen Freundin da Wie heißt sie denn Komisch Ich weiß nicht wie die heißt Achso Und dann haben wir Dann haben wir bei Wrestlemania Ja auch mitgekriegt Dass Rob Van Dam anscheinend Hindi auch versteht Ne Also wo kommt das her Jo jo Stimmt Stimmt Mein Wrestlemania Moment Ja Was sagt ihr denn Ich meine wir wollen jetzt eigentlich Nicht über Wrestling reden Aber fällt mir gerade so ein Habt ihr das mit den Entlassungen Mitgekriegt Ja Braun Strowman Und wen hat es noch erwischt Äh Alistair Black Äh Oh das waren so viele Bei den Frauen Mensch Ja Lana ist auch weg Ruby Riott und Lana Bei den Frauen Lana genau Lana Dann ist irgendwie Santana Irgendwat Also mich hat am meisten Geschockt Ich hab heute auf Twitter Ein Bild gesehen Dass Mark Henry Bei AEW ist Jo Ja und jetzt Andrade ist jetzt auch da Genau Andrade ist jetzt auch bei AEW Aufgeploppt Aber ich hab das halt so geschockt Auch wenn ich ihn nicht groß vermisse Dass Braun Strowman Einfach so vor die Tür gesetzt wurde Ne Ja Auf der Also auf den ersten Eindruck Denkt man so Ja meine Güte Mehr Vince McMahon Geht doch eigentlich nicht Ne Also so Vince McMahon Liebling Das ist einfach ein mega Biest Der hat ja auch sehr an sich gearbeitet Wenn man mal überlegt Wie der früher aussah Wo der noch hier bei der Wyatt Family war Mit seinem Zuselhaaren da Und da war der auch Da war der echt dick Ne Und wie der an sich gearbeitet hat Der hat ja wirklich Körperlich Dermaßen Sich abgeschreddet Da irgendwie Das sieht schon echt übel aus Wisst ihr was der Grund sein soll Angeblich Ich hab was gehört Aber sag du erstmal Na ich hab wegen dem Omos Das so gehört Omos ist ja die richtige So hieß der doch Omos und Omos Ja ich hab da so eine gespaltene Sache gehört Also die offizielle Ankündigung ist ja Hieße so Sondern Omos ist halt noch größer Und hier dieser General Und hier dieser General Aziz Ich zu Ron Stroman Ich vermissen werde ich ihn glaube ich gar nicht mal so Ich hab's nur gewundert Ich hab's nur gewundert jetzt Runter zu schmelzen Auf ein Kleineres Festbudget Was da irgendwie dranhängt Um sich irgendwie attraktiver zu machen Für so Interessenten Ähm Ob das jetzt Disney oder Marvel Oder was weiß ich irgendwie ist Oder Marvel gehört ja zu Disney auch Ne genau Ähm Ich glaube auch dass das irgendwann mal passieren wird Dass die WWE oder diese ganzen Charaktere Und so dass das irgendwie verkauft wird Aber nicht so lange Vince noch so fit irgendwie ist Was macht der denn Wenn Wenn er da nicht mehr die Hand drauf hat Der kippt doch um und ist sofort tot Ne also der Auf der anderen Seite vielleicht fühlt er sich wohler damit Wenn er den Deal noch einfädeln kann Anstatt wenn das nach ihm passiert irgendwie Ne Der nicht weiß was dann noch so an Kontrolle bei WWE bleibt Und wie eigenständig man bleibt vielleicht Also der Gedanke den ich so hatte Ich hab halt viel drüber nachgedacht Weil so viele Gerüchte und alle so super schockiert Über diese Entlassung und so Ähm Und wenn du mal nüchtern drüber nachdenkst Äh Dann ist es ja irgendwie so Dass wir alle schon seit Jahren sagen Ey das Roster ist viel zu voll gepfropft Ne Ja stimmt ja Ne So Du weißt schon okay Wenn der aus NXT hochkommt Dann ist da einfach Der wird wieder untergehen Das haben wir bei Alistair vorher gesagt Und Was ist passiert Genau so ist es halt Was bei Was man bei Alistair halt nicht versteht Sie haben gerade einen neuen Charakter für ihn irgendwie gestartet Ne Er ist jetzt endlich aus dieser Rolle Wo er immer in diesem dunklen Raum saß Und gesagt hat Ja ich Äh I wanna pick a fight Und blablabla Das hat er irgendwie jahrelang erzählt Und nie aus dem Raum rausgekommen Jetzt hat er auf einmal irgendwas mit Darkfather oder sowas Haben sie gerade gestartet Und jetzt Uff raus damit Ne Also es hätte ja was werden können Ähm Ich denke mir nur halt Okay Alistair Black Hat man jetzt jahrelang probiert So richtig gezündet Hat es halt irgendwie nicht Ich könnte mir vorstellen Nächste Kürzungsrunde Ricochet Ne Ist auch nie Richtig Ne Oder Jetzt mit Braun Strowman Denk ich mir halt Okay Äh Was willst du mit ihm jetzt noch machen Die haben jetzt jahrelang ihn so gepusht Und er stand auch ganz Oder weit oben Und so Aber Was Was willst du mit ihm denn jetzt noch machen Du hast eigentlich alles von Kinderquatsch Hier Du bist dumm Ne du bist dumm Bis hin zu Irgendwelchen Irgendwelchen bedrohlicheren Sachen Wo er wirklich das Das bedrohliche Monster war Eigentlich haben sie alles durch Ähm Und wenn ich dann weiß Okay der kostet mich anderthalb Millionen im Jahr Und eigentlich wissen wir nicht mehr so richtig Was aber langfristig mit dem machen sollen Kann ich die Entscheidung Schon irgendwo verstehen Ähm Ja Was denkt der Christian denn zu dem Ganzen Entschuldige Ja Ein Satz noch eben Ein Satz eben noch Äh Deswegen Ist vielleicht der Hintergedanke Dass irgendwer Wind so ein Floh ins Ohr gesetzt hat Oder Sich irgendein Storytyp Hat gedacht hat Ja denk doch mal an die 80er Da war das Roster so klein Und du konntest viel Also ganz anders Skalieren So die Superhelden Und jeder hatte seinen Platz Das Roster war halt einfach Oder ist einfach viel zu groß Und Trotzdem macht's bei vielen Talenten Keinen Sinn Die aktuell rauszuschmeißen Weil da noch viel zu viel Potenzial ist Also um Alistar tut's mir ein bisschen leid Auf jeden Fall Ja absolut Ja Aber naja Hm Das war ein Verdammt viel Argumente Und boah Warte mal Man muss sich sammeln Man muss sich sammeln Erstmal finde ich ja Ich finde diesen Vergleich Zu früher Mit kleineres Roster Und du konntest mehr schieben Und bliblablub und so Ja Damals hat man aber noch nie so viel Pay-Per-Views Und deshalb ging Fäden ja damals Oh locker mal ein halbes Jahr Eben ja anderthalb Jahre Das war damals Wie lange ging das mit Hogan Und Andre the Giant Wie lange ging das mit Brett Hart und Shawn Michaels Wie lange ging das mit Warrior und Hogan Und alles so ne Geschichten Da gab's auch noch kein Raw und Smackdown Das kommt auch noch dazu Natürlich Ähm Ich Erstmal muss ich Bevor ich's nämlich vergesse Muss ich mal eins ansprechen Ihr wisst ja Ich spiel ja leidenschaftlich gern Das Spiel WWE Champions Handyspiel Ihr kennt die Geschichte Ne Und ich bin so gespannt Was das für eine Auswirkung Auf das Spiel jetzt hat Weil die müssen sich ja immer An die An die Vorgaben Von der WWE halten Ne Und Ich hab's nämlich jetzt Hast du Braun Strowman gelevelt Auf 38 Sterne Pass auf Pass auf Du hast doch letztens erst Den Alistar da freigeschaltet Ich hab nämlich den Zombie Alistar Black freigespielt Und das ist die übelste Granate Wenn ihr mir den jetzt wegnimmt Dann mach ich euch fertig Aber dann gibt's noch Bestimmt einen Ersatz dafür Muss es Muss es Dann kriegst du deinen Kriegst du deinen Zombie-Hornswogel Oder so Ja, aber ich bin trotzdem Sehr gespannt Was das für Auswirkungen Auf das Spiel hat Und so Weil die WWE ja bei sowas Auch immer sehr gern So ihre Fingerchen mit drin hat Ähm Grüß euch 2K Und Ja, also Als ich das so am Anfang gehört hab Mit diesem Rausschmiss Und was weiß ich nicht Dann hat man sich auch so Verschiedene Videos angeguckt Verschiedene Meinungen angehört Und Ich Konnt mich dann so mit der Zeit Irgendwie damit Anfreunden Ich glaub Hauptsache The Fiend bleibt drin Alles andere ist mir egal Und Ja, aber Das ist nämlich am Ende Das selbe Problem wie die WWE Und die AEW hat nun mal Das denn Warum gibt's noch kein Lego WWE Einfach nur mal so Äh, äh, ich glaube Wer NXT dann auch wieder war Ja Adnan Virk Der sagt mir jetzt irgendwie gar nix Das war ein Kommentator Ah Achso, doch Dann kenn ich den So ein ganz dünner, glaub ich, ne Braun Strowman Big Show Billy Kay Bo Dallas Chelsea Green Das ist die Freundin von Äh, das ist die Freundin von Äh, Zack Ryder, ne Chelsea Green Glaub ich Jessamine Duke Ist ne Hübsche Ja, das stimmt Ja Ist, glaub ich, auch schon bei AEW aufgetreten Ich glaub, ja Oder bei TNA Irgendwie so Äh, Jessamine Duke Sagt mir auch nix Kalisto Klar Lana Lars Sullivan Haben sie jetzt auch mal endgültig gekappt Äh Bei sowas, ne Macht ja auch nur Sinn Seit zwei Jahren Druckst du irgendwie rum Und kommt nicht von Vorhang so ungefähr Dann Dann halt nicht, ne Tschüss Ja, äh Mickey James Murphy Oder Buddy Murphy Mojo Rawley Halleluja Halleluja Ja Peyton Royce Also Peyton Royce Und, äh, wie heißt die andere nochmal Billy Kay Ja Auch da Finde ich Finde ich Ja, Iconics Fand ich auch schade Aber es hat sich angekündigt Sie haben sie erstmal getrennt Und, äh Ja, da lief irgendwie gar nix Und jetzt sind sie halt weg Ruby Riott Steve Cutler Äh, Samoa Joe Santana Garrett Tom Phillips Ach, Tom Phillips auch Wusste ich gar nicht, okay Auch so, äh, hier hinter der, hinter der Bühne Wann haben sie denn Samoa Joe Ausgekantet? Äh, bei der, bei der, bei der letzten Runde Und kurz nach Mania war das, glaube ich Ah Kurz vor Mania Okay Ne, nach Mania Einen Tag nach Mania, glaube ich Oder so Genau, Mania hat er noch kommentiert Stimmt Ja, ja, genau Äh, Vanessa Bourne Kenne ich nicht Äh, Velveteen Dream Und Wesley Blake Das hab ich auch gewundert Hm Ja, Velveteen Dream, ähm Da gab's einen Shitstorm Da gab's einen richtigen Shitstorm Okay Der ist, ist wohl, äh, im Privaten Ähm, ist er wohl ein, wie nennt man das? Ein Groomer Also so jemand, der hinter Jugendlichen im Netz Die sich irgendwie gefügig machen möchte Oh Ja, da gab's irgendwie Austausch gewünscht von Fotos oder sowas übers Netz, ne Wo er nachgefragt hat, hier, zeig mir doch mal oder so Genau, und er hat auch selbst gezeigt Hm Ja Er hat's wohl zugegeben Hm Also da ist definitiv was dran Und ja, scheiße, wie man sich so eine Karriere verbauen kann Weil der hatte auch Potenzial ohne Ende Und ich glaub auch nicht, wenn das nicht passiert wäre, dass die WWE ihn hätte gehen lassen Ich glaub aber, Velveteen Dream Jetzt mal unabhängig davon, dass das mega scheiße ist, was er da gemacht hat Und dass ich den jetzt auch nicht mehr sehen will Aber ich glaub, ohne sein Gimmick, Velveteen Dream, was ja bei WWE bleibt Hätte er's auch schwer, glaub ich Ja, ja, absolut Aber das Gimmick, das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer Damit hätte er auch bei Raw funktioniert, glaub ich Das hättest du noch lange erbeziehen können Aber weißt du, was ich so ein bisschen für ne Angst habe So, da waren ja Die eine oder andere Granate war er dabei jetzt gewesen Nicht nur optisch jetzt, ne Äh Ich hab dann aber so ein bisschen Big Show Big Show, ich mein Big Show Natürlich mein ich Big Show Ähm Ich hab aber so ein kleines bisschen die Angst Dass dann auf gut Deutsch viele Superstars in der WWE bleiben Aufgrund von der Vergangenheit, die sie haben Und mit Vergangenheit meine ich zum Beispiel einfach nur schon Familie Zum Beispiel Ne Natalia hauen die nicht raus Einfach mal jetzt nur als Beispiel Ähm Wobei die auch abgleich wichtig ist, glaub ich Diese ganze Annoai-Geschichte und so, ne Also diese Head of the Table und so, ne Also eine Naya Jax wird drinnen bleiben Ich hab mir in letzter Zeit übelst viele Videos angeguckt von Von, von, wenn die Wrestler ihre Moves verbotschen Und äh Dass, dass, dass man da erstmal so einen anderen Blick wieder für gekriegt hat Dass so eine Naya Jax mit der Wilkener wrestlen und sowas Also nur mal so als Beispiel Also das war höchst interessant Da waren halt Klar, wir wissen alle Ryback war halt echt das Letzte Aber es war echt mal interessant So dort ein paar Namen Goldberg müsste da auch Goldberg natürlich war auch mit dabei gewesen Ähm Ach du Das, ich kann das jetzt gar nicht mehr so oft zählen Also es waren auf jeden Fall wirklich eine Menge gewesen Wirklich So Nochmal eben schnell das Jahr 2020 Weil da ging's ja los mit diesen Entlassungswellen Vorher waren das ja immer nur so ganz einzelne Namen in den Jahren zuvor Und seit letzten April Ne, letztes Jahr April Da ging das irgendwie los mit diesen Entlassungswellen und wirklich Namen Wo man sagte, okay, das ist jetzt nicht irgendwie XY-Kolon oder so, den sie da entlassen Sondern, äh Das ist wirklich mal ein Name, wo man sagt Oh, okay, den hab ich doch letzte Woche noch bei Raw gesehen, ne Ähm, also letztes Jahr Dash & Wilder Also The Revival Die wollten ja selber weg Luke Gallows Ne, bitte? Die wollten, glaub ich, selber auch weg, oder? Genau, die wollten ja selbst aus ihrem Vertrag raus Aber, ne, klar Ähm, dann hier The OC Also Karl Anderson und Luke Gallows Ja, die Colons, ich hab's gerade noch gesagt Primo und Epico Ist ja im Endeffekt auch so ein Familiending, ne Also die waren ja eigentlich auch so festgesetzt in der WWE Aber jetzt sind sie dann doch mal irgendwie raus Rusev Rowan Rowan hat man ja noch einmal ganz kurz bei AEW gesehen Für dieses, äh Tribute für den, ähm Luke Harper, also weißt schon Luke Harper, ja genau Brody, hätte ich fast gesagt Ja Ja, ja, genau Äh, wie heißt er nochmal mit vornamen? Brody Lee Ja, genau Brody Lee Ja Zack Ryder Drake Maverick Kurt Hawkins Heath Slater Eric Young EC3 Und da, da sieht man eben auch Das waren ganz viele, wo auch irgendwie so die Rakete nicht richtig gezündet hat Ne, so EC3 haben sie sich ganz viel von versprochen Und irgendwie so, psch Ist halt nie was draus geworden Kane Velasquez Ja War ja auch so ein ziemlich desaströser Kampf damals Und dieser MMA Typ Kane Velasquez Ich glaube, da war Vince einfach enttäuscht, dass er sich nicht in Form gebracht hat So richtig Curtis Axel Leo Rush Der ist jetzt auch Hab ich jetzt auch bei der AEW gesehen Sarah Logan Ja, richtig, ne? Christian Oh Da hat das Herz geblutet DeSara ist weg DeSara? Schon seit letztem Jahr Hast du gar nicht gemerkt? Gar nicht gemerkt Mensch Och Mit der wollten wir doch mal ein Bierchen trinken Mike and Maria Kanellis Gott sei Dank Da hat man sich ja damals schon gewundert Warum kriegen die wieder einen Vertrag? No Way Jose Sehr geil Mike Chioda Also der Referee Hab ich letztens ein geiles Interview mit gesehen Eigentlich echt ein interessanter Typ Hätte ich gar nicht so gedacht Kurt Engel Letztes Jahr auch entlassen Aiden English Acam and Reza Also AOP Die Authors of Pain Renee Young Habt ihr mal gesehen Die macht mittlerweile einen Podcast Oral Sessions Mit Renee Young Kopiert die uns? Oral Sessions? Oral Sessions Ja Das ist schon Da hab ich jetzt aber ein komisches Bild im Kopf Die ist schon ein bisschen heiß Also Renee Young Ja Bisschen Wuschelt die bestimmt viel im Podcast Wenn die so Oral Sessions macht Nein Mirko Nicht zu viel jetzt draus machen Nicht zu viel So mal eben noch schnell ein paar Namen Gerald Also Gerald Briscoe Mike Rotunda Also Vater von Bray Wyatt Ehemals hier Wie hieß er damals noch? IRS IRS Irwin A. Scheiß da So viel Zeit muss sein Genau Und NXT Personal ist auch entlassen worden Viele sagen mir persönlich gar nichts Ich hab auch NXT Versuche ich gerade erst wieder so ein bisschen aufzuholen Ace Steel Alexander Jaksic Ich glaube Alexander Jaksic war so ein Deutscher Der hat so einen deutschen Vorentscheid gewonnen Und leider nie in Fernsehen geschafft Ja hab ich mal irgendeine Doku drüber gesehen Wie der in die NXT oder in die WWE reingekommen ist Cesar Bononi Geiler Name Bononi Das könnte Pokémon gewesen sein Dan Mather Sag mir Diona Purazzo Das hab ich schon mal gehört Edgar Lopez Faisal Kurdi Hussein Aldagal Josiah Williams Cassius Ohno Ja das sagt man einem was Kendo Kaschin Gesundheit Marcos Gomez Ich glaube Dann Mars Wang MJ Jenkins Mohamed Fahim Nick Orgarelli Serena Diep Serena Diep Tanara Conti Tino Sabatelli Tino Sabatelli Kenne ich aber auch Das war doch so einer mit hier Megaphysik und so Ja genau Der hatte so richtig Der sah aus wie Neville Wie Neville in muskulös Und G-Feng Und das war es jetzt auch endlich Meine Güte Was für eine Liste Also die WWE hat schon ordentlich rausgekegelt Aber mal ganz ehrlich Wenn man auf der WWE Seite guckt Und sich da die Superstars anguckt Da kann man auch die Brands so durchklicken Die Listen sind ewig lang Und Dann steht da halt so ein Josiah Williams Ja Warum steckt man da noch Geld rein Ich hab eine gute Idee gerade Wie wir jetzt schönen Übergang machen können Zu unseren Top 3 Wie wärs ganz spontan mit unseren Top 3 WWE Wrestlern Die wir feuern würden Macht sich mal jeder grad Das Roster auf Und guckt mal so aus dem Kopf Ich mein jeder hat bestimmt so ein, zwei im Kopf Aber ich guck mal gerade Was muss ich da eingeben Einfach WWE Roster WWE.com WWE.com Ich mach das aus dem Kopf Aber das Roster dabei zu sehen Ist glaube ich echt nochmal vorteilhaft Okay ich hab's ja verstanden Würdet ihr auch direkt sagen Wo die besser hingehören Oder wo die hin sollen Was soll ich machen WWE Roster Wenn man die Idee hat Nee Superstars Auf Superstars klicken dann oder wo Mhm Okay jetzt hab ich hier Champions Das ist ja alles mega groß hier leider Ich hätte auch so eine kompakte Liste Gehofft irgendwie Ja Wikipedia ist doch super Geht Wikipedia Ja Dann sag mal Christian Wenn du was besseres gefunden hast Weil das hier das dauert ewig Bis ich hier mal Ich hoffe nur Wir müssen mal kurz reingucken Bei ihm der jetzt rausgeflogen ist Zum Beispiel Was haben wir gesagt Zum Beispiel Braun Strowman Ob die hier noch drin sind Weil ich hab hier Brock Lesnar ist hier noch drin Aber das könnte auch die Also hier ist kein Braun Strowman drin Zum Beispiel Kleiner Hinweis Brock Lesnar ist wieder drin Richtig Wollte ich auch mal sagen War das schon wieder im TV Nein Es wird gemunkelt Dass er beim Summerslam kommt Das hab ich auch gehört Ja Yep Und das ist übrigens auch ein Grund Die WWE merkt ja selber Dass die Einschaltquoten Bei Raw, Smackdown Was weiß ich Die sind dann am höchsten Wenn die irgendwie Was Spezielles haben Also wenn die so Legends Night haben Oder irgendwas Irgendwas ankündigen können Und eine Budgetkürzung Kann ja eben auch heißen Okay ich kürze das Budget Für mein Roster Hab aber dafür noch Einen anderen Haufen Budget Den ich für solche Überraschungen Rausballern kann Und scheiße Ich hab eine Wette laufen gehabt Ich hab jetzt Überraschungen gesagt Scheiße Hä was Entschuldigung Ich hab jetzt nur mit meinem Ohr hingehört Du hast gerade eine Wette verloren Ich hab gerade eine Wette verloren Ich hab euch das extra vorher nicht gesagt Scheiße Das ging schnell Was hast du mit dem Investor Eine Wette gehabt Was Ja Der hat sich nämlich kaputt gelacht Bei unserem Royal Rumble Podcast Hab ich ungefähr 500 Mal Überraschungen gesagt Echt Und ja Ist mir auch nicht aufgefallen Bis ich ihn dann mal wieder gehört habe Ja Das war ganz überrasch Ich war sehr überrascht Wie oft ich Überraschungen gesagt habe Auf jeden Fall hab ich jetzt gerade eine Wette verloren Und er kriegt das nächste Limited Run Game von mir Was wir zusammen bestellen Oh Geil Können wir auch mal wenden Sag mal Geil so ein Ding Mirko braucht noch eine Playstation 5 Ja eben So Ich hab gerade gesagt Wenn du das eine Budget kürzt Für das feste Roster Dann hast du ja einen anderen Haufen an Budget Vielleicht über für solche spontanen Überraschungen fürs Publikum Wie Jetzt kommt mal die Super-Duper-Legende mal eben zurück für eine Ausgabe oder so Weil das bringt Zuschauer in die Weeklys Das zeigen halt die Statistiken Ist vielleicht auch so ein Grund für diesen aktuellen neuen Weg Ja Leute Was meint ihr Seid ihr soweit Ich hab schon zwei Also ich noch gar keinen Also doch so halbwegs Einen Ja Ich fang jetzt einfach mal an Ich fang einfach mal an Christian Genau Ich fang einfach mal an Und ich nimm garantiert Irgendjemand von euch Nimm ich den weg Und jetzt kommt Jinder Mahal King Corbin Der wär auch noch gekommen Du dumme Sau Jetzt kommt aber erstmal King Corbin Er hat viele Chancen von uns gekriegt Verdammt viele Chancen King Corbin Für mich war's das Das war's Will ich nicht mehr Wäre die Snickers-Werbung nicht gewesen Hätte ich ihn auch in der Liste gehabt Aber jetzt Ich will noch so einen Werbespot mit ihm sehen Okay Mit Hardcore-Biker Der war gut Also da hat er sich auch ordentlich hochgespielt In meiner Gunst Aber ist schon richtig Also King Corbin kann definitiv raus Das kann übrigens auch wieder so ein Grund sein King Corbin ist ja auch wieder so ein WWE-Gezüchter Er kommt ja aus dem Football Ja Und genau wie ein Ich sag mal The Miss Bei dem weiß ich es nämlich 100 pro The Miss hat in seinem Vertrag eine No-Cut-Klausel Das heißt bei solchen Schritten Die jetzt so sind Budgetkürzung Blablabla Ist The Miss raus Oder Dolph Ziggler glaube ich auch Weil die sich in ihren Vertrag reinschreiben haben lassen Och nö Mehr Geld brauche ich gar nicht Aber ich hätte gerne eine No-Cut-Klausel drin Und deswegen werden die bei sowas nicht rausgeschmissen Und ich könnte mir das bei King Corbin auch vorstellen Weil der auch so ein WWE-Gewächs ist So eine Free Agents Wie so ein Alistair Black Ich glaube die können so eine Klausel überhaupt nicht in ihren Vertrag reinbringen Hm Okay Ja Gut Ich würde mal weitermachen Mit Das ist ein Tag-Team Zählen die als eins? Ja komm Wir sind in Gönner-Laune heute Ja Gönn dir Ja Wie heißen die denn nochmal? Angelo Dawkins Und der andere Vogel da? Ja Street Profits Ja Street Profits Danke Adios Amigos Da haut er nochmal in raus Da haut er in raus Ich fand die so nervig Muss ich sagen Immer an den Promos Backstage Wenn die da mit ihrem Becher rumfuchteln Und so rumbrüllen Und das soll alles so witzig sein Kam bei mir null an Irgendwie schon Noch nie Äh Bei NXT fand ich die noch cool Und in den Main-Shows haben sie es irgendwie noch mehr übertrieben Und dann ging es mir um Keks Und es wird nicht besser irgendwie Und im Ring finde ich die jetzt auch jetzt nicht so spektakulär irgendwie Dass ich sage Das muss ich jetzt haben Hm Ja okay Dann hau ich meinen ersten raus Der ist jetzt auch gerade in einem Tag-Team Aber ich möchte nur ihn weg haben Dominic Mysterio Weil der zündet bei mir nämlich gar nicht Ist für mich absolut Milchbubi irgendwie Auch die Storyline mit seinen Paps Das ist so die einzige fette Storyline Die du mit ihm erzählen kannst Und selbst da war ich immer auf dem Klo Wenn da ein Kampf lief Ne Also die haben jetzt ja gerade Den Titel abgeholt Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt hier irgendwie Spoiler Ob ihr schon Backlash geguckt habt Alles gut Also selbst das hat mich nicht interessiert Und der hat halt null Ausstrahlung Und auch keine Skills bisher so wirklich im Ring Also ich weiß nicht Kann sein, dass der irgendwie in fünf Jahren richtig gut ist Aber dann soll er bis dahin ein bisschen In den Indies irgendwie Bumps nehmen und so Aber in WWE-TV muss ich den nie haben Ich suche mir tatsächlich einen Champion aus Und das ist unser Butterfinger Okay Die Transpirier-Maschine Der Schwitzer-Onkel Hier, mein Fleck ist getrocknet Guck Also Leute, es ist wirklich Es ist wirklich Mein Fleck ist weg Verfasst Mit Kalkohlen gewaschen Nochmal nachlegen Ne, also wirklich für mich ist es Bobby Lashley Klar, jetzt ist so die ganze Geschichte Was dann so war hier mit MVP Und was weiß ich nicht alles Ja Hat ihm geholfen Für mich ist es immer noch einer der uncharismatischsten Ja, er hat keine Ausstrahlung Ja, also ich kann mit Bobby Lashley nichts anfangen Und ich sag mal, die krasseste Reaktion von ihm ist Wenn ihm die Augen mal wieder aus dem Kopf fallen Ne, ne, er hat sich gebessert Ist alles gut Aber Das ist so eine Ups und Downs Ne, Bobby Lashley Okay Ja, Weidemann ist noch geschockt Er ist ganz überrascht Dem habe ich es gegeben jetzt Ja, ich gucke hier gerade noch so ein bisschen durch Also, ja, ich habe natürlich noch einen Der ist aber offensichtlich Habe ich ja gerade schon gesagt Ja, komm, ich bleibe erstmal dabei Und gucke mir noch einen dritten aus Äh, Jindamal Ach, verdammt Okay Wobei, er gerade zurückkommt so ein bisschen Sie hatten ihn irgendwie in so einem Interviewsegment letztens Und ich bin gespannt Er hat auch so einen komischen Riesen jetzt auf einmal dabei Äh, ja, ja Bin mal gespannt, was das wird Aber, äh Ich, äh, das ist auch wieder so ein Vogel Ich, ich weiß nicht, ob sie den schnell rausschmeißen Ich glaube, da ist auch Vince wieder ganz, äh Ganz geil drauf, wie der sich hochge Hochtrainiert hat Der sah ja früher gar nicht so beeindruckend aus Und jetzt ist er ja nur noch Vene Nur noch Vene Vene und Igelnäschen hier, ne Äh, ich, genau Aber für mich könnte er weg Der Vogel Okay Ja, und ich gucke mir mal noch irgendwie ein drittes raus Ich nehme jetzt mal eine Frau Der Weidemann nimmt sich jetzt eine Frau Ich nehme Typen Und zwar Ähm, ich versuche ihn mal zu imitieren Mal gucken, ob er gleich drauf kommt Äh, 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 äh Ach so, ach so Unser geborener Entertainer Der große Ententrainer Titus O'Neill Äh, Titus Rolls Light Also im Ring war der noch nie geil Jetzt habe ich gesehen bei Mania Ja, unterm Ring war er richtig gut Da hat er so ordentlich weggewämpft Alle Was? Das hat gar Nein Auf jeden Fall Also im Ring war er noch nie gut Jetzt dank Mania weiß ich Am Mikrofon ist er auch nicht gut Und, ähm, ja Der kann einfach mal weg Ne, soll er sich mehr um seine Community kümmern Und seinen Warrior Award irgendwie spazieren tragen Na, Christian, hast du Schmerzen bei Titus? Findest du den gut? Ich weiß nicht Ich, 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 ich habe so dieses Gefühl Wie, was wir vorhin mit Natalia hatten Ich glaube, Titus ist so für Für ein Lockerbuch So, für Backstage und so ist er sehr wichtig Hm Kann mich auch irren Uh, uh, also Der einzige Move, der hängen geblieben ist Ja, und er macht halt immer sehr viel, äh, hier Charity Ja, so Charity, ne, genau Naja Ja, aber ich gucke jetzt nicht WWE Weil ich da Charity sehen will Ich meine, ich finde das schön, dass die das machen Was? Aber, ne, ich weiß nicht Dann könnten sie auch hier Susan Cohen Oder wie die heißt Die die ganze Zeit gegen Brustkrebs irgendwie Äh, unterwegs ist Dann könnten sie die auch ins Roster stellen irgendwie Ne, also ich weiß nicht WWE, da geht's noch um ein bisschen was anderes Vordergründig Na, wenn du mal eins Ja, ja, klar So Sichi, sichi Der Christian Jetzt hat nämlich der Weidemann mir den Jinder weggenommen Aber Ich, ich nehme wirklich jetzt Ich nehme Omos Ich nehme Das bringt mir nichts Das bringt mir nichts Erstens macht er mir einen AJ kaputt Also das gefällt mir jetzt nicht so richtig alles Obwohl AJ kann auch heel good sein Aber Aber Jeder hat wahrscheinlich erwartet übrigens Weil ich in die Orten sage Ne, ne, ne Der kann ruhig bleiben Der kann ruhig bleiben Der macht gerade einen guten Job, finde ich Ja, macht er Ja, das stimmt Oh, das von Christian Das müssen wir nochmal rausschneiden Ja, ne, wirklich Ist aber wirklich so So in letzter Zeit Kannst du jetzt nicht meckern Mir hat diese Fede mit The Fiend Also das Das gibt mir schon was Also muss man so sagen Ne, aber ich nehme wirklich Omos Weil Ich hasse es wirklich Aber das war eigentlich früher schon immer so Wenn irgendwelche Typen einfach nur so riesig und bullig waren Erstmal in den Ring stellen Und das Wrestling lernen wir halt später Und das ist immer eine schlechte Kombi Und bei Omos werden eigentlich diese Fehler jetzt schon wieder gemacht Und Ne, der ist einfach langweilig Der ist einfach langweilig Ja Fertig Ohne Scheiß Ich kann mich bei den Frauen gerade nicht entscheiden Ich habe ohne die Liste geguckt Ich könnte es auch nicht Ich schon Ja Ja Ich sage dir mal Drei meiner ganz heißen Kandidatinnen Die ich rauskicken könnte Ich weiß, dass du eine davon garantiert nicht nehmen würdest Aber du sagst mir mal, wen du davon nehmen würdest Also ich hätte auf der Liste Candice LeRae Carmella Und Schotzi Blackheart Ich schwanke zwischen Carmella und Schotzi Ja, Carmella finde ich nerviger Schotzi ist mir egal Ja Also Bei Candice wusste ich, dass du sie nicht nimmst Okay Ist ja die Frau von Von Johnny Wie heißt er? Gargano Ich finde die im Ring Macht die eigentlich auch einen guten Job Ach ja Von den drei auf jeden Fall noch den besten Ja, das stimmt Aber sie haben sie jetzt so vom Gimmick her Haben sie sie genau dahin gepackt Wie eine Schotzi eben auch So in alle möglichen Himmelsfarben gefärbte Haare Und irgendwie so auf möchte gern böse Ganz viele Nieten dran Also das geht mir bei Schotzi auch so auf den Sack irgendwie Dass So die Frauen, die so Badasses sein sollen Die sehen alle gleich aus Die haben alle irgendwie so total krass bunte Haare Die haben alle überall Nieten und Ketten und was weiß ich wo dran Die sehen alle aus wie die letzte Punkband hinterm Ofen hervorgezogen Und das geht mir so ein bisschen auf den Keks Aber Die sind beide im Ring deutlich besser Finde ich auch als Carmella Und auch nicht so nervig Und deswegen würde ich glaube ich auch Carmella nehmen Weil die hat sich so kaputt operieren lassen Optisch denke ich mir Da nehme ich lieber Da will ich lieber Charlotte Flair im Ring sehen Und dann geht mir ihr Gekreische Sowas von auf den Sack Im Ring ist sie unerträglich Und jetzt auch von der Fähigkeit Nicht so überragend Von daher Raus mit Carmella Jawohl Dann schmeiß ich noch Carmella hinterher Was? Ist doch nobody Mina denn Carmella? Ja ich komm da auch schon seit Jahren nicht irgendwie hinter ihr Gimmick Irgendwie wenn sie dann da immer so aufgebaut wird Das übelste Powerhouse was sie alle auseinander rupft Und dann macht sie ein paar Superkicks Und alle Vierteljahr macht sie mal so ein Big Splash Wo sie nur auf die Knie landet Und Ach nee Also ich weiß nicht Die Tamina ja im Ring nichts Ich weiß nicht Mikrofon Hat die schon mal ein Mikro in der Hand gehabt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern Und mal eins gesehen hat sie bestimmt Sie ist jetzt schon mal an einem vorbeigelaufen Und mal so Mal reingegrunzt oder so Also ja Also ich finde Tamina hätte man eigentlich schon vor 5 Jahren entlassen können Eigentlich vor 10 Jahren War sie da schon in der BWI? Ich weiß nicht Ja Tamina Haben wir doch mal schön aufgeräumt hier Auf jeden Fall Ja mit dieser Top 3 können wir glaube ich auch den Wrestling Teil erstmal beenden Auch wenn ich viel Wrestling geguckt habe Beziehungsweise sehr viel Dokus Ich habe auch Es gab letztens diese Dark Side of the Ring Oder wie nennt die sich? So eine Dokureihe von Vice Da gab es jetzt eine Folge über den Ultimate Warrior Eine ziemlich vernichtende sogar Aber was da interessant war War dass die mit der Ex-Frau von ihm geredet haben Also vor Dana Warrior Wir kennen sie alle Die Frau die nach unten lächelt Die kleine Schwester von Angie Merkel Genau Davor gab es eine andere Frau Und die erzählt wirklich sehr sehr interessante Sachen über ihn Und sie lässt auch wenig Schlechtes am Warrior Aber der Rest der Doku ist schon ordentlich vernichtend Aber dazu vielleicht später nochmal ein bisschen mehr Und ich habe auch angefangen das letzte AEW Pay-Per-View zu gucken Es war wieder Zeit für Double or Nothing Bis jetzt hat mich das nicht so begeistert Und es war mal wieder ein Kampf Der erste Kampf seit 6 Jahren von Sting Zusammen mit Darby Allen Dieser dünne Skater Der sich auch so einen Totenschädel anschminkt Fand ich ein ganz interessantes Match Sting hat sich nicht blamiert Das war schon mal okay Aber so richtig hinterm Ofen hervorgelockt Hat mich das jetzt auch alles nicht Aber will ich jetzt auch nicht so ins Detail rein Aber ich habe ziemlich viel Wrestling geguckt Muss ich schon irgendwie sagen Bin ich gerade wieder ziemlich hot 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 Ja was sagt er Habt ihr noch was zum Thema zu sagen Sonst machen wir hier einen Haken dran Und haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben Für die Leute Die sich jetzt diesen langen Wrestling Part angehört haben Der dann doch ganz schön explodiert ist Schauen wir mal einen kleinen Vorgeschmack Auf unsere Top 3 Die jetzt gleich folgen wird Wir gehen jetzt in den Themen-Talk Wir haben jeder ein paar Top 5 Top 3 Listen vorbereitet Top 3 Und die Leute Die anderen Wissen natürlich nicht Was auf sie zukommt Und es wird jetzt gleich Sehr viel spontan wahrscheinlich Interessant Interessante Sachen von uns zu erfahren geben Wir werden reihum immer gehen Was ihr so für Top 3 Sachen Von dem anderen wissen wollt Meine Güte Was für eine beschissen Anmoderation Ihr werdet es schon verstehen Wenn es gleich läuft Sagen wir mal so Läuft Absolut Ich bin völlig in the game Ich glaube ich habe mittlerweile auch 32 Grad hier drin So Guck mal ich habe einen Fleck Sehr witzig Wer will nochmal anfangen Wer fängt der mal an mit seiner Top 3 Ich hatte mir das ja so gedacht Man stellt seine Top 3 vor Also die Frage die man jetzt hat Dann gibt man schon mal ein Beispiel vielleicht Aus seiner eigenen Sicht dafür Und währenddessen haben die anderen schon mal Zeit Ein bisschen zu überlegen Okay Damit es nicht so spontan ist Sondern gehen wir einfach mal reihum Und jeder kommt mal dran Ich habe übrigens gehört Dass Mirko ungefähr 25 Top 3 Listen vorbereitet hat Also wenn das jetzt ganz ganz schnell Ganz so viel Wie viel hast du vorbereitet Christian? Na 5 Wie es ausgemacht war Ja genau Ich auch Genau Ich bin halt so ein Übererfüller Du bist Streber Du bist ein übelster Streber Du hast in der Schule bestimmt Du geschnipst beim Melden Das habe ich geschnipst beim Melken Hier so die Sich so melden Hier 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 Ach beim Melden Nur Arm festhalten Ich habe Melken verstanden Melken Ich habe dann beim Melken schnipst Naja egal Mirko hat geschwitzt beim Melken Genau Ich habe auch nicht aufgehört Bis die Kuh leer war Bis Blut aus dem Häuter kam Also wenn wir merken sollen Dass diese 15 Top 3 Die wir uns überlegt haben Warum haben wir eigentlich nicht Top 5 genommen Ist auch egal Wenn diese 15 Top 3 Die wir vorbereitet haben Wenn das jetzt so schnell gehen soll Dass wir merken Ach du meine Güte Wir sind ja erst bei 4 Stunden Podcast Dann hat der Mirko noch ein paar Asse im Ärmel Genau So Wer fängt an Ich Fang an Geil Ich fang einfach an War ja auch deine Idee Muss man fairerweise sagen Und deshalb Weil ich anfange Trinke ich noch einen kleinen Schluck Das macht Sinn Das macht richtig Sinn Dann gucke ich noch mal Meine Achse So richtige Podcast Profis Sind wir halt einfach Wir haben das halt im Blut Leute deswegen Ich habe eine Top 3 Und zwar habe ich mir aufgeschrieben Filme Die du immer wieder schaust Und komplett auswendig kennst Drei Stück Die man immer und immer wieder guckt Ich fang auch mit eben an Praxis Bülubung zählt nicht Nein zählt nicht Mirko Ich bin auch gespannt Mirko Ob bei dir irgendein Film Oder eine Serie kommt nach 1960 Gut ist okay Ich fang mit dem Film an Und das ist der Film All Inclusive Komödie Mit Vince Vaughn Ah Wo die da hier so Auf einer Hier in Urlaub fahren Hier so Pärchen-Therapie Und so weiter Kenn ich Auf Hawaii glaube ich sogar Das sieht aus wie Hawaii Auf jeden Fall Oder irgendwie sowas Und Das ist ein Film Ich kann den Immer wieder gucken Ich habe ihn immer wieder geguckt Ich kann ihn auswendig Und Ja es ist einfach so lustig Und wahrscheinlich ist das immer so Weil wirklich so übelst tolle Aufnahmen Von der Kulisse dort gemacht sind Dass ich da wirklich Ich gehe da ab Also da geht mir inner ab Also das ist ein Film Den habe ich zum Einschlafen geguckt Den habe ich geguckt Wenn ich schlechte Laune hatte Dann habe ich mir den auf Amazon Damals gekauft Schön dass er eine Woche später Prime war Danke ihr Wichser Und Ja Alles so eine Geschichte Ich habe ihn auf Blu-ray Ich habe ihn auf DVD Ähnlich wie mit Snow Oana jetzt Das Mein erster All inclusive Hast du auch 500 Stunden drin Insgesamt garantiert Ja So Ich habe übrigens gerade die Trüffel von euch rausgeholt Hier die ihr mir zugeschickt habt Zur Geburt der Tochter Die sind nämlich immer noch nicht leer Ich habe ja letztes Mal schon zwei Davon gemacht Ach guck mal Ein paar sind schon noch mehr weg Aber Jetzt wird es noch ein paar da Weil wenn Mirko gleich schon wieder Irgendwas hier sagt Von wegen hier Weiß ich nicht Notruf Hafenkante oder so Dann Dann kommt mal wieder so ein Ding da Ja ja Top 3 Ich glaube da gibt es viel Anlass War es für mich da einfach mal wieder So ein Ding rein zu prügeln So Dann Nehm ich mal einen Film Würde ich sagen Wenn ich jetzt schon so schön rede Ich würde nehmen Wie machen wir denn Top 1, 2, 3 Oder 3, 2, 1 Einfach 3, 2, 1 3, 2, 1 Okay Dann nehme ich Platz 3 bei mir Das wäre Dracula Tod aber glücklich Mit Leslie Nielsen Oh Okay Den habe ich damals Also lange nicht mehr Aber den habe ich damals so oft geguckt Ich konnte wirklich jeden Dialog auswenden Ich habe mich einfach kaputt gelacht Über diese Von Mel Brooks ist ja glaube ich Regie und so weiter Er fällt über diesen Slapstick Humor Ich habe mich kaputt gelacht damals Ähm Ja Und kann glaube ich heute noch sehr viele Dialoge aus diesem Film Sehr schöne Rolle von Äh Jetzt komme ich gerade nicht drauf Die nackte Kanone Leslie Nielsen Leslie Nielsen Hä Habe ich ja gesagt wohin ne Ja eben Und Mel Mel Brooks Mel Brooks Das wollte ich eigentlich sagen Der hat Regie geführt Genau Mel Gibson Mel Gibson Genau Mel Gibson als Mel Brooks Jesus von Mel Gibson Da So ein richtiger Stimmungsfilm Der ist auch so lustig Ich mache jetzt mal zum Mitraten Ich mache ein Zitat aus dem Film Das kennt ihr garantiert Ich hätte auch noch ein zweites Aber das ist dann zu einfach Ähm Und ihr versucht mal zu raten Bumsen macht die Beine schwach Äh Bang boom bang Nein Ah Hat der Weiß der Christian Ne Rocky 1 Ah Ne Da sagt doch sein Trainer Das ist ja traurig Dass mir das nie eingefallen ist Das hat Micky zu ihm gesagt Na klar Genau Lass die Hände von der Adrian Bumsen macht die Beine schwach Genau Dann steht er da am Sand Sagt Bumsen macht die Beine schwach Genau Stimmt Ich hätte auch hier Äh Äh Hätte ich auch noch machen können Aber das wäre zu einfach gewesen Das hätte man jetzt Ja Es gab im Bang boom bang Aber einen ähnlichen Spruch Das kann sein Ich kenne übrigens beide eurer Filme Die ihr bisher genannt habt Nicht Also ich kenne sie schon Dem Namen nach Habe sie aber noch nicht geguckt Ähm Ja Rocky 1 Ähm Wir waren damals Das ist jetzt traurige Familiengeschichte Ne Gerade meine Mutti vom Falli geschieden irgendwie Und wir waren dann kurz untergekommen Bei Onkel und Tante Und die hatten Videorekorder Mit einer VHS Videokassette Da war unter anderem drauf Ähm Das Mädchen Irma Ladous Auch ein schöner Film Der ist vor 1960 fürchtig Ich glaube ja Und halt Rocky 1 Und ich habe Rocky 1 rauf und runter geguckt Bis der Videorekorder das Band ausgespuckt hat In kleinen Stückchen quasi Ne Und fand ich mega Ich war damals so 8, 9 Jahre alt irgendwie Und fand ich total faszinierend So die Geschichte ne Vom kleinen Boxer irgendwie Der dann die große Chance irgendwie bekommt Und wie er dann anfängt zu trainieren Und zwei rohe Eier trinkt und so ne Und die Schweinehälften verprügelt Und dann Adrian kennenlernt Mit dem kranken Bruder Pauli Der sich dann da als Manager aufspielen will Und ist für mich ein absoluter Kultfilm Kann ich auch heute immer noch gut gucken Und ja auch so die Geburtsstunde Von Sly Stallone So als ernstzunehmenden Schauspieler glaube ich Ja Ich glaube schon War halt mal kein Porno Da hat er glaube ich sogar Hat er nicht da auch das Drehbuch geschrieben Ja ich glaube ja Alles Regie geführt glaube ich auch Regie nicht Aber das Drehbuch Aber wollte er gerne Glaube ich So als immer Reihe rum war Da bin ich noch Jetzt ist der Christian dran Platz 2 Weil ich wollte eigentlich ohne Ranking Aber ist ja bei einer Top 3 Eigentlich so Blödsinn ohne Ranking zu machen Dann nehme ich jetzt meinen Platz 2 Und das ist bei mir Braveheart Braveheart Ich glaube einer der Filme Wenn ich ihn gucke Wo ich immer heule Also spätestens wenn Mel Gibson Dort Freiheit blägt Also ist bei mir vorbei Da ist bei mir vorbei Deshalb fand ich das damals Wahrscheinlich auch so toll Wo Triple H War es bei WrestleMania Hollywood War das 20? Mania 21 21 Wo es dort die Filme Dort so gemacht hatten Und so Das war so geil Und Triple H dort Ach herrlich Habt ihr die Outtakes gesehen Wo Ric Flair mit dem Esel los wollte Ja 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 Das war so geil Also Braveheart Muss bei mir einfach In diese Liste rein Ich hab diesen Film Unzählige Male Alle schon gesehen Und ist für mich einfach Ein Epos Den man auch Den jeder mal gesehen haben Muss auf jeden Fall Und ich mag auch Mel Gibson sehr gerne Okay Ja ähm Da könnte ich jetzt Aber nix von mitsprechen Aber gut Wenn man so oft geguckt hat Dann geht das bestimmt Ähm Zweiter Platz bei mir Wäre Bang Boom Bang Ich hab's grad schon gesagt Das ist ja auch so ein Gag Feuerwerk irgendwie Und Kommt natürlich auch so ein bisschen Hier von meiner Herkunft Das ist ja so ein Ruhrpott Film Irgendwie Und mit dieser Ruhrpott Romantik Es gibt ja sogar so einen Ausdruck dafür Ich glaub diese Unna Trilogie Oder so Von Peter Thorwart Der da die Regie geführt hat Ähm Da gibt's den Film Goldene Zeiten Äh Was nicht passt Wird passend gemacht Und Bang Boom Bang Und von den drei Filmen Fände ich definitiv Bang Boom Bang Am geilsten Äh Der hat ja sogar so einen Kultcharakter hier Dass jeden Freitag Im UCI in Bochum Dieser Film läuft In einem Kino Okay Und das seit Veröffentlichung des Films Also seit mittlerweile über 20 Jahren Äh Ich war übrigens bei der 20 War das 20 oder 15 Jahre Feier war ich da Da haben die H-Blocks Die ja einen Großteil des Des Soundtracks gemacht haben Die haben da live gespielt Draußen auf dem Auf dem Außenplatz von dem UCI Und in jedem Kino vom UCI Lief dieser Film Und der Cast ist so da durchgegangen Ne Der hat dann immer noch kurz Bevor die Vorführung losging Zwei, drei Sätze gesagt Und äh Das ganze Kino war proppevoll Und das ist schon echt lustig Wenn bei so einem Film Diese markanten Dialoge Von fast jedem mitgesprochen werden Das war schon echt ein Erlebnis Äh Geiler Film Richtig geile Komödie Und ähm Letzte Rolle von Dieter Krebs übrigens Mega gut gespielt Auch von ihm Okay Letzte Rolle von Dieter Krebs Okay Ähm War damals schon so schlimm krank Dass sie ihm seine Frisur Und den Bart, den er hatte Angeklebt haben Also der hatte kein eigenes Haar mehr am Körper Ja Auch die beiden Filme Kenn ich Hab ich nicht geguckt Tatsächlich Weder Braveheart Noch Bang Boom Bang Was stimmt mit mir nicht Fragt ihr euch Aber hallo Ich bin's der Mirko Ne Ganz normal Ähm Ja Noch nie Braveheart gesehen Nein Noch nie Braveheart Geht ja auch Geht ja nicht über drei Stunden Als ob du keine Zeit dafür hast Ne Hab ich nicht Die Zeit brauche ich zum Laberalarm aufnehmen In mir In mir ist gerade wieder Ich glaube in meinem Gehirn In meinem Gehirn ist schon so So ein extra kleiner Schwamm Der Mirko heißt Und immer wieder Gehen so kleine Stücke weg Ja mach Trüffel Richtig Rinder mit Der hat noch nie Braveheart gesehen Das soll mir eine Lehre sein Jetzt mit den Trüffeln da Was haben wir denn jetzt hier Was hartes Französischer Brandy Französischer Brandy Rinder Rinder Prost Auf Ex Okay Birko Ich kann damit leben Ich kann damit leben Aber in mir ist was gestorben Jetzt kommt glaube ich Auf Platz 2 ein Film Den findet ihr aber auch Also es gibt glaube ich Keinen der den Film Nicht gut findet Braveheart zum Beispiel Nein Auf einer ganz anderen Schiene Und zwar Asterix erobert Rom Kann ich immer wieder gucken Das ist gut Hab ich auch ganz oft geguckt Damals Ähm Hier mein Mein Stiefpaps Mit dem meine Mutter Auch heute noch zusammenlebt Betamax hatte der damals Noch Videorekorder Mit diesen kleinen Videokassetten Da hab ich dann zum ersten Mal Asterix erobert Rom drauf geguckt Und seitdem immer wieder Ich hab den mittlerweile Als Blu-ray hier zu Hause Ich find diese Szene legendär Und auch immer noch So eine Sozialkritik Irgendwie Das Haus das Verrückte macht Ja Wo sie diesen Passierschein A38 da rausholen müssen Ja Finde ich mega Und kann mich auch noch An ganz viele andere Sachen erinnern Wo sie sich dann Diesen Berg hocharbeiten Ich weiß gar nicht Ob es der Olymp ist Und obendrauf wird ihnen dann Diese Prüfung gestellt Was sich dann als Waschmittelwerbung Herausstellt Ne Von wegen hier Welches dieser Handtücher ist weicher Weil das ist mit Kuschelweich gewaschen Ich weiß jetzt nicht mehr Wie das Waschmittel heißt Oder wie die da Ähm Da gibt's dann doch Diesen Sperrwerfer irgendwie Der nur eine Körperhälfte Trainiert hat Wo er dann hier Übelts Bums hat Und da total magersüchtig ist Oder wo Asterix Dann diesen Gladiator da Diesen Judo-Car In der Arena Da aufs Kreuz liegt Ich kann mich da An so viele von diesen Prüfungen Erinnern Weil ich den Film halt auch Zigmal geguckt habe Ich glaube das letzte Mal Vor zwei, drei Jahren Oder so Das ist schon wieder Ein bisschen her Und das ist für mich So ein absoluter Kultfilm Irgendwie Ich finde ich Kann man als Kind gut gucken Und genauso gut als Erwachsener Irgendwie Das hat irgendwie Nichts verloren So bei mir Finde ich Über die Jahre So Jetzt kommen die Dinge Ich muss Ich muss natürlich Auf Platz Nummer eins Muss bei mir natürlich Ein Jackie Chan Film landen Muss Muss ein Jackie Chan Film landen Und jetzt kommt das Krasse Es ist keiner Dieser Kultteile Sondern eher ein Teil Also ein Film Der ziemlich unter dem Radar ist Und auch von Kritikern Ziemlich Ja Runter gemacht wurde Es ist nämlich der Jackie Chan Film Under Control Under Control Ist ein Film Wo auch eine kleine Liebesgeschichte Mit drin ist Jackie Chan hat dort Ein bisschen Pinke Pinke Und so Und lernt dort Ein kleines Fischermädchen kennen Und ist so eine kleine Liebesgeschichte mit dabei Und ich hatte ja immer Die Angewohnheit Dass ich Eigentlich ist das bis heute Obwohl heute nicht mehr so Dass ich immer zum Einschlafen Einen Film geguckt habe Und das war immer Derselbe meistens Der war Da war dieselbe DVD War dann meistens W3 Wochen drin Ist so Und dieser Film Under Control War ewig da drin Und da drin Der Film hatte einen Soundtrack Der eigentlich glaube ich Gefühlt bloß aus drei Liedern bestand Was ich mir dann besorgt hatte Und das lief dann bei mir Auch im Auto Rauf und runter Und das So eine Maxi-CD Ja wahrscheinlich Das war eine Maxi-CD Reicht Und das war dann So ein komisches Chinesisches Gedudel Wo das dann nur Kinte Kinte Ich hab's doch so drinnen Und diesen Film Der war für mich so Entspannt Hat aber zwei richtig Coole Fight-Szenen gehabt Mit die besten Die ich finde Von Jackie Chan Und Ja Dieser Film Muss einfach mit rein Ich hab überlegt Ob ich bei Jackie Chan Police Story reinnehme Rush Hour Das sind so die Drunken Master Meister aller Klassen Das sind die Die hab ich auch Rauf und runter geguckt Aber ich muss Einfach den Film Under Control nehmen Und falls den jemand Von euch kennt Und gut findet Lasst es mich wissen Es interessiert mich wirklich Weil den echt Nicht so viele kennen Also ich kenn den auch Aber meiner Chan-Liste Wär da ein bisschen Weiter unten tatsächlich Bei den Weißen Mein Liebster ist Jackie Chan Is Nobody Tatsächlich Wegen dieser richtig Geilen Kampszene Am Ende Da auf dem Hochhaus Dach Dieses Triple Threat Ding Ja 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 Aha Jetzt müsste ich Eine Praline essen Genau So mach dir mal Eine durch die Leitung Drücken hier Ja Jackie Chan Ist jetzt nicht so Mein Thema Ich bin noch Bespann Ob ihr zu dem Film Ist das jetzt Was Neues Für euch Oder was Das hast du so oft Nie kommuniziert Ja ich bin mal gespannt Ob ihr zu meinem Top Also dem ersten Platz Was sagen könnt Ich sag nur so viel Voll auf die Blombe Schwing Wayne's World Wayne's World Party Time Excellent Ist glaube ich Der Film den ich In meinem Leben Am allermeisten Geguckt habe Und Auch schon ewig Nicht mehr Aber Wo ich auch sagen muss Der zweite Teil Der hat mir auch Sehr gut gefallen Ist ja auch sehr ungewöhnlich Dass der zweite Teil Dann irgendwie auch So vom Niveau Irgendwo Also er ist Schon deutlich alberner Aber ich fand ihn Trotzdem auch sehr sehr lustig Und haben mir beide Sehr gut gefallen Und natürlich der erste Teil Ist also der Der Ursprung Allen Übels Und ja Hat mich natürlich auch Genau in dieser Phase erwischt Wo ich auch so als Teenie So ein bisschen Die Rockmusik Für mich entdeckt habe Und das war natürlich schon Irgendwie alles cool War so das Mein Go-To Irgendwie Wenn ich Spaß haben wollte Und alle Kumpels Kannten den Film Und das war War irgendwie einfach So eine gemeinsame Basis Schönes Ding Ja bei mir jetzt Auf Platz 1 Kommt auch wieder so ein Ding Da schleime ich mich Bei ganz vielen Leuten Mit ein quasi Glaube ich Zwei Himmelhunde Auf dem Weg zur Hölle Kann ich immer wieder gucken Okay Einer meiner absoluten Lieblingsfilme Mein liebster Spencer und Hill Film Und vor allen Dingen Weil ich den Film Auch ein bisschen Emotional tatsächlich finde Es gibt so eine Szene Da kriege ich immer So ein bisschen feuchte Augen Ich weiß nicht Wie gut ihr euch Noch an den Film Erinnern könnt Aber es gibt da ja Die stürzen ja im Dschungel Ab mit ihrem Flugzeug Und die treffen da Auf diesen alten Diamantschürfer Mato heißt der glaube ich Wenn ich mich richtig erinnere Und den begleiten die so ein bisschen Und dieser Mato Der möchte einmal Die große Stadt sehen Ich weiß gar nicht Um welcher Stadt Da geht Geht es da um Rio de Janeiro Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Wo die da abstürzen Und am Ende des Films Haben die beiden Dann halt ihr großes Flugzeug Irgendwie zusammen repariert Keine Ahnung Und fliegen dann Richtung Ich glaube Rio de Janeiro Ist es tatsächlich Und der Mato sitzt halt da Im Flugzeug Mit seinem Hund dabei Den er mitgenommen hat Und guckt aus dem Fenster Und hat Tränen in den Augen Und dann so Ah ich bin so alt Und dass ich das noch erleben darf Ich finde das so wunderschön Und so Und dann während die dann halt Da hinfliegen Stirbt der Mato dann Der schläft ganz friedlich ein In dem Flugzeug Und sein Hündchen Hat dann seinen Kopf Da auf den Schoß Von dem Mato gelegt Und winselt Und so eine schöne Traurige Musik spielt Ich finde sowieso Die Musik immer grandios In den Spencer Hill Filmen Muss ich ja mal sagen Von ich weiß gar nicht mehr Wie hießen die dann noch Das wusste ich auch Italienische Gruppe Komm ich jetzt gerade nicht drauf Allgemein in älteren Filmen War die Musik besser Wie heute finde ich Da ging es halt wirklich Um Musik Heute hast du halt wirklich Bloß so ein akustisches Instrumentales Gedudel Im Hintergrund Irgendein Orchester Was irgendeine Action macht Aber damals War es was anderes Ja wobei heutzutage Hast du ja ganz oft Richtigen Also richtigen Ja wie nennt man das denn Also so hast einfach Chart-Hits so ungefähr Oder es werden halt Hits gemacht Durch die Filme heutzutage Aber wie viel Filmst du so Action-Schwillern und so Ich finde das ist so austauschbar Da läuft immer diese gleiche Spannungsgeladene Mucke Da hast du schon keine Ahnung mehr Welchen Film du guckst irgendwie Das stimmt Na weitermann googelst du gerade Wie die heißen Ja ich kann sonst nicht schlafen Ich hab von denen auch CDs Zu Hause Also ich Auf jeden Fall bei der Szene Kriege ich regelmäßig Tränen im Auge Ich finde das so schön irgendwie Und ansonsten ist das für mich Auch einer der besten Spencer-Hill-Filme Die beiden waren auch Absolut im Saft Irgendwie zu der Zeit Und das Setting Finde ich cool Mit diesem Absturz Da im Dschungel Und wie sie sich dann Da halt durchprügeln Und so ganz klassisch Und dann halt diese Emotionale Geschichte Mit dem Mato dann dazu Der Schauspieler Heißt übrigens Cyril Cusack Und ich hab mir Ein zweites Loch in den Arsch gefreut Da haben meine Frau und ich Wir haben Ich weiß gar nicht mehr Wie heißt denn das noch Weltenbummler Mit Hardy Krüger geguckt Das war in den 90er Jahren Ist Hardy Krüger dann immer So durch die Welt getingelt Und war dann in Irland Und da war er an der Theaterbühne Und hat dann da mit so einem Eingeborenen Sag ich jetzt Mit so einem irischen Schauspieler Gesprochen Und ich zu meiner Frau so Das ist Cyril Cusack Das ist Cyril Cusack Das ist Mato Da haben sie den Schauspieler Da nochmal gezeigt 80 Jahre später Hab mich mega gefreut Den halt nochmal zu sehen Ich kannte den halt Nur aus diesem Film Fand ich mega doll Und ja Zwei Himmellhunde auf dem Weg Zur Hölle für mich Ja einer meiner liebsten Filme Aller Zeiten Auf jeden Fall Schön Na hast du was rausgefunden Weidemann Oliver Onions Ah ja genau Oliver Onions Genau Ja Jo Sind wir durch Mit den Top 3 Movies Ne Sollen wir jetzt In der Reihenfolge Einfach bleiben In der Rotation In der Rotade Dann wäre der Weidemann-Run Ja pass mal auf Was ich hier für ein Thema Hab doch Ich hab Angst Die Top 3 Der Zerrissenheit Bei welchen Sportlern Schauspielern Musikern Ist euch klar geworden Dass man die Kunstfigur Beziehungsweise den Künstler Von der Privatperson Trennen kann Beziehungsweise besser sollte Wir haben auch schon mal Darüber geredet Da ging es um Hulk Hogan War schon mal Thema hier Und seid ihr weiterhin Fan der Arbeit Desjenigen Boah Boah ist das schwer Da fällt mir spontan gar nichts Ich sag Ja doch Da wird euch noch eine Menge Einfallen glaube ich Hoffentlich Ich fange mal an mit meinem Platz 3 Und das ist auch der Zu dem ich mir am wenigsten Gedanken gemacht habe Das wird für mich jetzt auch Interessant Und zwar Bill Cosby Die letzten Jahre Komplett im Ruf Ruiniert Aufgrund verschiedener Frauen Die ihn verklagt haben Wegen irgendwelcher Sexuellen Übergriffe Ich muss aber direkt Dazu sagen Dass ich Mich damit Ganz ganz wenig Befasst habe Weil das für mich Ein ziemlicher Schock war Weil die Rolle Die er als Vater Cosby Wie hieß er in der Serie Nochmal Bill Huxtable Bill Huxtable Genau Diese Rolle Die hat er so bei mir Irgendwie eingebrannt Dass ich Ich konnte das nicht fassen Wo ich das gehört habe Dass dieser Charakter Den er in der In der Serie Immer gespielt hat Dass der so ein Ja der im Endeffekt Frauen damit erpresst hat Ja Dass sie da ihren Job Quasi behalten können Oder einen Job bekommen Und so weiter Indem sie da Irgendwelche sexuellen Gefälligkeiten Ihm Ihm geben Und Deswegen muss ich sagen Ich hab mich da echt Von abgeschirmt Weil ich Trotzdem Mir gedacht hab Okay das ist halt Die Privatperson Bill Cosby Ich will aber trotzdem Gerne noch eine Folge Cosby Show genießen können Wenn ich sie mal irgendwo sehe Weil ich hab das Immer liebend gern geguckt Als Kind Und hab das da auch Wirklich so für mich Abgeschlossen So nach dem Motto Okay Da war ich Kind Da wusste ich alles gar nicht Was sowas ist Mit Vergewaltigung Und so Da hab ich die Cosby Show geguckt Und deswegen Kann Also Ich würde jetzt nicht sagen Ich bin weiterhin Fan Der Arbeit von Bill Cosby Aber wenn ich irgendwo Eine Folge Cosby Show Sehen würde Würde ich sie wahrscheinlich Gucken und trotzdem Lachen können Und auch das ausblenden können Was er als Privatperson Für ein Perverser Tyrann Anscheinend ist Mhm Das wäre mein Platz 3 Dann bin ich jetzt glaube ich dran Machen wir ja so Um die Rotation weiter Bei mir ist es Kevin Spacey Oh du bist so gemein Ey Ja dann kannst du ja auch Gleich was dazu sagen Christian Auf jeden Fall Ich finde ihn Grandiosen Schauspieler Ich Capex Ist einer meiner Absoluten Lieblingsfilme L.A. Confidential Ich weiß nicht Wo er noch überall mitgespielt hat Ich glaube bei 7 Hat er auch diesen Wahnsinns Serienkiller gespielt Zum Beispiel Jo Und auch noch ganz viele Hauz auf Karts Das war ja so das letzte Während das lief Ging es glaube ich so langsam los Mit diesem Vorwurf der sexuellen Belästigung Beziehungsweise nicht nur Vorwurf Er hat ja glaube ich dann auch Vor Gericht irgendwie gestanden Oder es wurde ihm bewiesen Oder wie auch immer Ne der ist ja frei Das ist ja bis heute nicht bewiesen Ist nicht bewiesen Okay dann kennst du dich da besser aus Als ich Ja auf jeden Fall finde ich ihn Grandiosen Schauspieler Ich habe ihn immer super gerne gesehen Ich finde auch die deutsche Synchronstimme Total klasse Oh ja Die er hat Passt wie Foss aufs Auge Ja auf jeden Fall Das macht er auch noch eine Menge Positiv aus Und Verhandlungssache Fällt mir auch gerade noch ein War auch so ein super Film mit ihm Ja Ja Also richtig richtig guter Schauspieler Ja der jetzt halt auch Keine Jobs mehr kriegt Irgendwie schade Und ja Man ist da wirklich Wie du schon sagst Die Liste der Zerrissenheit So Ich würde ihn eigentlich gerne Wiedersehen in Filmen Aber eigentlich Solange das nicht Hundertprozentig Widerlegt ist Kann man ihn mit Gutem Gewissen besetzen Ich würde es wahrscheinlich selber auch nicht tun Wenn ich das irgendwie zu verantworten hätte Aber ja Kevin Spacey Ja Ja Christian Sag du erstmal was dazu Weil zu Kevin Spacey Würde ich auch gerne noch was sagen Ja der Mirko hat ja eigentlich alles gesagt Und es schlägt ja so ein kleines bisschen in die Kerbe Sag ich mal Wie bei Bill Cosby jetzt Es geht ja irgendwie immer so Ja Der Mirko hat alles gesagt Und ich war damals auch so ziemlich erschüttert gewesen Also Weil das ja auch so ein Ich war dann sofort hier bei dem Film Wie hieß er American Beauty War ich hier sofort gewesen Wo er ja auch so Eine Rolle in dieser Art halt spielt Und da habe ich mir gleich So reingeschossen Dieser ganze Film Und ich habe mir gleich so richtig gedacht Ach du Scheiße Soll sich das bewahrheiten In irgendeiner Form und so Weil Kevin Spacey war auch so ein Ja durch die Rollen Aber trotzdem hat er immer für mich So ein Saubermann-Image gehabt Ich weiß es Es war so ganz komisch Ich kann das ganz schwer beschreiben Und Auch wenn der Mirko mir das jetzt vorgegriffen hat Ich will ihn trotzdem bei mir mit drinnen lassen In H3 Weil der ist mir auch mit so als erstes eingeschossen Aber mir sind jetzt noch andere eingefallen Aber die würde ich gerne ein bisschen weiter nach vorne setzen Bei Also Kevin Spacey habe ich auch lange überlegt Soll ich ihn auf Platz 3 setzen Oder Bill Cosby Und dann habe ich doch Bill Cosby genommen Weil bei Kevin Spacey bin ich noch mega zerrissen Und weiß nicht Ob ich die Privatperson von der Kunstfigur trennen kann Weil seine Rollen so unterschiedlich sind Für mich hat er keine feste Kunstfigur irgendwie Denn wir hatten immer mega Bock House of Cards zu gucken Wir haben aber nie angefangen Und ich lasse jetzt gerade deswegen die Finger davon Und ich glaube auch meine Frau hat aktuell so gar kein Interesse zu sagen Ja komm dann lass mal House of Cards anfangen Weil das noch so irgendwie im Raum fliegt irgendwie Das ist schon irgendwie Das ist schon komisch Was das mit den Den Rollen Die Dieser Mensch dann gespielt hat Eben auch macht Ja Jo Ja sind wir einmal rum mit Platz 3 Würde ich sagen Mein Platz 2 Oder hat Christian noch einen eigenen Platz 3 Oder wolltest du den Space Ich bleib Nimm auch den Spacey Okay Das wird ja wahrscheinlich hier und da nochmal passieren Dass wir einfach dieselben Plätze auch besetzen Ähm Ich mach weiter mit meinem Platz 2 Wird euch wahrscheinlich gar nichts sagen Mein Platz 2 ist Phil Anselmo Das ist der Sänger von Pantera Beziehungsweise Down Also zwei Zwei Bands Die ich super gut finde Und Pantera ist ja auch eine der Bands Die mich damals überhaupt mit Geformt haben In meiner Begeisterung für den Heavy Metal Und Ja ist eine mega ikonische Band Ähm Und ich hab jahrelang gedacht Okay Diese Band kann sich ihr Image eigentlich nicht mehr kaputt machen Weil mittlerweile sind der Gitarrist und der Drummer tot Und es kann keine Reunion mehr geben Die irgendwie peinlich sein könnte oder irgendwas Und ich hab eigentlich gedacht Okay diese Band wird für immer so Ne Das wird einfach so ein Monument sein Äh Ja Und Dann passiert Dass das zwei Der Mitglieder der Band Sich doch oft ganz schön blamieren Der eine auch schon zu Zeiten Der hat einfach nur ein sehr starkes Alkoholproblem Der Bassist Der hat sich hier und da schon so ein bisschen daneben benommen War aber alles so Okay der ist halt einfach durch So hat man gedacht Aber Der Sänger Phil Anselmo Hat sich jetzt vor ein paar Jahren So richtig in die Nesseln gesetzt Indem er bei einer Seiner nachfolgenden Bands Auf irgendeinem Konzert Ja Den rechten Arm gehoben hat Und White Power gesagt hat Und Dann Im Endeffekt Sich Versucht hat Irgendwie rauszureden Aber es steht immer noch so ein bisschen im Raum Ja er posiert dann auch viel Irgendwie Ja ich hab doch hier auch schwarze Freunde Und Versucht sich irgendwie zu rechtfertigen Ja ich war stinkbesoffen Und das war eigentlich nur gemeint Dass da einer vom Ku Klux Klan war Den er kennt Und wo er sagt Ne der muss raus Und hier Er wollte ihn so gesehen Also er hat sich immer weiter in die Scheiße geritten Wie man das jetzt so hört So nach dem Motto Er wollte ihn eigentlich von dem Konzert rausschmeißen Und verbannen Aber Man stellt sich glaube ich nicht einfach so auf die Bühne Hebt den Arm und sagt White Power Also Der hat sich da ordentlich Weggeflext In seiner Wahrnehmung bei mir Und Da ist es aber nochmal ein bisschen einfacher für mich Die Person Die Privatperson Von dem Ja Von dem Geschaffenen zu trennen Weil Er ist ein Bestandteil einer Band Und Es gibt noch andere Unterschiede Es gibt zum Beispiel eine Band So im Alternative Rock Bereich Da ist rausgekommen Dass der Sänger Leute dafür bezahlt hat Minderjährige und Kinder Hinter seine Bühne zu bringen Also der ist wirklich als Pädophil geoutet worden Und hat das eben nicht versucht Dieses Problem Wenn du erkennst Ich bin Pädophil Oder stehe da irgendwie drauf Dann kannst du dir auch helfen lassen Aber er hat es wirklich eingesetzt Und hat das ausgelebt Sowas wäre für mich verbrannte Erde Die Band würde ich mir nie wieder anhören Aber Wenn ich jetzt weiß Okay der ist halt ein Idiot Das ist halt ein dummes Arschloch Ein Rassist Kann ich das trotzdem ganz gut Von diesem Machwerk der Band Und dem Lebenswerk Doch irgendwie trennen Vor allem weil ich weiß Dass bei der Band Eigentlich der Gitarrist und der Drummer Waren auch Brüder Beide wie gesagt mittlerweile tot Dass die eigentlich für das Haupt Auskommen der Band gesorgt haben Naja und der Sänger Halt einfach sich die Birne so kaputt gemacht hat Im Laufe der Zeit Dass er irgendwie so einen Quatsch Jetzt mittlerweile macht Da kann ich auch Und deswegen bin ich auch weiterhin Fan von der Band Weil ich die anders kennengelernt habe Und Ja Er halt Ich ihn heute halt Irgendwie anders sehe als damals Aber Ich kann da die Kunst Doch sehr stark und gut Vom Künstler trennen Ja Dann bin ich jetzt mit Platz zwei Also ich Kenn den Ich kenn Pantera ein bisschen Aber ansonsten Die Background Story Zu dem Sänger Natürlich kenn ich gar nicht Ich hab mal ein Album Hab ich mir von Pantera mal gekauft Fabian Driven Gibt's das? Ja ne? Man hat recht Wenn man sich da so ein bisschen Mit einlässt in ein Thema Dann fallen dann doch so ein paar Leute ein Bei mir ist jetzt Platz zwei Klaus Kinski Jo auch gut Grandiosa Grandiosa Du dumme Sau Wolltest du den Schon wieder an den? Nein Nein Das hat er ja gesagt damals Hier zu dem Regisseur dort Diese legendäre Szene Du dumme Sau Dann nimm doch deinen Klaus Kinski Du bist ein Zwergenregisseur Genau Genau Klaus Kinski ist super Ein grandioser Schauspieler Also ein Naturereignis So auf der Leinwand Wenn man den so in Edgar Wallace Filmen gesehen hat Oder speziell bei diesen Filmen mit Ich will immer Roman Herzog sagen Das ist ja der alte Bundespräsident Werner Herzog Hieß der Regisseur Der Regisseur Roman Herzog Wir müssen mehr Einheit wagen Genau Die Neujahrsansprache 1900 Wann war der am Abend? Keine Ahnung 90er, 2000er Also 0,0 96 Das war richtig Meisterwerk Ja Klaus Kinski Ganz viele grandiose Filme Ich weiß noch hier Wie hieß noch der zweite Nobody Film Nobody ist der größte Mit der Eröffnungsszene Mit Klaus Kinski Wo die da diese Pokerrunde Haben, wo Klaus Kinski Kennt ihr den nicht? Den zweiten Nobody Film Mit Terence Hill Das sagt mir jetzt nichts Also ich kenne den Film Aber mir sagt die Szene jetzt nichts Das ist die Eröffnungsszene Vom zweiten Nobody Film Da ist Klaus Kinski ist an einem Pokertisch Und dann kommt Nobody rein Und bringt ihn irgendwie auf die Palme Und die beiden duellieren sich dann auch Wie es ausgeht Könnt ihr euch denken Also es gibt so ganz viele legendäre Filme und Auftritte Oder Klaus Kinski als Nosferatu Oder so Und er ist halt auch so Abseits der Kamera Eine absolute Kunstfigur Und Kultfigur gewesen Das ist ja auch ganz viel Inszeniert gewesen Mit diesen Wutausbrüchen Hat er selber mal gesagt Wenn ich in der Talkshow bin Die Leute erwarten Dass ich ausraste Ja sollen sie kriegen Und Drogen waren halt auch im Spiel Und dann kamen ja halt noch Die Vorwürfe Von seiner Tochter war es glaube ich Dass da halt auch Sexuelle Geschichten Irgendwie gelaufen sind Mit dem Papa Und das ist halt das Was ich dann ausblenden möchte Wenn ich mir die Schönen Klaus-Kinski-Filme angucke Und was mir Gott sei Dank Auch ganz gut gelingt Ja ist natürlich auch wieder So ein Thema Mit dem man sich nicht Zu sehr auseinandersetzen sollte Weil man dann vielleicht Irgendwie doch einen Hass Auf diese Figur Dann irgendwie kriegen kann Und das macht einem dann Ganz viel von vielen Schönen Filmen und Momenten Irgendwie kaputt Deswegen versuche ich das So ein bisschen Auszublenden Da gelingt mir das Gerade noch irgendwie so Aber das ist schon hart An der Grenze Wenn es dann wahr ist Also ich glaube Die Tochter Ich bin mir nicht ganz sicher Ob es die Tochter war Oder irgendwie eine andere Verwandte Die hatte glaube ich So ein Buch rausgebracht Wo sie das dann Offengelegt hat Dass er wohl sexuell Irgendwie was von ihr wollte Ich weiß gar nicht Ob da auch was gelaufen ist Ich habe mich da Absichtlich nicht so Sonderlich mit beschäftigt Muss ich gestehen Aber ja Klaus-Kinski Genie und Wahnsinn Ja auf allen Ebenen Würde ich mal sagen Aber schöner Pick Absolut Ich habe mich da auch Nicht so informiert Über die Privatperson Irgendwie Auch in der Musik Jetzt Und ich bin Überraschung Ich bin Bei Amy Winehouse Aus dem Grund Wahrscheinlich ein perfektes Beispiel Aus dem Club der Was war es? 24 27 27 Wo damals die ganze Geschichte Um Amy Winehouse Losging Die Musik Also für mich hat die Ja total gebockt Mich hat die Komplett gekriegt Also dieser Dieser Jazz Und diese Zerstörte Stimme Und wo man sie das erste Mal Gesehen hat Dann auch diese Zerstörte Frau Dazu einfach Aber die Musik Hatte einfach so richtig Die hat was Ich höre das Album Heute noch Die ganze Zeit Rauf und runter Ich habe es Im Auto Und im Büro Bei mir Und Back to black Genau Genau Und Das trifft eigentlich wirklich Die Faust aufs Auge Und da kann man in der Musik Ja so viele Beispiele Was so Drogen und Alkohol Einfach nur im Club der 27 Aber Amy Winehouse Ich habe diese Musik Einfach so abgefeiert Und ich habe dann immer Wenn ich dann ein Musikvideo Dazu gesehen habe Und diese Frau Mit diesen übelst dünnen Ärmchen Und Beinchen gesehen habe Habe ich dann immer so gedacht Oh mein Gott Ey Die ist das Die ist durch Und wenn du dann so Die Interviews gesehen hast Wo sie wieder rotzevoll war Oder Auftritte Die sie verkackt hatte Und so Da gibt es ja so viele Beispiele Und das Das war einfach der Wahnsinn Und das wollte ich dann halt Immer wieder ausblenden Weil ich halt wirklich die Musik Einfach klasse fand Bis heute klasse fand Und das hat ja natürlich Ein richtig beschissenes Ende Dann genommen Und ja Deshalb bei mir Amy Winehouse Ja Gibt glaube ich Ganz viele Beispiele Wo das irgendwie so ist Die stellst du in ein Studio Vor ein Mikro Oder auf eine Bühne Und die sind mega genial Und der Mensch dahinter Ist einfach nur kaputt Und wenn nicht das Bühnenlicht an ist Oder das rote Recordinglicht Dann sitzen die da Und sind ein Häufchen Elend Und müssen sich halt irgendwie betäuben Ist schon heftig Auf jeden Fall Ja Aber schönes Album Auf jeden Fall Ist auch so ein Ding Das verbindet Leute Du als Hip-Hopper Ich als Metaller Trotzdem können wir beide Amy Winehouse hören Und sagen Oh das ist schön Das ist schön Der Emi Der Emi Der Emi Ja Ich hab was Auf Platz 1 Ist eigentlich Ist jetzt nicht so fern Und endlich wieder Wrestling Der Ultimate Warrior Ist bei mir auf Platz 1 Ja Ich krieg einfach Dadurch Dass ich mich in letzter Zeit Auch sehr viel mit Dokumentationen Auseinandersetze Und seit so dieses ganze Wrestling Fieber Bei mir wieder da ist Hab ich auch geguckt Dass ich mir diese DVD Die die WWE Eigentlich vom Markt genommen hat Diese Self-Destruction Of The Ultimate Warrior Diese nach seiner Letzten Entlassung Irgendwie gemacht haben Um ihm nochmal richtig Einen mitzugeben Ähm Ich versuch da immer mehr So ein klares Bild Raus zu arbeiten Weil es gibt Sachen Die einfach mega positiv Dargestellt werden So dieses hier Always Belief Diese letzte Doku Die sie nach seinem Tod Gemacht haben Von der WWE Aber eben auch Sachen Wie jetzt diese Dark Side of the Ring Von Vice Ähm Hier über den Ultimate Warrior Oder eben Diese Self-Destruction Und Was Alle diese Dokumentationen Bei der einen wird es ausgelassen Bei der anderen wird es sehr ausgerollt Was die alle gemeinsam haben ist Keiner ist mit dem klar gekommen Der war ein mega Egoist Der wollte auch nicht dazulernen Der hat ganz klar den Leuten Ins Gesicht gesagt Hör mal Ich bin nicht hier Um jetzt irgendwie der perfekte Wrestler zu werden Ich will berühmt werden Ich will reich werden Ich will Diese Marke Den Warrior aufbauen Und das hat sich ja hochgesteigert Bis zu einem gewissen Wahnsinn Wo er seinen Namen geändert hat Und Ja Diese Marke Den Warrior So teuer an die WWE Verkaufen wollte Dass irgendwann sogar Vince McMahon gesagt hat Hör mal Vergess es Hau einfach ab Und In den ganzen Dokumentationen Merkt man einfach Hinter der Bühne Ist kaum jemand mit dem klar gekommen Und es war einfach Anscheinend ein sehr schwerer Egoist Und Nach seiner Karriere Ist er ja sehr verbittert auch geworden Hat Viele Videos gedreht Hat auch glaube ich Einen eigenen YouTube Kanal Wo er irgendwie Ganz wirre Sachen Auch erzählt hat Und Das Schlimmste Ist dann auch Dass er auch noch politisch geworden ist Also hat sich irgendwie Politisch engagiert Und war dann in der Sehr konservativen Ecke Hat sich öffentlich In eine Universität gestellt Da gibt es auch YouTube Videos zu finden Wo er eine Rede halten wollte Und da haben ihn die Studenten Irgendwie aus der Fassung gebracht Und hat er richtig von der Leber gelassen Also spontan Ja und da ist halt alles drin Rassismus Schwulenfeindlichkeit Und so weiter und so fort Und eigentlich Wenn man das so sieht Kriegt man echt auch Wut Auf diesen Typ Und das ist halt Mega konträr Zu dem Wie ich ihn als Kind Wahrgenommen habe Weil da war das einfach Der personifizierte Superheld Der auf einmal da ist Und Der mich einfach umgeblasen hat Und ohne den Ultimate Warrior Wäre ich glaube ich als Kind Nicht so ein großer Wrestling Fan geworden Wie ich es damals war Und das war für mich Einfach so der Größte Und es wird für mich Wirklich zunehmend schwerer Die Privatperson Von dieser Von diesem Charakter zu trennen Weil du immer Offensichtlicher merkst Okay Im Ring hat er wirklich Nicht so viel drauf gehabt Und Hätte er mal lieber damals Ein bisschen mehr Aufs Ding auch gehört Der damals sein Trainings Und erster Tag Team Partner ist Und so Und es wird immer schwerer Für mich diese Gloriose Figur Den Ultimate Warrior Noch so gut zu finden Wie ich ihn damals als Kind fand Ich konnte das lange Zeit Ganz gut ausblenden Aber es wird immer schwerer Irgendwie Und es kommt immer mehr Ans Tageslicht Wo ich mir denke Meine Fresse Was für ein Was für ein komischer Mensch Ja Deswegen Mein Platz 1 Der Ultimate Warrior Und da bin ich wirklich Mega zerrissen Immer mehr Hm Okay Nicht vorbei Aber so als Privatperson Gerade so auch Was so das Thema Politik angeht Ist er für mich So halt das Beispiel Eines schlechten Patrioten Leider So aus meiner Ja Wie sagt man Oberflächlichen Sicht Weil er halt auch Erzkonservativ war Er hat die Waffenlobby Unterstützt Und was man da sonst noch So alles von ihm Dann so gehört hat Also hat sich da auch Sehr instrumentalisieren lassen Für die Jetzt muss ich gerade überlegen Die Republikaner Sind die eher rechtsgerichtet Nicht die Demokraten Logischerweise Ja Ist da für viele Leute In den Wahlkampf gezogen Irgendwie mit gewetzten Messern Und hatte halt auch Dieses erzkonservative Feld Irgendwie sehr bedient Wo ich eigentlich Mich gar nicht so wohl fühle Also ich würde Fürchte sogar John Wayne hätte für Donald Trump Wahlkampf gemacht Also so weit kann man Ich glaube ich Fast sogar schon gehen Ist nicht so unwahrscheinlich Auf jeden Fall diese These Aber ich liebe halt Meine John Wayne Filme Ich habe irgendwie Alle DVDs Die es irgendwie gibt Und finde den Typen Einfach als Schauspieler Grandios Aber ja Wofür er dann so stand Irgendwie abseits Der Kinoleinwand Da kann ich mal Absolut gar nicht Mit connecten Im Gegenteil Das stößt mich sogar Er so ab Das sind dann So diese Ja weiß ich nicht Wie so zwei Ungleiche Magnetpole Ich komme da nicht ran Irgendwie an sein Mindset Irgendwie Und will ich auch gar nicht Und ist halt mega schade Weil das ist wahrscheinlich Bei dir genauso Mit dem Ultimate Warrior Irgendwie den will man Einfach bewundern Und einfach toll finden dürfen Und wenn man dann mal So ein bisschen gräbt Irgendwie Abseits der Rolle Was ist da so los Dann ist da halt nichts Irgendwie wo man sich denkt Alles klar Dafür steht er Dafür stehe ich auch Deswegen ja John Wayne Irgendwie auch sehr ambivalent Bei mir Ich bin mit meinem Platz 1 Auch nochmal In der Musik Und Es wurde ja schon So ein kleines bisschen Angesprochen Ich bin ja so Von früher Ich bin so ein kleiner Hopper So ein kleiner Hip-Hopper So Musik Die ich bis heute gerne höre Also wirklich die Hip-Hop und R&B Szene Der Ende 90er 2000er Das war meine Zeit Und ich habe sie geliebt Und ich möchte aber Ein aktuelles Beispiel Bringen Und das ist der Rapper Künstler 6ix9ine Den möchte ich jetzt bringen Ich Schäme mich fast ein bisschen Dafür Dass ich die Mucke Total feier Ich feier die Mucke Total von ihm Er so das ältere Also älter Wenn man da von 2-3 Jahren Überhaupt sprechen kann Ist für mich Party-Mucke Ist für mich Also einwandfrei Aber Früher War ich Leute Rap-Szene Hip-Hop Da ging es um Geld Frauen Geld Frauen Autos Und so ein bisschen Drogen Und so ein bisschen Gin and Juice Und dann halt so ein bisschen Umgebringe Noch so Leute So unter anderem So ein bisschen umgebringe Ja so ein bisschen umgebringe Und da Früher fand man das Irgendwie cool Und Aber dann Wirst du irgendwie älter Und dann siehst du jetzt So in hier Wie 6ix9ine Der echt talentiert ist Der Bengel Der macht da Richtig geilen Schisse Ich weiß gar nicht Wie alt der ist 24 Älter ist der nicht Wenn der überhaupt Das wird auch so ein 27 Das sag ich euch jetzt Übrigens schon Und den siehst du jetzt Du siehst du siehst Du siehst eigentlich Okay er hat ja so eine Tätowierte Fresse Und alles Eigentlich so ein übster Babyface Typ Und man denkt sich so Ja Wenn der Interviews macht Oder so irgendwelche Livestreams Der ist auch raus Der ist raus einfach Ne Und es Und umso älter man selber wird Und man einfach die Musik feiert Und man selber weiß Es geht halt nicht nur um Autos Geld Frauen Ein bisschen umgebringe Ne Also Das Diese Welt Wird halt irgendwie Immer ferner Und das ist Ich hab mich da jetzt Nämlich auch so ein Kleines bisschen gesehen Ähm Wo der Weidemann Jetzt vom Ultimate Warrior Gespielt Äh gesprochen hat Ja Ist bei mir wirklich Genauso Früher fand man das total geil Und man Ist so Rumgerannt mit seinen Baggies Und mit seinen breiten T-Shirts Okay vielleicht renne ich heute Manchmal immer nur so rum Ist man da so rumgerannt in den Disney Und fand sich so total cool Und jetzt merkt man aber Ha Eigentlich Ist es nicht cool Ist ja gar nicht die Bronx Da bei dir Ist ja gar nicht die Bronx Hier bei mir in Sachsen Was ist hier los Ich hab auch immer mein Fleckchen An der linken Hosentasche On the on the left side Das ist die Crip-Side Ähm Ja Es ist halt irgendwie Die Welt wird immer ferner Obwohl sie Obwohl man damit aufgewachsen ist Das ist so ein ganz komisches Gefühl irgendwie Aber die Musik Feier ich Ähm Halt wie die Sau Und ja Six Nine Ist einfach ein perfektes Beispiel Gerade Okay Ja Das war Dann würde ich sagen Ist der Mirko mal mit einer Top 3 dran Ne Ja Ich überlege die ganze Zeit Welche ich denn jetzt so nehmen soll Das ist ja so das Problem Wenn man hier Die Qual der Wahl hat Pass auf dann Genau Dann such mal raus Ich gebe noch einen letzten Satz Äh Der glaube ich ganz gut zusammenfasst Äh Worum es gerade so ein bisschen ging Bei dieser Top 3 Am besten wäre jetzt was lustiges übrigens Das war ja teilweise doch sehr ernst Mhm In der Ultimate Warrior Dokumentation Hat ein schwarzer Ähm Künstler Ich glaube ein Comedian Hat glaube ich gesagt Ich Dass er sich trotzdem total gefreut hat Dass der Ultimate Warrior In die Hall of Fame kam Obwohl er alles vorher wusste Über den Ultimate Warrior Was so in den letzten Jahren Wie er sich selbst da kaputt gemacht hat Und sein Andenken kaputt gemacht hat Er hat gesagt Ich habe mich trotzdem gefreut Weil der Ultimate Warrior war damals Als ich ein Kind war Der der gesagt hat Glaub an deinen eigenen Krieger in dir Und mach das was du willst Und so weiter Wofür der Ultimate Warrior halt gestanden hat Und wo er auch gesagt hat Das hat mir auch irgendwie geholfen Mich von meinem Vater Und so abzukapseln Und mein Ding halt zu machen Ähm Und bei der Einführungszeremonie Habe ich genau an diese Person gedacht Und mir war scheißegal Wer der Privatmensch dahinter war Wie gesagt Mir fällt halt mittlerweile immer schwerer Das so zu machen Und das finde ich schon stark Bei einem Schwarzen Der jetzt eben sagt So meine Güte Der war eben auch total Rassist Und so weiter So im tiefsten Inneren halt Ne Das ist schon krass Ja Gut Leute Dann äh Ja Schnallt euch mal an Jetzt kommt Meine Top 3 Und zwar Möchte ich von Euch wissen Eure Top 3 Für Locations Für Dates Dem auf keinen Fall Ein zweites Date folgen soll Also stellt euch vor Ihr habt irgendwie Jemanden gedatet Wurde angesprochen Und denkt euch hinterher Meine Güte Diese Kuhfladenfresse Habe ich keinen Bock drauf Und dann müsst ihr euch Irgendwie ein Date überlegen Wo ihr mit ihr hingeht Wo ihr genau wisst Okay ne Da kommt die nie wieder Also eine Location Fürs zweite Date Oder was Nein eine Location Wo ihr fürs erste Date hingeht Und ihr seid euch sicher Nach dem ersten Date Gibt es kein zweites Weil das erste Fand sie so scheiße Dass sie nie wiederkommt Ah ja okay Warum gehe ich denn dann Auf ein Date Ja ihr seid halt Man ist halt höflich Und will nicht einfach Wie man das heute so macht Eine Whatsapp schicken Kein Bock Keine Zeit Ich bin tot Ich bin tot Oder was weiß ich Sondern man versucht Das Ganze so Als wenn man früher Vom Arbeitsamt So einen Jobvorschlag Gekriegt hat Du musstest da hingehen Sonst wurde dir die Kohle gesperrt Stellt euch das mal so vor Ihr wohnt noch irgendwie Bei Muttern oder so Und die sagt Wenn du nicht zu dem Date gehst Dann kriegst du kein Taschengeld mehr Oh Gott Und dann musst du ausziehen Ja genau Deswegen Willst du dann irgendwie Eine Location Wo du dir sicher bist Okay Da hat die keinen Bock drauf Wenn die da hingeht Und ich fange jetzt mal Mit was ganz naheliegendem an Ich würde dann mein erstes Date Zum Beispiel In mein Nerdzimmer verlegen Sehr gute Idee Und direkt sagen So macht dir nichts aus Wenn wir die Kamera einfach mal laufen lassen Ich brauche doch eben hier Genau Machen wir gleich mal ein YouTube Video davon Ja Dann sieht halt Uschi Kaminski Oder wie sie heißt dann Wenn sie hier reinkommt Was denn so meine Interessen sind Da ist nichts mit romantischer Spaziergang Irgendwie mit Händchen halten Am Strand oder so Sondern dann wird sich mal Den ganzen Abend irgendwie Werden sich dann bei den Masters Figuren In den OVP angeguckt Oder sowas Oh Gott wie geil Und das wird sich dann halt mal überlegen Was war denn das coolste Playstation 2 Spiel irgendwie Das heißt dann einfach mal Hier so in die Nerdhöhle rein Sich da dann mal hinsetzen Und dann mal so ein bisschen Über meine Hobbys erzählen Ich möchte mit euch wetten 95% suchen Nicht so einen Freund irgendwie Der so viele kindliche Hobbys hat So wie wir Das ist absolut richtig Könnte gut klappen Das könnte sehr gut klappen Das ist der Christian daran Gott sei Dank Ich kann auch überlegen Ja ja Weil es ist nämlich Eine verdammt schwierige Frage Muss man sagen Also eine Location Wo ich genau weiß Dass die Frau dann sagt Ich hab eh keinen Bock Genau Dann nehm ich jetzt die Sauna Ich nehm die Sauna Scheiße Ich wollte auch sowas in die Richtung nehmen Mit oder ohne Handtuch Ich nehm Ja ohne natürlich Ich nehm da die Sauna Das was so richtig sagt Wissen Man lernt sich so grad Nicht mal unbedingt disse und so Da ist vielleicht dann schon Die erste Helmschwelle weg Sondern was weiß ich So wirklich ganz ungezwungen So eine Arbeitskollegin Richtig gut Eine Arbeitskollegin Find ich grad richtig Man quatscht Und dann Eigentlich können wir uns So auch mal privat treffen Ich würde dich gerne Kennenlernen Ja das ist eine super Idee Christian wo geht man hin Morgen ist Nacktsauna Bei dir Kommt bestimmt super an Aber wenn die dann sagen Ja Dann stehst du auch da Verdammt Ich bring meine Mama mit Genau jetzt bring ich Mama mit Aber ich find die Idee Jetzt gar nicht so blöd Ne ich Die Sauna ja Okay Mist ey Ja scheiße Ich wollte nämlich sagen Aber der Hintergrund ist ein anderer Ich würde nämlich sagen Ja Hallenbad Ne Treffe uns im Hallenbad Gibt's Pommes Gebe ich dann aus Eine Runde und Okay Aber ist am Hallenbad denn so schlimm Ja da muss man sich ja nackig machen Und da wird sie direkt merken Ach du meine Güte Ne ich glaub Ich glaub den brauch ich gar nicht wieder treffen Ich weiß ja nicht wie du ins Hallenbad gehst Aber ich hab da immer ne Shorts an Ja gut Das ist ja nicht alles was man so körperlich Ist ja auch mittlerweile ganz gut Haare auf dem Rücken Und was weiß ich so Da sieht man gar nicht mehr Ob du was anhast oder nicht Dann rasiert man sich halt mal nicht Den Rücken oder so Und dann lässt man halt mal die Pocke Richtig raushängen Kommt dann so Fragen wie Sag mal hast du ein Bigfoot T-Shirt an Ne ne Und dann schön Wenn man dann eben Im Nichtschwimmerbecken Gemeinsam ist dann immer schön Die Frau nass spritzen und so Das könnte auf jeden Fall klappen Dass das dann Zu seinem Kein zweiten Date kommt Ist cool Okay Okay Dann bin ich wohl dran Mit Platz zwei Ich hab mir überlegt So ein schönes Navy Seals Bootcamp Das wäre doch auch was Mit so einem schönen Sergeant Drill Instructor Hier wie bei Wie heißt nochmal der Kubrick Film Full Metal Jacket oder so Private Paula Blablabla Der die ganze Zeit anplögt Du musst Liegestützen machen Ich weiß nicht was du noch machen musst Irgendwie mit dem Strohhalm Zur Titanic runtertauchen Oder so Was die sich da so überlegen Bei den Navy Seals halt irgendwie Du kotzt Schwitzt Rotzt Blut und Wasser Bist platt Ohne Ende Ich natürlich auch Ich würde glaube ich Das auch verfluchen Ganz ehrlich Das ist jetzt auch nichts Wo ich mich per se So drauf freuen würde Aber da bin ich mir auch Ziemlich sicher Das machen die wenigsten Damen mit Oder falls ich mir halt Irgendwie mal Einen homosexuellen Partner Irgendwie da mitnehmen würde Ich glaube da wird keiner Lange durchhalten Es sei denn ich würde Irgendwie Stallone daten Oder sowas Genau Meldet euch dann an Einfach zum WWE Tryout Ist glaube ich so ähnlich Wie so ein Bootcamp Performance Center Genau Genau Schön von wildem Mod Einmal durchwalgen lassen Genau Der ist auch entlassen Übrigens Ah ja schön Bildemod Ja Ich nehme Sehr schöne Idee Ich nehme Eigentlich auch schon fast Böser Hintergedanke Ich nehme die Spielothek Dann stehst du da Hast du nochmal 5 Euro So schön die Spiele Aber ich habe gar kein Geld dabei Ich habe ein gutes Gefühl Komm gib mir nochmal einen Honi Was soll ich dazu Jetzt noch sagen Spielothek Ey bin ich übrigens so früh Dass ich So früh So froh Dass ich echt fern bin Von so einer Scheiße Dass man da Dass ihn das so erwischt hat Aber ich glaube Das kann auch gut Abschreckend sein Wenn man wirklich Zu so einer Heulen sagt Wir kommen Wir gehen heute Abend Direkt in die Spiele Obwohl ich ja auch Schon so ein bisschen Die Befürchtung habe Dass das heutzutage Bei der Jugend Eher cool ist Zu sowas hinzugehen Weil das ist ja nun mal Durch YouTube Twitch und so So ein bisschen Schon doch Finde ich Verharmlost worden Die ganze Geschichte Also wenn man da Streams sieht Und was weiß ich nicht alles Und das sind Zigtausender Massen Dort unterwegs Und klar können die Am Anfang sagen Das ist nicht gut Und macht das nicht nach Naja toll Das ist hier wie bei Wrestling Never tries it at home Und wie viele Unfälle wird es geben Von Leuten die das Einfach mal so machen Ja 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 Wer hat nicht damals Seinen kleinen Cousin Am Suplex verpasst Genau so sieht es nämlich aus So eine schöne Powerbomb aufs Sofa Hat jeder gemacht Hat jeder gemacht Toomstone auf der Waschbetonplatte Uiuiui Ja Deshalb ich Ich nehme die Spilo Ja Ich bleibe mal beim Wrestling Warte mal beim Rock'n'Roll Wrestling Bash Nein Könntst du mich da mal Einladen dazu Ich aber Das ist eine Mischung Aus Rock'n'Roll Konzert Und mega Trashige Hinterhof Wrestling So gesehen Also steht ein Wrestling Ring Wo das Publikum Drum rum steht Und dann ist auch noch Eine Bühne Wo so eine Rock'n'Roll Band ab und zu spielt Alles super trashig Und auch mega übertrieben Mit so Kunstblut Ins Publikum Und also es gab Es gibt aber Ein Ein Charakter Das ist so ein Metzger Der auch wirklich Dann die ganze Zeit Irgendwie so Blutiges Mett Und so was Ins Publikum schmeißt Und da schön Wird so groß So groß sein Wie bei deinem Nerd Room Also das wird Keiner so geil finden Ja Weiß ich auch nicht Dann ist das wirklich Blind vor Liebe Aber das kann ich mir Nicht vorstellen Deswegen Ja ich hab kurz überlegt Entweder Abendessen Bei Mutti Oder Drei-Nasen-Macken-Podcast Erst auf Platz 1 Weil meine Mutti Sich aber gut benehmen kann Da hab ich mich jetzt Für den Drei-Nasen-Macken-Podcast Entschienen Weil ja Da wird mal richtig Die Hose runtergelassen Und ja Okay Das ist verdammt gut Bei Mein Platz 1 Ist dann wichtig Dass Die Holte Frau Oder Mann Ist ja egal Ortskenntnisse besitzt Und zwar würde ich mir Den schäbigsten Imbiss aussuchen Den es in der Stadt gibt Wo wirklich jeder weiß Da geht man nicht hin Da geht man nicht hin Und das ist aber eigentlich Nur ein Stehimbiss Oder so Und ich würde der sagen Ich hab geklärt Dass wir dort drinnen Essen können Und dass uns ein Tisch Da reingestellt wird Irgendwie sowas In die Richtung Aber so ein richtig Schämiges Ding Dass wenn Die erste Reaktion Wenn man demjenigen Das dann sagt Ist so Hä Da kann man doch gar nicht sitzen Oh doch Das machen die Für euch Ich kenn den Chef Ich kenn den Chef Genau Ich war da mal Koch Sehr gut Und dann wieder so Als zweite Frage Durchkommt Ach du willst schon Dass das Essen dort Scheiße ist Oder das Gesundheitsamt War dort Und einfach so Ja na und Deshalb schmeckt's Bratfett Musst nun mal Zwei Wochen drinnen bleiben Irgendwie sowas Also das Ja Ja Das ist mein Platz 1 Ja Boah Jetzt wird's schwierig Also erster Platz Habt ihr jetzt gut vorgelegt Ich hatte auch sowas Im Kopf Wie mir Wie Christian So eine Irgendso ein Richtige Schäbige Location Raussuchen Ja ich würde dann sagen Ich koch selber Und würde mir einfach Die ranzigste Bude Von irgendeinem Kollegen Von mir So eine richtige Single Bude Würde ich mir erstmal Irgendwie dann ausleihen Für den Abend Und würde sagen Ich koch selber Und würde natürlich auch dafür sorgen Dass es richtig ekelhaft wird Also ich hau alles voll Mit ganz viel Ingwer Ganz viel Knoblauch Dazu kommt dann Irgendwas was gar nicht passt Kakao Kakao Das hört sich schon mal ganz gut an Vielleicht noch so ein Riesenstrauß Wie heißt der nochmal Nicht Basilikum Thymian Thymian Ja ne Thymian ist eigentlich ganz lecker Aber wahrscheinlich nicht zusammen mit Kakao Als Nachtisch dann schön Biscuit am Stiel So als Eis Ja Ich würde Ja so ein Biscuit Kann man überall dann reinlassen Auch so in das Sauberflüge Was ich da gerade so Ja auch ne Schönes Biscuit Dressing Ja also ich würde so richtig schön Alles falschrum zusammenstöpseln Und Ich würde das dann So ganz genussvoll essen Ich kann das vorgeben Eine gewisse Zeit Also so richtiges Durchfall essen Und Ja Wie gesagt die Bude auch vom Kollegen Sag ich ihm einfach Hör mal brauchst du nicht aufräumen Komm leb dich Eißer zwei Wochen aus Und lass die Pizzakartons und alles liegen Und Ja dann mach ich da mein Date Und mach auch ne Kerze an Ja Oh du Romantiker Dann bin ich mal gespannt was die Lady sagt Alter schwere Döter Mir ist jetzt gerade fast noch ein besseres Für den ersten Platz eingefallen Und zwar bei uns Öffentliche Toilette Und da schön Picknick Irgendwie so mit einer Picknick Decke Die du hinterher nicht mehr von der Decke runterkriegst Weil die so festklebt Hier ist doch schön Lass doch hier hinsetzen Genau und nebendran steht einer Der drückt sich gerade einen Schuss oder so Obwohl so schlimm ist es bei uns Gott sei Dank nicht Aber es gibt ja eine so eine öffentliche Toilette Da war ich einmal drin Stinkt wie die Sau Wirklich wie das Urinstein Museum Irgendwie oder so Keine Ahnung Und du hast echt Angst um deine Schuhsohlen Wenn du da reingehst Weil das so klebt Du denkst dir jedes Mal Okay jetzt ist der Schuh kaputt Jetzt laufe ich barfuß Aber Und da dann schön mit einer Picknick Decke hin Irgendwie Lecker Bis Kieneis am Stiel Lecker Gut Lecker Lecker So die erste Runde ist rum Dann kann Christian jetzt mal seine zweite Top 3 machen Eure Top 3 eigentliche Berufswünsche Oh hatte ich auch Oh okay Traumjobs hatte ich hier Ja Ja Ist der Weile Ach ich muss ja anfangen Ich muss ja anfangen Ja Haben wir ja gesagt Ja ja Ist bei mir Platz 2 Platz 3 ist gerade schwierig Weil ich das ziemlich spontan mache Ich nehme mal auf Platz 3 jetzt wirklich Koch Ich wollte eigentlich mal Koch werden Aber Grillen kann er Das kann ich bestätigen Man hört ja dann trotzdem immer so ein kleines bisschen auf seine Eltern Und die haben ihn dann schon so ein kleines bisschen begreiflich gemacht Naja Wochenende feiern und so Ist dann nicht mehr Und Abends rechtzeitig zu Hause sein Ist dann nicht mehr Und Dir wird ganz viel Dein Rücken wehtun Ja Wenn man das so mitkriegt Auch bei Im Bekanntenkreis Dass Leute die halt Koch sind Oder so Ist halt wirklich ein absoluter Knochenjob Ne Und In Job wurde halt Jetzt nicht unbedingt viel verdienst Das gehört ja nun mal auch dazu Und Deshalb Leider Nicht Koch geworden Ja Gern mal zwölf Stunden am Stück Oder so Was man so hört Genau Genau Also das Ich fände das auch einen mega interessanten Job irgendwie Aber Ja Da überwiegen so viele Schattenseiten Irgendwie das ist schon krass Ja Die drei Sachen die ich jetzt aufgeschrieben habe Die kommen gar nicht Von dieser Richtung Sondern Das sind einfach so Kindheitsdinger Irgendwie Ja Ich nehme mal das Offensichtlichste Weil ich ja auch in Bands unterwegs bin Und natürlich hat man sich irgendwann Als das alles mal anfing gedacht Boah wäre das geil Wenn das klappen würde Und ich werde der große Rockstar Ne Und kann davon leben Und Mach jetzt hier Was weiß ich Ne Die nächsten Metallica auf Oder so Natürlich ist das irgendwo Ein Gedanke Der aber ganz ganz schnell begraben wurde Weil erstens war ich gerade frisch In der Ausbildung Als Als überhaupt die ersten Bands so Entstanden sind An denen ich mitwirken konnte Weil meine Fähigkeiten Dann mal so langsam da waren Ja Und da war natürlich nur so eine Träumerei Also Nichts Ernsthaftes Die lustigeren Sachen Die kommen gleich erst noch Ja Womit fange ich denn mal an Ja Eine Sache Die ich mir damals Interessanter vorgestellt habe Als sie dann Fürchte ich im Alltag wirklich ist Und zwar Habe ich eine ganze Zeit Mal so damit geliebäugelt Ohne dass ich jetzt Das schulisch hingekriegt hätte Psychiater Hätte ich mir eine Zeit lang Sehr interessant vorstellen können Mal so in die Abgründe Der menschlichen Psyche abzutauchen Das war aber Bevor ich im Krankenhaus Angefangen habe zu arbeiten Wir haben nämlich auch Eine Psychiatrie bei uns Das heißt Wir kriegen da auch So einiges angeliefert Und da sind so Sachen dabei Wo ich denke Okay Jetzt Ich wäre Psychiater Jetzt müsste ich mit denen Irgendwie ein Diagnosegespräch führen Hast du aber keinen Bock drauf Ich möchte ihm am liebsten Die ganze Zeit Nur eine Fresse hauen Weil er so bekloppt ist Also es gibt Wirklich ganz viele Ganz liebe Menschen Die wirklich irgendwelche Tiefen psychischen Störungen haben Es gibt aber auch welche Die sind einfach so schräg drauf Und so baller baller Dass ich einfach nur Schreien vor denen Weglaufen würde Aber im Prinzip So die menschliche Psyche Finde ich sehr interessant Was sich da so Für Abgründe auftun Was dann so Was einen prägt Was einen beeinflusst Was man dagegen machen kann Um seine eigenen Gedanken Irgendwie auch zu steuern Und lauter solche Sachen Deswegen dachte ich Eine Zeit in einem Psychiater Wäre bestimmt Ein interessanter Beruf Ist er vielleicht auch Aber ich fürchte Ich wäre nicht dafür gemacht Kann ich mir sehr gut vorstellen Ist auch ein Themengebiet Was mich auch schon immer Sehr interessiert Also Psyche und so Unterbewusstsein Und alles so in den Geschichten Ah das hat mich auch schon Immer so interessiert Das war ja damals Ich habe ja nur Weil mich das interessiert hat Musst du dir mal vorstellen Als ich damals Mein Fachabitur nachgeholt hatte Und ich musste ja natürlich Ein Fachabitur in Technik machen Weil ich ja Einen technischen Beruf gelernt habe Und ich habe dann gehört Dass man Als Wahlfach dann Zum Beispiel sagen kann Ich möchte jetzt ein Fachabitur In Soziales noch mit dazu machen Da muss man nämlich bloß Zwei Fächer noch dazu machen Und das ist Psychologie und Biologie Und da habe ich mir gesagt Nur weil mich Psychologie interessiert Habe ich das gemacht Habe ich das einfach mitgemacht Und der Unterricht war richtig krass Der war richtig krass gewesen Bei dieser Psychologie Lehrerin Die wir da hatten Da hast du echt gedacht Die hat selber einen Knacks weg Also das war irre Die war so bekloppt gewesen Ach war sie Aber nee Darum soll es jetzt nicht gehen Bei mir Platz zwei Geht aber in eine ganz ähnliche Richtung Ich wollte nämlich mal Streetworker werden Das war dann nämlich auch so das Ding Ähnlich so angespickt An das jetzt hier Weil ich dann ihr Fachabitur Soziales noch mit reingegangen hatte Und weil Ich ja auch Immer mit dem Gedanken gespielt habe Irgendwas Soziales zu machen Ich habe auch damals Musstet ihr ja bestimmt auch mal In der Schulzeit Hier so ein Praktikum Muss man ja machen Bei uns mal so in der neunten Klasse Ist ja überall anders Und ich habe damals Mein Praktikum zum Beispiel Im Kindergarten gemacht Weil ich nämlich Kindererzieher halt werden wollte Und das war wirklich Schöne Zeit gewesen Und ich bin da auch Wirklich aufgeblüht Und ja Und dann später So mit Bundeswehr Weil ich ja dann auch so Ja so So Teil Einheitsführer war Und man hatte so ein paar Leute Unter sich Verschiedenste Kategorien Und jeder hatte auch So seine kleine Problemchen Mit die ja vielleicht Mal zu ihm gekommen ist Und irgendwann War ich halt der Mit dem offenen Ohr Und das wussten halt auch viele Ist bis heute so Leute können sich bei mir Ausheulen und so Ich sitze da und nicke Ist okay Kriege ich hin Aber ich bin halt auch so Immer schon ein Typ gewesen Der halt auch sehr gerne hilft Und man hat auch so In seiner Jugend Die Erfahrung gemacht In der Gegend Wo ich groß geworden bin Hier so mit Drogen Und Bandenkriminalität So ein bisschen Also jetzt nicht wie in der Bronx Wir wollen mal nicht Auf die Kacke hauen hier Aber ich glaube Es war trotzdem Ein bisschen schlimmer Wie das was Montana Black Immer jedem erzählt Auf jeden Fall So Das hat man halt Alles mitgekriegt Und dem wollte ich Vielleicht in irgendeiner Spur Ein kleines bisschen Entgegenwirken Und ja Weil man hat selber Seine Erfahrung gemacht Wissen wie man Das Beste draus machen kann Und dass man trotzdem Nicht seine richtigen Wege geht Und deshalb wollte ich Eigentlich wirklich Streetworker werden Aber was hat mich abgeschreckt Und es ist eigentlich traurig Es ist das Geld Weil Jeder wird in seinem Bekanntenkreis Jemanden haben Der was Soziales gelernt hat Studiert hat Vielleicht sogar Die ewig lange studieren Bachelor machen Master machen Und Für Geld arbeiten gehen Wo man sich so denkt Ach du Scheiße Und dafür hast du jetzt Mit Abitur Und was weiß ich nicht alles Hast du sieben, acht Jahre Die Schulbank gedrückt Und das ist traurig Das ist sehr traurig Und Es ist eigentlich schade Dass man es mit Geld Aufwiegt Aber Es ist nun mal Wenn es einfach darum geht Seinen Lebensunterhalt Irgendwie zu bestreiten Es funktioniert ja nun mal damit Das kannst du ja nun mal Nicht ändern Und ja Deshalb war dann Das halt auch Gegen Streetworker Hm Ja Ist halt ein Großes Problem Dass die ganzen Sozialen Berufe Nicht so anerkannt werden Monetär Wie sie halt von einer Ja vom Ethischen her Anerkannt werden Das ist so Ja Mein Platz zwei Wird jetzt lustig Als Kind Habe ich immer gesagt Ich will gerne Müllmann werden Geil Ja Und meine Begründung Dafür war Ja die kommen ja Nur einmal in der Woche Ich dachte Ich habe wirklich Gedacht Die müssten nur Einen Tag die Woche Arbeiten Ja Das hat mich dann auch Davon abgehalten Diesen Beruf wirklich zu erlernen Weil ich gemerkt habe Ja scheiße Die sind ja in den anderen Tagen Ganz woanders in der Stadt Ne Ich hätte da glaube ich Echt kein Problem mit Den Diesen Job zu machen Das ist ja auch Ein sehr wichtiger Job Wie sähe es denn aus Ohne diese Menschen Aber Meine kindliche Einstellung Zur Arbeit Die ist immer noch geblieben Ich würde am liebsten Echt nur einen Tag die Woche Arbeiten Ist ja leider nicht so In diesem Job Naja Da gibt es doch so eine Serie Mit Uwe Ochsenknecht Irgendwie als Als Müllmann Irgendwie die drei Müllmänner Oder wie das heißt Guck gerade mal Ist das hier wie die drei Frauen Vom Grill oder was Ja so ungefähr Irgendwie Er und zwei andere Kollegen Irgendwie als Müllmänner unterwegs Und dann Ne helfen die den Menschen Da auf unterschiedlichste Art Und Weise Keine Ahnung Nicht nur mit ihrem Sperrmüll Okay Ja bin ich dran Mit zwei Mit Platz zwei glaube ich Jo Platz zwei Das ist so ein Kindheitswunsch Geprägt von einer meiner Lieblingsserien Seiner Zeit Ich wollte damals unbedingt immer Stuntman werden Und fand das total toll Colt Zivas lässt grüßen Logischerweise Ein Colt für alle Fälle Der hat mich so angefixt Da gab es ja dann auch immer Oftmals zu Beginn der Episoden Dann so einen kleinen Ausflug Irgendwie in seinen filmischen Alltag Wenn er irgendeinen Autostunt hatte Oder wenn Howie sich von irgendeinem Häuserdach runterstürzen sollte Und so Und ich fand das immer toll Action Abenteuer Bewegung Und so Und dachte Ah das wäre doch cool Ging dann sogar so weit Dass ich versucht habe Im Sportunterricht Manchmal hatte man das ja Wenn man irgendwie Doppelstunde Sport hat Und man kam besonders gut durch Hier irgendwie beim Zirkeltraining Dass der Lehrer gesagt hat Okay ihr habt jetzt nochmal Eine Viertelstunde die Halle für euch Ihr müsst nur hinterher aufräumen Und dann haben wir uns versucht So Stuntparcours irgendwie aufzubauen Oder so Halt dicke Matten auf dem Boden Und dann sind wir die Gerüste hochgeklettert Und haben uns da irgendwie runtergestürzt Oder so Und haben dann schon so ein bisschen geübt So für die Stuntman Karriere Oder Schwimmbad Ganz klassisch auch so Vom 1 Meter Brett Oder vom 3 Meter Brett Dann irgendwelche Szenen nachgestellt Was weiß ich Hinter dir steht dein Klassenkamerad mit der Spielzeugpistole Sozusagen drückt ab Und du versuchst dann Wirklich spektakulär Zu Tode getroffen Vom Dreier runterzuspringen Also es war auch so Wie bei dir mit Müllmann so ungefähr So ein bisschen Kindheitsfantasie Dass da ganz ganz viel Hartes körperliches Training Hintersteckt irgendwie Und dass du dir An jedem Arbeitstag Irgendwie acht Knochen brichst So ungefähr Das hatte ich damals Nicht so mit einkalkuliert Und ja Auch nicht so realistisch Aber so in meiner Kinderromantik War das irgendwie Damals mein absoluter Traumberuf Bei mir Platz 1 Hat man sich vielleicht In einer klitzekleinen Richtung Vielleicht sogar erfüllt Nämlich Platz 1 Wäre Spieletester gewesen Es ist wirklich so Also damals Ich hab da immer so gedacht Wir haben uns ja damals Zeitschriften geholt Und da waren dann immer so Die Bildchen von den Redakteuren Und man hat sich immer so gedacht Ich könnt das auch Ich könnt das doch auch Und Aber da natürlich auch Wieder diese kindliche Naivität Spätestens wir drei Wissen ja Was für eine Arbeit Da auch dahinter steckt Diese Stunden In Spiele zu investieren Die ja nun mal Jetzt in den Spielen Auch immer immer mehr werden 100 Stunden ist ja nix mehr In manchen Spielen Leider Es gibt auch Scheißspiele Es gibt auch Scheißspiele Das kommt auch noch dazu Weil damals hat man nur so gesehen Oh ich hab kein Geld Ich will aber das Spiel spielen Oh der durfte das kostenlos spielen Und musste dann nur ein paar Sätze dazu schreiben So hat man doch damals gedacht Und ja Aber trotzdem war das damals für mich mein Traum So weil man so gedacht hat Oh du hast alle Spiele Und kannst spielen was du willst Und ja so viel du willst Wann du willst Ja das ist wirklich Mein Platz Nummero eins Ja Da konnten wir ja so ein bisschen Reinschnüffeln sogar jetzt Also teilweise Von unserer YouTube Karriere in Anführungsstrichen Da wird man ja auch mal angefragt Ob man vielleicht mal hier Eine Review Zu Spiel XY macht Wenn man das gratis kriegt Und es ist nicht immer ein Segen Das ist wirklich Ja und Ich mein Mirko merkt das ja noch am stärksten Mit Dash FM Wo er euch eben Akimbo Ja wo ihr euch ja auch so vorgenommen habt Wie Dash FM zum Beispiel auch Bei jedem Podcast Eine Spiele Review Mal parat zu haben Mindestens eine Und ihr habt jetzt nicht so ein Pensum Wie Dash FM Aber auch ihr merkt ja Okay selbst wenn ich das alle Vier Wochen oder drei Wochen Oder so mache Und wirklich mal ein Spiel Komplett durchbringen muss Oder vielleicht sogar zwei oder drei Das ist ja nicht nur immer Spaß Da muss man auch sich Dann auch mal zu zwingen Wenn das Spiel nicht so geil ist Irgendwie ne Abarbeiten Das ist teilweise Genau Das richtige Wort Und das ist ja nur eigentlich Nicht Sinn der Sache Ja Und das ist ja nochmal auch so ein Ding Woran Dash FM ja auch ein Stück weit Kaputt gegangen ist Weil Fabian da auch Irgendwie meinte Und auch Yetiwin so Ja oder Matthias Äh Sachten ja das macht einfach auch Keinen Spaß mehr zu spielen So ne Man setzt sich da so unter Druck Und das kann ich absolut verstehen Gut jetzt habt ihr beide So ein Kinderding genommen Und das ist bei mir natürlich genauso Weil so der absolute Kindheitswunsch seiner Zeit Ähm Weil ich so mega Dino Fan war War Archäologe zu werden Und als mein Vater dann gesagt hat Da muss doch was ganz lang in die Schule gehen Da muss er noch studieren Und dann ach dann bist du irgendwo in der Heißen Wüste Und gräbst da monatelang rum Ja und ob du damit überhaupt Geld verdienst Das guckt man dann auch mal Ob du überhaupt einen Dino-Knochen findest Äh ja Ähm Da war der Traum dann auch irgendwann mal dahin Als man so merkte in der 9. Klasse oder so Schule macht eigentlich nicht mehr so einen Bock Ähm Da waren natürlich Archäologe ganz weit hinten In meiner Wunschliste Ähm Aber ist natürlich irgendwie Ich glaube so super realistisch Habe ich diesen Berufswunsch nie wirklich genommen Aber Ja das war Wäre wirklich so damals so der Der Traumjob irgendwie gewesen Aber genauso wie man vielleicht auch eine Zeit lang gedacht hat Ja äh Stuntman fand ich auch sehr interessant übrigens Das wäre glaube ich auch was für mich gewesen Äh Oder Wrestler war natürlich auch eine Zeit lang Da habe ich auch gedacht Boah das ist ja geil Äh Heutzutage sieht man mal Was die ihrem Körper antun da jeden Tag Ne Also Äh Wäre heutzutage definitiv kein Berufswunsch mehr für mich Äh Ja All solche Sachen irgendwie ne Und Ja Archäologe ist so das was mir da gerade spontan eingefallen ist Mhm Jo Dann wird mein Platz 1 fehlt noch Richtig Mhm Und mein Platz 1 Ist vielleicht gar nicht so unrealistisch Wobei man muss da Talent für haben Ich glaube ich habe es nicht unbedingt Aber es ist jetzt nicht sowas wie Stuntman oder Psychiater Wo man eine Mörderausbildung theoretisch braucht Ähm Nämlich mein Ja Top Platz wäre tatsächlich Synchronsprecher Fände ich mega interessant Oh Ich bin ja ein riesengroßer Hörspielfan Und ich bin sowieso sehr stimmenaffin Es gibt so Leute Ähm Die haben halt einfach so eine interessante Stimme Da ist mir egal was die sagen Da höre ich die ganze Zeit irgendwie zu Und ich finde es dann aber auch interessant Was du so mit Stimme irgendwie so machen kannst Ne Wenn ich zum Beispiel mal gucke irgendwie Ich gucke irgendwie einen Film Ähm Ich weiß gar nicht Wir hatten vorhin so ein schönes Beispiel Mit ähm Kevin Spacey ne Mit dem deutschen Synchronsprecher Und wenn ich den mal im Original dann höre Man schaltet ja auch mal so um Dann fällt mir mal so auf Okay da geht aber eine ganze Menge verloren Jetzt gar nicht mal nur wegen der deutschen Sprache Sondern auch Weil du den mit der Stimme so verbunden hast Und weil der teilweise die Emotionen sogar noch besser rüberbringt Es ist besonders krass Wenn du dir mal etwas schlechtere Actionfilme anguckst Die aber von einem guten deutschen Synchronstudio Irgendwie nachsynchronisiert wurden Und das dann mal im Original dir anhörst Ne Da ist der Film dann auf einmal nur noch halb so gut Das finde ich mega interessant Hörspiele generell finde ich interessant Du kannst auch in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen Es ist natürlich dann auch sehr technisch Und du musst das Ganze auf den Punkt bringen Du kannst ja jetzt nicht irgendwie deine Interpretation Von was weiß ich Miss Piggy aus der Muppet Show irgendwie da reinbringen Sondern du musst halt Ne Genau das umliefern Was das Original Umsetzen Was das Original so vorgibt Aber würde mich mal sehr interessieren Ich fürchte nur, dass ich da kein Talent für habe Ich habe mal versucht Für ein, zwei YouTube-Videos Alleine mal so Einsprecher zu machen Habt ihr garantiert auch mal gemacht Wenn man mal irgendwie so einen Text fertig schreibt Und dann versucht das irgendwie so vorzulesen Dass da so ein cooles Intro für ein Video draus wird Und ich finde immer, das klingt bei mir mega hülzern Da ist man mit sich selber aber auch immer ein bisschen sehr kritisch Deswegen weiß ich nicht, ob ich da Talent für habe Da gibt es natürlich auch eine Ausbildung und so weiter Also du kannst jetzt nicht einfach so dich da hinsetzen Und bist dann der Mega-Synchronsprecher Sondern musst auch irgendwie Sprechunterricht machen Sprecherziehung Richtig betonen Richtig atmen Tralala Hossasa Aber finde ich mega spannend Auf jeden Fall So ein Synchronsprecher Ist für mich ein sehr spannender Beruf Und würde mich tatsächlich sehr reizen Hm Ja Schickes Ding Auf jeden Fall Nicht Schickes Ding So Jetzt mal was für die Augen, meine Lieben Und zwar die Top 3 optisch attraktiven weiblichen Wrestlerinnen Puff Okay Ja Das geht schnell Also das habe ich jetzt schon 3 im Kopf Ja, wir müssen ja nicht immer so lang labern wie bis jetzt Sondern sind wir irgendwie um, ne In 5 Stunden noch nicht fertig Deswegen geht schnell Ich sag mal Platz 3 War ja auch die letzten Ausgaben öfter schon mal Thema Rhea Ripley Aber Ne Ganz großes Aber Bis Bis zu ihren Main-Show-Auftritten Weil seitdem Machen die die ja optisch kaputt Ne Die sieht mittlerweile aus wie Also die hat ja mittlerweile glaube ich so kurze Haare Nur noch Also kürzer als ich mittlerweile Ähm Die Schminke Die Nieten Und Ketten Und was sie da alles rumhängen hat Ne ganz furchtbar Finde ich völlig upturned Aber bis dahin Da hat sie so ein bisschen Sidecut gehabt Haare ein bisschen länger Nicht so stark geschminkt Und äh Generell finde ich einfach Dass das bei ihr alles irgendwie so passt Irgendwie Ich finde sie optisch wirklich sehr ansprechend Auch wenn sie sehr groß und sehr stark ist Aber äh Irgendwie fand ich das bei ihr auch Also irgendwie hat es gepasst einfach zu ihr Und irgendwie fand ich das auch Toll Sagen wir mal so Früher Also ich hab mal ähm Bei Paraflow war das glaube ich 20 Dinge Die ihr über Ray Ripley wissen solltet Oder so So ein Video gesehen Da wurden ganz viele alte Fotos von ihr eingespielt Ja Und die ist sehr feminin Früher oder wenn sie ungeschminkt ist Ne Ein ganz anderer Mensch Also sehr sehr weibliche Gesichtszüge Also da hat sie mir noch besser gefallen Irgendwie Ja Aber das ist ja nur persönlicher Geschmack Ja sie war früher Also sie hat ja auch früher noch ein ganz anderes Outfit gehabt Da hat sie ganz lange Haare gehabt Und da hat sie wirklich so versucht so reinzupassen In dieses All-American-Girl Ne Da war sie einfach lange blonde Haare Hatte eben so ein blaues Outfit irgendwie Ach da fand ich sie nicht so interessant irgendwie Also es war schon so ein bisschen diese Richtung Schon so in dieses hier Wie heißt das immer My My Brutality oder was Aber halt nicht so übertrieben wie jetzt bei Raw Weil das Also das finde ich einfach nur noch Also abstoßend ist jetzt übertrieben Aber macht mich absolut nicht an Und Na also bei NXT Da hat sie mir richtig gut gefallen Ja bei mir Nehme ich mal auf Platz 3 Meine geliebte Alexa Bliss Also hässlich Auf Platz 3 Auf Platz 3 Alexa Bliss Ja ich mag Ich finde das auf jeden Fall total interessant Wenn sie sich so schminkt In Richtung hier Wie heißt noch der Charakter hier Vom Marvel-Universum Hätte ich fast gesagt Von DC Ja Harley Quinn Ja Genau Harley Quinn Das finde ich irgendwie Das hat irgendwie was Das ist irgendwie interessant Und der hat halt ein hübsches Gesicht Finde ich irgendwie Und halt ein Knackarsch Irgendwie da stehe ich drauf Ne Was soll ich sagen Da kann ich jetzt gar nicht mehr Groß was Rein Geheimnissen Irgendwie Ihre Persönlichkeit Die so durchschimmert oder so Sondern wir reden ja hier von optisch So sieht man aus Natürlich geil Ne genau Und auch wenn die ungeschminkt Mal irgendwo zu sehen ist In irgendeiner Doku oder so Finde ich die auch noch Sehr attraktiv irgendwie Ne Also Hat man ja auch ganz oft so Wenn irgendwie man so geschminkt ist Irgendwie Und da hier so diese 48 Schichten Putz Aufgetragen kriegt Und wenn das da mal weg ist Irgendwie Dass du dir denkst Huch Okay Wer ist das denn Ja Ganz hartes Beispiel Weil die hätte ich fast mit reingepackt In meine Liste Eva Marie Die ja wahrscheinlich auch wieder kommen soll Ne Also Mit Schminke und so Ja Aber Also ohne Das ist wirklich so ein Perfektes Beispiel Von dem was du gerade sagst Ja Ja Christian Platz 3 Liter Mhm Aber von damals Kann man ja mal so ehrlich sein Ne Also wo es mit den Hardy Boys so war Das war so die Zeit Ne Auf einmal war alles voll mit Stringtangas Und so ne Und der hat bei der auch noch rausgeguckt Ja Das war Also das Da gebe ich dir auch recht Ne Ja Und das war damals Ne Da war man dann so glücklich Als 12-13-Jähriger Das ist ja nun mal so Haben wir schon gedacht so Oha Was ist denn da los Ja mei Die kann man doch aufhängen Das ist ja super Ne Deshalb Ja Kurz und bündig Müssen wir nicht drüber reden Obwohl ich auch wirklich sagen muss Dass es auch heute noch eine sehr attraktive Frau ist Natürlich Absolut Altert in Würde Auf jeden Fall Ja Sehr gut Ja Ist mein Platz 2 Deswegen kann ich gar nicht mehr viel zu sagen Ja Okay Ja auch so mit ihrem Ne Sie war immer so Oder sie ist ja auch Rock-Fan Und trägt das auch nach außen Und das war auch immer so ein Stück weit ihr Gimmick Und ja Passt irgendwie alles Und der String Der String Der String Und der String Immer so hinten raus Über der Hüftknochen drüber Die Irre Echt Mein Platz 2 Stacey Kiebler Die Frau mit den längsten Beinen der Welt Fand ich immer Eine spektakuläre Show Wenn sie den Ring betreten hat Also wirklich Wenn sie dann zwischen den Seilen da durch Ne Das hab ich immer ganz gerne gesehen Und die hat auch ein schönes Gesicht Finde ich irgendwie War jetzt nicht Klar die sind alle sehr geschminkt Aber da war noch Ein Hauch Natürlichkeit Bilde ich mir irgendwie ein Nicht so mega Gimmick Schminke Irgendwie sag ich mal Ich find's ja immer mega schlimm Wenn dann Wrestlemania ins Haus steht Und alle Die was sich dann irgendwie denken So jetzt muss ich aber nochmal Richtig einen rauflegen Hier was Outfit und Schminke angeht Da kommen manchmal Sachen bei raus Wo ich mir so denke Wow Alles klar Die Schminkflinte wieder voll durchgeladen Ja genau Einfach mal mit dem Gesicht Im Duschkasten gepennt Die Schminkwumme Aber Akimbo Aber genau Mal ganz Ganz vorsichtig Mit der Mit der Gottscha aufgetragen Ja aber Stacy Kiebler Fand ich damals schon klasse Und bei mir Wir sind bei Platz 2 Ja ist richtig Es ist einfach so Und ich bleib dabei Es ist Sarah Logan Platz 2 The Girl Next Door Ähm Mit der du abends gerne mal ins Steghaus gehen willst Wo du ganz genau weißt Die pfeift sich Die anderthalb Kilo Rippchen Pfeift die sich mit rein Und trinkt danach noch ein Bier Aber einen ganzen Pein alleine Äh Pinscher Entschuldigung Und Ja Sarah Logan Es ist halt so dieses Natürliche Also da Da seh ich mich Definitiv Also Platz 2 Im Bett Neben Sarah Logan Muss ich nur an Eric Vorbei Ne Ja Den kannst du ja nachts Einfach austauschen Da merkt es vielleicht nicht Den schubs ich kurz Ja Einfach so aus dem Bett rollen Ja Entschuldigung Ich muss hier mal durch Ja Ja Ähm Ja ich hab glaube ich Meine Regel gebrochen Äh Weil ich hab ja gesagt Attraktive weibliche Wrestlerinnen Und soweit ich weiß Ist sie nicht wirklich In Ring trainiert Mein Platz 1 Aber komm Scheiß der Hund drauf Äh Ich hätte nämlich Äh Ihren Namen grad vergessen René Young Hätte ich auf Platz 1 Oh ok Interessant Ja Weil Ich kann nicht nachvollziehen Ja Ja Weil auch eine gewisse Natürlichkeit Also sie ist nicht so ein Durchoperiertes Ding irgendwie Und sie ist Obwohl sie mega attraktiv Irgendwie ist Und eigentlich auch eine mega hübsche Ist sie trotzdem eine Wo ich mir denke Die geht auch mit mir Rippchen fressen Und saugt sich ein Und äh Ne Richtig vorher die Rippchen fressen Und einsauen Und dann Auf der Matratze Vielleicht noch duschen vorher Kann man ja auch noch machen Ja Wenn es jetzt eine Wrestlerin sein würde Hätte ich glaube ich auch Alexa Bliss genommen Aber Ne komm René Young Bin ich sehr zufrieden mit Ja bei mir Platz 1 Äh Tamina Naja Jeden das seine Ne Klar Und mir das meiste Ne mein Platz 1 Das können wir ganz schnell machen Weil die auch bei euch schon dabei war Lita Das war einfach so Der feuchte Traum Meiner jungen erwachsenen Tage Irgendwie Fand ich halt mega Ja sexy ist da glaube ich schon Das ganz richtige Wort Irgendwie Die hat auch so eine gewisse Ausstrahlung Ja so eine Verruchtheit So ein bisschen verrucht Ja genau Die willst du auch Nicht so mega Nicht so mega Also nicht so Ich meine jetzt aber Nicht so zu der Zeit Wo sie mit Edge unterwegs waren Wo sie da ihren In-Ring-Sex-Celebration Ja Part da irgendwie gehabt haben Oder so Ja da war man ja schon fast Da war man ja schon fast Eifersüchtig Da war sie mir schon wieder Ein bisschen zu verfügbar Irgendwie Billiges Flittchen Billiges Flittchen Jetzt will ich dich auch nicht mehr Du 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 Flittchen Oh Ich will das gar nicht sehen Das stößt mich gerade total Oh Ne so die Zeit Mit den Hardy Boys Team Extreme Und ne Auch wo sie dann Alleine so unterwegs war Ne mega hübsche Frau Mit Ausstrahlung irgendwie Und ja Lita Ich muss euch mal eben Für 5 Minuten verlassen Sonst zerlegt mir Mein Kater hier Unsere Tür Wir haben nämlich auch So ein europäisch Strata Kater Ich bin gleich wieder da Ihr könnt ja mal Eine Top 3 ohne mich machen Eben Alles klar Ja du Du musst schön nachreichen Dann hier Naja Aber er ist also dran Ne Er hat doch Lita gesagt Ja Achso Du hast deinen ersten Platz Noch nicht ne Ich hab den noch Und bei mir ganz klar Platz Nummer 1 Ist Sascha Banks Das Fakt Aha Ist einfach Fakt Auch nach Wrestlemania Jetzt letztens Da sah sie Also ich fand sie ja Ja Und bei mir Zählt dann halt Auch immer so Das mit dazu Wenn du sie zum Beispiel Auch bei Interviews siehst Und so Wenn sie dann so Ihr Lesebrillchen auf hat Da auch wieder Ich merke so Ich bin so Umso älter man wird Will man eigentlich mehr so Dieses Diese Normalos Weißt du Also nicht so diese Diese Akimbo Bomb Ne Was wir vorhin gesagt haben Ja Also es ist bei mir Sascha Banks Ist einfach so Ist ja auch Ist ja auch wirklich Ein Hingucker Ne Auf jeden Fall Auf jeden Fall Der wandelnde Meter Ja Ja hab ich ja auch Irgendwie ein Faible für Ne Also entweder Die richtig großen Muskulösen Weiß nicht Irgendwas hat das für mich Ne Ich bin ja echt nicht groß Ich bin Ziemlich genau 1,80 So Ne Aber So eine Ich glaub so eine Rhea Ripley Die kann mir glaube ich Auch den Kopf spucken Keine Ahnung Ich weiß gar nicht Wie groß die genau ist Aber so Die sieht schon immer Gegenüber den anderen Mädels Echt groß aus Irgendwie hat das was Hab ich schon öfter gemerkt So auch Irgendwie mal so So große Hübsche Arbeitskollegen Kolleginnen Die man so hatte Da hab ich auch so Irgendwas hat das bei mir Keine Ahnung Oder halt die ganz kleinen So eine Alexa Bliss Oder eine Sasha Banks Hat auch was Ne Ja Auf jeden Fall Mich als 1,2,90 Kerl Jo Ich mag überhaupt keine Große Frau Ist ja auch schwer Ja da noch eine Die noch drüber geht Das ist ja Nein Nicht drüber Aber auch Ich hatte auch mal Eine gehabt Die war so 1,85 gewesen Das war mir nix Das war halt jetzt Die war jetzt nicht dick Oder so Aber es war halt Sehr viel Mensch Ne Also jetzt War trotzdem Gärtenschlag Mädel gewesen Aber trotzdem Bei mir immer so Klein Ja Ist halt so Fühlst dich noch größer Da fühle ich mich Wahrscheinlich noch größer Wahrscheinlich Ja Ja sehr schön Ja aber das meine ich jetzt Eigentlich wäre jetzt glaube ich Mirko dran mit einer seiner Top 3 Oder Echt jetzt Ja Na klar Na klar Du warst mit den Wrestlerinnen Jetzt dran Sag mal Hat der Hat der einen Vogel Die alte Planschkanne Weiß ich nicht Aber das ist überhaupt kein Problem Weide Männchen Weil dann machen wir einfach kurz einen Break Machen wir einen Break Alles klar Mirko das hast du davon Dankeschön du Klon Hallo Da kommen wir alle drei wieder zusammen hier Alle drei zusammen So Was hast du denn da für ein T-Shirt eigentlich an Was ist das denn da für eine Frau Das ist die Das ist die Liv Morgan Ja ich wollte gerade sagen Das ist auch eine Wrestlerin Ja Das ist auch eine Hübsche Das ist auch eine Hübsche Ey Es liegt sich ja irgendwie alle nicht Nach dem Motto Was du heute kannst besorgen Das macht doch Liv Morgan So Der Buch Bei mir ist so Ich bin in dem Sinne Wahnsinn Ich hab auch Das einzigste Kalte Was ich noch im Kühlschrank habe Ist Mixery Energy Ihr werdet mich jetzt hassen Hier guckt mal Was hat er hier Oh Ich hab in eine Schale gekackt Deswegen hat er so lange gedauert Ich hab ja Wegen unserer Katze Die steht da vor der Tür Macht da kratz kratz Will raus Und dann mach ich auf Dann guckt sie raus Guckt mich an Guckt raus Das geht dann drei Minuten so Und dann ist er endlich mal Sind wir eigentlich schon wieder da Ja ich würde sagen Mit dieser tollen Einleitung Sind wir auf jeden Fall wieder da Ich muss nur noch eben Die Tür zumachen Und das Fenster Und dann können wir In deine nächste Top 3 einsteigen Mirko Du kannst ja schon mal Gedanken machen Was du jetzt gleich nimmst Erstmal nehme ich ein bisschen Von meinem Eis Und dann Ist übrigens Eis von Lidl Also Gute Laune Typ Über deine Videos Können wir nur mal reden Aber Eis machen kannst du Was Ja ich Ich Top 3 Magde Champagner Hatte ich jetzt übrigens gerade Oh Tutalär Wie der Italiener Oh lala Oh lala Eiffeltür Renault Portemonnaie Ja da ist er Unser Weltbürger Ja François Mitterrand François Weidemont Ja genau So ja Ich gucke mal hier auf meinen Zettel Was nehme ich denn mal schönes Da muss ich selber zwar noch viel drüber nachdenken Aber ich finde es ganz interessant Personen deren Alltag wir gerne mal 24 Stunden erleben würden Also Personen die wir gerade mal 24 Stunden lang sein wollen würden Ich würde jetzt einfach mal ganz Ganz stumpf mit Vince McMahon eröffnen Ich wäre gerne mal für einen Tag Vince McMahon Und würde gerne mal so gucken Was ist denn da so los im Office beim Winnie Kommen sie da die ganze Zeit rein Und was weiß ich nicht Kommt dann da ein Randy Orton und sagt Ich möchte jetzt sofort ein neues Gimmick Ich will jetzt der nächste Braun Strowman werden Hier Oder so Und was ist da die ganze Zeit so los Mit was für einem Scheiß muss er sich auseinandersetzen Was hat er dann wirklich zu entscheiden und so Und mal so den ganzen Alltag einmal so 24 Stunden Vince McMahon Fände ich irgendwie total spannend Absolut Aber auch sehr arbeitsintensiv Das ist ja hier nichts für unseren Müllmann in der Runde Weidemann Der einen Tag die Woche arbeiten will Das ist gar nicht so einfach Das ist auch wieder so Da musst du dir Gedanken machen Ich hätte aber glaube ich mal übelst Bock So einen Tag In der Rolle von so einem Von so einem typischen Sheriff in Amerika zu sein Das Da hätte ich mal Bock drauf So 24 Stunden so Leute anhalten Wo eigentlich gar nichts ist und sagen Dein Rücklicht ist kaputt Aussteigen bitte Ja Also da hätte ich glaube ich mal tierisch Bock drauf Das ist mir gleich so in den Kopf geschossen Aber ich mache es einfach auf Platz 3 Weil mir fällt bestimmt auch besseres ein Okay Ich mache meinen Platz 3 auch ganz einfach Und sage einfach Ich wäre gerne 24 Stunden mal eine Frau Das ist gut Ja das ist gut Einfach mal gucken wie das ist Wenn man sich da Mit Sex oder ohne Ne Sex muss jetzt nicht sein Aber Vielleicht mit mir selbst Was bist du für eine Also mit mir selbst Komm du willst es auch Vielleicht lesbischen Sex vielleicht Ja Das wäre vielleicht noch was Also ich hätte jetzt keinen Bock auf Dass irgend so ein schwitziger Typ da kommt Und sich da auf mich drauf legt Hey komm der Fleck ist getrocknet Nö dann ja von mir aus gerne eine Runde lesbischen Sex dabei Warum nicht Ja Und sonst warum noch so als Frau Auch so dieses Emotionale oder Oder einfach nur mal so ganz generell Ja einfach wie sich das alles anfühlt Auch wie sich das vielleicht anfühlt Wenn man einfach mal über die Straße geht Und ich würde dann natürlich gucken Dass ich eine attraktive Frau bin Und vielleicht auch mal dementsprechend anziehen Wie das so alles wie das ist Ob man wirklich dumme Sprüche bekommt Also weil ich bin dann gut erzogen worden Ich pfeife keinen Frauen hinterher Oder gebe denen blöde Sprüche Oder packe die an den Hintern Und was man alles so hört Aber Ja Ja Das einfach mal erleben Ich glaube da würde ich mich noch viel mehr schämen Für uns Für unsere Für unser Geschlecht Vielleicht würde ich auch direkt Dickpics bekommen und so In meinem Facebook Account und so Keine Ahnung Ich glaube als Frau hat man es wirklich nicht so einfach Da kann man sich manchmal vielleicht Wirklich gar nicht so reindenken Irgendwie Ja Ja was nehme ich denn mal Bin ich jetzt dran ja Platz zwei Ja Ich nehme mal Steven Spielberg Mal so als Regisseur Mal irgendwie so versuchen So das große Ganze im Auge zu haben Und mal so ein Film irgendwie so Von Papier zur Leinwand irgendwie Fände ich irgendwie so ganz spannend Wenn du dann schon so ein fertiges Drehbuch hast Irgendwie Und dann so ein Drehtag Und dann sollst du hier Brad Pitt erzählen Hier rauf da auf den Dino Oder was weiß ich Keine Ahnung Mir fällt jetzt gerade kein Interessanter Film ein Der dann gerade so laufen könnte Dann die Leute so anzuleiten Und so das was man selber im Kopf hat Dann irgendwie so auf andere zu übertragen Und dass das am Ende dann auch so aussieht Wie man sich das vorgestellt hat Und dass da alles so zusammenspielt Ich weiß nicht ob da 24 Stunden reichen Um dann einen guten Einblick zu haben Aber fände ich auf jeden Fall mal spannend Ich wäre gerne 24 Stunden lang Wladimir Putin Das klingt jetzt krass Aber es gibt ja nun mal so viel Mythen und Legenden Und Spekulation Und so weiter und so fort Es würde mich einfach mal Mega interessieren Wie es ist 24 Stunden lang Wladimir Putin zu sein Jetzt muss da kurz weg Ja Wollte gerade sagen Da hält es eben nicht mehr Auf den Hocker hier bei Wladimir Putin Ich muss mal schnell Wodka trinken Auf die Antwort Ja Es würde mich einfach mal Interessieren Wegen die Amis Abhorchen Was weiß ich die alles Was da alles so Für Sachen gemacht werden Mich würde es einfach so interessieren Ja Sowas habe ich auf Platz 1 Wo mich echt mal so interessiert Hinter Auch so was dieser Person Im Kopf rum geht Und so Aber auf Platz 2 Habe ich nochmal was richtig schön plattes Und zwar Würde ich mal gerne Einen Tag Pornodarsteller sein Oh das war mein erster Platz Echt? Aber dann nicht mit mir Im selben Film Freundchen Ja ne 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 Schon mit Frauen dann Aha Ähm Wobei Wobei ich glaube Das würde einen glaube ich Auch ganz gut Äh Immer wieder erden So mal ein Tag Pornodarsteller Das würde mich mal richtig erben Das kannst du mir ruhig als Therapie Bei deinem Hausarzt vorschlagen Damit man mal wieder richtig schön zurück zu seiner Peniswurzel findet Genau Back to the roots bitte Back to the roots Zurück zur Wurzel Ich muss gar nichts weiter sagen Das hat sich jetzt schon erledigt Das Thema würde ich sagen Das ist jetzt sehr gut Ich hab mir das Also ich bin ja jetzt sowieso dran Ne glaube ich Mit meinem Platz 1 Also ich hatte mir das nämlich auch so gedacht Aber ich bin mir ziemlich sicher Dass ich das ziemlich abstoßend finden würde Und dass man das Ne Man hat manchmal vielleicht so als Puppeterer Irgendwie Da stellt man sich so vor Das könnte ich doch auch Hier Komm mal her Oder so Keine Ahnung Aber da musst du dann halt Und du musst da vor allen Dingen Auch nicht nur das machen Was dir Spaß macht Sondern das Was dann halt zu sehen sein soll Es gibt ja ganz viele Sachen Also jeder hat ja so seine Vorlieben Ganz viele Sachen Wo ich mir sofort denken würde Geht nicht Ne Wo du dann aber doch Irgendwie dann da Dein Mann stehen sollst Aber ja Stell ich mir auf eine gewisse Art und Weise Auch interessant vor Weil da gibt es auch tausende Dokumentationen Mittlerweile schon Vielleicht müsste ich da einfach Nur bei Netflix mal reingucken So dann weiß ich schon Wie der Hase läuft Sag ich jetzt mal Okay also Mirko ist dann nicht 24 Stunden Porno Darsteller Sondern guckt jetzt einfach 24 Stunden lang Irgendwelche Dokus Dokus Porno Dokus Porno Ja Ja Auf Porno Ein paar ganz tolle Dokus Zu dem Thema Platz 1 Ja Zählt Ich Ah das ist jetzt blöd Die Antwort Also ich wäre gerne 24 Stunden Hulk Hogan Ja Ja Das hätte ich mir glaube ich auch Würde ich mir auch gerne mal geben Ja An sowas habe ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht Ne So Einmal Ja klar Das geht einem auch so durch den Kopf Ne Aber Einmal der Warrior sein Ja Ja nicht der Warrior Was weiß ich so einen Tag James Hetfield Verstehen Verstehen Was er weiß Und was er An Ja Was er auch an Gedanken hat Wie man gewisse Sachen verbessern könnte Und wie man sie verbessern könnte Und Also der Typ ist wirklich mega abgedreht Ich hab noch nie so ein interessantes Interview So lange verfolgen können Wie mit ihm Total abgedreht Also Könntest du dich ja in den 24 Stunden schon mal um die ganzen Baugenehmigungen in Berlin kümmern Vor dem Riesenlager Was der da einfach hinzimmernt Das Das wäre mir glaube ich egal Ich würde einfach Einfach gerne mal verstehen Was der alles im Kopf hat Weil Könntest du auch sagen Stephen Hawking oder so Dass man Einfach mal Dieses Wissen tankt Für einen Tag Und Die Erleuchtung erhält So ungefähr Weil Also Unglaublich solche Menschen Ja und das Das wäre glaube ich immer mein Platz 1 Also guter Platz 1 Finde ich gut Mhm Dann sind wir durch oder? Ja dann haben wir die Top 3 Die Schritte Top 3 Von Christian Ich muss Ganz neumodisch Meine App Öffnen Ganz neumodisch Das ist Das ist Das ist eigentlich Ich weiß ehrlich gesagt Nicht haben wir schon mal drüber geredet Aber ist egal Drei Games Die andere Total abfeiern Du aber nicht Okay Ja Das ist einfach Mhm Wer ist denn dran? Ach ja Christian fängt an Ich bin selber dran Mhm Und ich muss Auf Platz 3 Einfach Zelda packen Boah Ich habe absolut keine Berührungsängste mit Link Hab natürlich auch schon den ein oder anderen Teil gespielt Aber ich sage es ganz ehrlich Ich habe auch Breath of the Riot zum Beispiel gespielt Und nicht durch Aber auf jeden Fall etliche Stunden Und Ich finde Finde Beziehungsweise fand es Sehr gut Aber es ist für mich Immer irgendwie Wenn dann irgendwelche sagen Oh du kommst hier im Wald Nee Du brauchst die Flöte Was weiß ich Woher sollte ich das denn wissen? Woher sollte ich es denn wissen? Ne Wieso kann ich den Stein nicht heben? Du brauchst doch bestimmte Handschuhe Woher sollte ich das denn wissen? Und ja Deshalb Es hat mich dann öfters immer aufgeregt Aber zum Beispiel muss ich sagen Link to the Path Between Worlds War für mich einer der geilsten Titel Auf dem 3DS gewesen für mich Das widerspricht sich da ein bisschen Aber ich muss einfach trotzdem Weil ich kann Zelda leider nicht so abfeiern Wie es viele andere können Hm Ja was lernen wir daraus? Nee Geh nie in den Wald ohne deine Flöte Bam Ja Es ist ein bisschen schwer An einem Spiel festzumachen Mein dritter Platz Es gibt natürlich ein Beziehungsweise zwei Spiele Die für dieses Genre stehen Wie nix anderes Und zwar Fortnite und PUBG Ich sag einfach mal Diese ganzen Battle Royale Games Die nur auf Online Multiplayer ausgelegt sind Ist einfach nicht mein Ding Ich mein Klar es macht mal Bock Auch sowas wie Zähle ich auch mal dazu Wie Fall Guys Ja das macht mal Bock Ja Dann war es das Aber auch Also ich mach das eine halbe Stunde Eine Stunde Dann von mir aus auch mit Freunden Und find das irgendwie lustig und gut Aber danach brauch ich das nie wieder spielen Irgendwie Das ist Das ist einfach nicht meins Und alle Leute feiern's ab Und die machen Gewinne Und es kommt noch eins raus Und jetzt gibt's Rollerball Und jetzt gibt's Wie heißt dieses Neue Was jetzt irgendwie draußen ist Knockout City Und was da Knockout City Genau das meinte ich Und Rocket Arena Und Nee bleib mir weg Mit der ganzen Scheiße Ja hätte ich jetzt auch in meine Liste Nehmen können Aber ich streich das jetzt mal spontan raus Damit wir nicht zu viele Doppelungen haben Ich nehme mal auf Platz 3 Minecraft Hab ich damals gedacht Auch könnte eigentlich was für dich sein So vom Grafikcharme her Erinnert das so ein bisschen an Lego Oder so Und ich dachte vielleicht ist das auch so In die Richtung Du baust dir da ein bisschen was auf Und es wird cool Und bla Und hab dann aber gemerkt Das ist irgendwie Ich weiß nicht Da fehlt mir so der rote Faden irgendwie Das ist mir zu sehr Sandbox irgendwie Du wirst da in so eine Klotzwelt reingestellt Und ja Jetzt mach mal Mach mal irgendwas Keine Ahnung Ich hab das auf der Vita War vielleicht auch nicht so die schlauste Idee Das auf der PS Vita zu spielen Keine Ahnung Hab da mal so ein bisschen reingeschnüffelt Und hab irgendwie gemerkt Nee also es ist irgendwie absolut nicht meins Kann ich nicht verstehen Diese Faszination Die jetzt ja auch schon über 10 Jahre Für dieses Spiel irgendwie Ja Lebt Und dass Leute da quasi Ihre ganze Freizeit rein Rein buttern Nur um dann Was weiß ich Ihren Garten in Minecraft nachzubauen Oder sowas Also Absolut nicht meins Vielleicht bin ich da auch zu unkreativ Platz 2 Bei mir WoW Hatte ich Was heißt nie Berührung ist eigentlich Quatsch Das stimmt nicht Aber Es wird zu heftig Es wird zu viel Und Ja Wahrscheinlich hab ich auch einfach den Startschuss verpasst So kann man es da vielleicht auch bezeichnen Um dort auf den Zug mit aufzuspringen Aber ich hab damals World of Warcraft Den zweiten Teil Sehr viel gespielt Nee einfach nur Warcraft 2 Entschuldigung Den hab ich damals sehr viel gespielt gehabt Aber WoW Ach Das war mir dann immer zu viel Zeit Und ähm Die Leute haben dafür Freunde vernachlässigt Und sind am Wochenende nicht mehr rausgegangen Und so weiter und so fort Deshalb ne WoW Platz 2 Ja Ähm Ich muss jetzt ein Spiel nehmen Was äh Im Endeffekt Ja doch Ich sag's erstmal Ich nehm Dark Souls Und zwar jetzt einfach mal das erste Weil das hab ich auch ein bisschen gespielt Die zweite, dritte Teil kann ich nix zu sagen Ähm Ich will nicht das ganze Genre Ver Äh Vergrämen hier Äh Weil ich hab auch Bloodborne vor einiger Zeit angefangen Und das macht mir deutlich mehr Spaß Äh Aber bei Dark Souls Hab ich wirklich so dieses Problem Ähm Dass mir das Spiel Zu wenig Irgendwie erklärt Mir zu wenig Story An sich liefert Ne Also Rein von der Von der Aufmachung und der Optik Gefällt mir das alles Aber Ähm Also wenn ich nicht gewusst hätte Dass mich das erwartet Hätte mich das halt total Schon am Anfang rausgebracht Dieser Fakt Dass du alles an Lore Und an Geschichte Die es gibt So durch irgendwelche Ja ganz merkwürdigen Äh Ja Notizen Die man findet Oder irgendwelchen Ja irgendwie Was man sich selbst so zusammenreimen kann Es gibt ja ne riesen Lore Die man entdecken kann Aber Nix Davon drückt einem das Spiel ins Gesicht Und ich bin halt Jemand der gerne Story-Spiele spielt Und der ne Geschichte erzählt bekommt Und Das gibt mir Dark Souls Halt irgendwie nicht Und dazu ist es noch knacke schwer Und ich hab halt ne niedrige Frusttoleranz Ähm Ja Und irgendwie gefällt mir das bei Bloodborne besser Da kann ich irgendwie besser dranbleiben Da gefällt mir die Welt auch ein bisschen besser Als bei Dark Souls Ja Also ich will das Genre nicht komplett kaputt machen Aber Dark Souls 1 war für mich dann doch eher Ja so ein Ding Alle hypen es und finden es geil Und ich halt irgendwie nicht Ja Nehm ich mal auf Platz 2 Street Fighter Also ich bin ja sowieso nicht der Weltgrößte Ja Da fallen dem Weidemann hier Beide Augen außer Hose Hätte ich fast gesagt Also ich bin da sowieso nicht der Weltgrößte Beat'em Up Fan Aber es gab mal ne Phase Wo ich echt gerne Beat'em Ups gespielt habe So auf Playstation 1 Playstation 2 Tekken 2 und 3 Das waren so meine Lieblinge Da habe ich auch zig Stunden reingebuttert Und nicht mal in der Phase Irgendwie auch da habe ich hier und da mal versucht So ein Street Fighter Äh zu spielen Nicht mal in der Phase Hat mir das irgendwie gut gefallen Ich mag diesen comicartigen Stil nicht Ich fand auch das Moveset irgendwie immer nicht so cool Auch so das Spieltempo Keine Ahnung Bin ich irgendwie nie mit warm geworden Und ähm Hat sich bis heute irgendwie durchgezogen Mittlerweile spiele ich halt wirklich so gut wie gar keine Beat'em Ups mehr Aber ja Street Fighter irgendwie Finden ja alle irgendwie kultig und geil und toll Und ja bei mir irgendwie ne Muss ich nie haben Okay Ich dachte schon ich hätte mit Dark Souls jetzt was krasses gesagt Ja das geht auch schlimmer Ja bei mir auch Bei mir Platz 1 ist schon gefallen Vom Weidemann Nämlich diese ganze Battle Royale Kacke Ist bei mir auch drin Ähm Muss bei mir auf Platz 1 Ich kann mit Fortnite nicht anfangen Ich sag ganz ehrlich Diese Spieler haben einfach nur einen Hype Weil ganz einfach die Community so groß ist Weil diese Spieler einfach kostenlos sind Und sie halt einfach jeder spielen kann Und dass dadurch äh Mehr in solche Spiele reininterpretiert wird Was gut ist Was es eigentlich gar nicht ist Sondern einfach nur Es sind halt verdammt viele Leute die spielen Und Ich hab's immer wieder versucht Man hat mal bei Fortnite reingeguckt Ne Will ich nicht Ähm Dann wo Battle Royale dann bei Call of Duty drin war Ne Will ich nicht Es ist nicht meins Ich hab einfach auf diesem Modus keinen Bock Du spielst Na tot Dann war's das halt Weißt du Ne Ne Leute Ich bin bei Battle Royale raus Ich war eh nie so der riesen Multiplayer Freund gewesen Ne Seit eh und je Ähm Ja einfach mal so Schön hier Capture the Flag Runde so Multiplayer Das macht doch viel mehr Spaß Ne Aber doch nicht so Battle Royale Mist Ne Will ich nicht Und ich muss es auch wenn schon genannt wurde Ich muss es bei mir einfach auf Platz 1 machen Hm Hm Ja mein Platz 1 Hab ich auch vorhin schon gesagt Pokemon Haben wir schon vorhin schon genug Darüber geredet Ist halt einfach nicht meins Also Ist ja auch genau das was du gesagt hast Top 3 der Spiele Die alle geil finden Nur ich irgendwie nicht Ich will das nicht schlecht reden Aber Ich hab null Connection dazu Mhm Fertig Fertig Gut Aus die Maus Dann nehm ich jetzt Mario Kart 8 Tatsächlich Spielen irgendwie auch immer alle gerne Ganz oft auch irgendwie Streams oder Partys oder so Oh ne Runde Mario Kart Ja bin ich dabei Super super Macht mir keinen Spaß Also wenig sag ich jetzt mal Ich hab das auch mal ne Zeit lang gespielt Ich hab mir die Deluxe Oder Deluxe Keine Ahnung Deluxe Deluxe Da ist er der Lachs Ne Hab ich mir für die Switch geholt Und da auch ein bisschen rumgespielt Und so Und fand ich aber auch nicht so Hab mich auch nicht so gecatcht Weiß nicht Vielleicht gibt's halt bald irgendwie Mario Kart 8 Wo ich mir dann ganz viele Sachen freispielen kann Und so Und das kriegt mich dann wieder Aber mir hat irgendwie Ja bei Mario Kart so Da ich nicht so der Multiplayer Zocker bin Irgendwie Hat mir so im Singleplayer So ein bisschen so diese Karotte vor der Nase gefehlt Warum ich das dann jetzt noch weiterspielen soll Wenn's da sowieso schon alles gibt Außer irgendwie ne pinke Radkappe Oder keine Ahnung Was ich mir da freifahren kann Ne Das brauch ich irgendwie nicht Und deswegen Ja Mario Kart 8 Ist ja glaube ich Das meistverkaufte Switch Spiel Da haben wir letzt irgendwie bei Akimbo so ne News gelesen Ne Das wird auch heutzutage noch mega verkauft Das ist noch in den deutschen Top 20 immer mit dabei Von den Release Titeln Das ist echt krass Aber ja Mario Kart 8 Hat mich nicht abgeholt Das Auto irgendwie Ja wobei Also das geht mir auch so Wenn ich irgendwo sehe Ey wir machen heute einen Mario Kart Stream Dann denk ich mir auch Alles klar Dann guck ich einen anderen Das ist halt Dann spiel ich Pokémon Ja Also es macht Freunden Wenn man's mit der Community spielt Wirklich sehr viel Spaß Ja Ist auch so Wenn zum Beispiel Haben wir uns jetzt auch Freunde gefragt Ob wir nicht mal Bock hätten Irgendwie ein bisschen zusammen Switch zu spielen Irgendwie hier Mario Party Oder Mario Kart Hätt ich auch Bock drauf Auf jeden Fall Aber Das muss ich mir jetzt nicht im Stream angucken Oder Ja ich würde jetzt auch nicht sagen Wenn Matthias Oder auch Christian Oder so Wenn da irgendjemand sagen würde Ey ich mache einen Mario Kart Stream Würde ich nicht sagen Oh dann mach ich mal mit Kein Problem Kein Problem Kein Problem Es gibt ja genug andere Genau Muss ja nicht mit mir spielen Ja Genau Ja Ja sind wir eigentlich durch mit der Top 3 Ne Müsst mal ja Boah Da geht ja richtig schnell jetzt hier So Dann bin ich ja wieder dran Und jetzt passend zu meiner letzten Top 3 Könnt ihr euch noch erinnern Die optisch attraktiven weiblichen Wrestlerinnen Kommt jetzt die Top 3 der optisch attraktiven männlichen Wrestler Boah Was echt jetzt Ja Oh da tue ich mich immer mega schwer So zu sagen Was bei einem Mann hübsch ist Aber ja Ja Du kannst ja mit mehreren Punkten rangehen Du kannst ja auch sagen Oh den bewundere ich dafür Oder Oh ich würde gern so aussehen Oder Oh den finde ich schon scharf Also wir reden jetzt aber von der Optik Wir reden jetzt nicht über innere Werte oder so So sieht's aus So sieht's aus So sieht's aus Würde ich gerne mal meiner Schwiegermama vorstellen Genau Damit der so einen richtig fetten Pildriver verpasst Optisch attraktive männliche Wrestler Genau Mhm 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 Eih Schwer Ich fang mal mit meinem Platz 3 an Ich hab insgesamt 6 aufgezählt Also mehr als bei den Frauen Okay Das sagt viel über mein Selbstbewusstsein Nimm uns nicht alle weg hier Nee nee Ich werd jetzt nur 3 zählen Ich muss irgendwie noch so ein bisschen sortieren Merke ich hier gerade Ähm Ich fang einfach mal mit Platz 3 an Shawn Michaels früher Also früher groß geschrieben Und zwar auch nur Und schien im Blick Genau Äh Heutzutage ne Glatzkopf Die Augen so Und äh Auch das Also irgendwie Im Mund stimmt auch irgendwas nicht mehr Ne Also Ich glaub So richtig Frauenschwarm ist der mittlerweile nicht mehr Und die Beine Ne Schöne O-Beine mittlerweile Ähm Ne Aber Es gab so ne Phase Also diese Rockers Phase Würde ich auch mal rausnehmen Ich mein das war damals Schönheitsideal Aber der hatte ja damals diesen Unheimlich hässlichen Fokuhila Aber ne Ihr wisst schon Da wo er hier Mr. Mr. Showtime Mr. Wrestlemania Irgendwie war so diese Phase halt Irgendwie Da war er schon Da hab ich glaub ich schon gedacht Ah dieser Dieser verdammte Schönling Der ist Der ist aber auch schön Das verstehe ich schon Dass die Frauen alle auf ihn stehen Ne Das war so So ein bisschen dieser Neidgedanke Und auf der anderen Seite War er aber auch verdammt gut im Ring Und äh Das war so ein bisschen diese Krux auf der man manchmal ist Wo ich früher zum Beispiel auch bei Ähm Terence Hill war Ich fand Terence Hill irgendwie mal doof Weil das halt so ein blöder Schönling war Aber er war halt auch verdammt cool Und das hat mich immer geärgert Mhm Ja Und irgendwie hat Shawn Michaels genau in dieselbe Kerbe Damals reingehauen Hm Ich eröffne mal mit Jeff Hardy So ein schillernder Paradiesvogel Irgendwie Der eine gewisse coole Ausstrahlung hat Wenn er nicht gerade redet Ähm Also ich finde mittlerweile Übertreibt das ein bisschen Auch so was Outfit angeht Dass er sich jetzt nochmal Augen auf die Augen gemalt hat Und solche Sachen Ne Da denke ich jetzt nicht mehr Oh ist das cool Brauche ich auch Ne Sondern so ein bisschen So die Phase davor So sein letzter großer WWE Run Wo er auch Champion war So ne Wie er dann so in der Halle gekommen ist Und wenn er sein Intro hat Und dann da so in der Ringecke steht Ich weiß gar nicht Was er da mit seinen Fingern macht Wenn er da so steht Keine Ahnung Ich fand das auf jeden Fall Immer irgendwie cool Auf ne gewisse Art Der hat so ne Gewisse Coolheit Und hässlich ist er bestimmt auch nicht Der hat so einen gewissen Swag Irgendwie auch Oh Swag Swag Ich nehm mal auf Platz 3 Elias Okay Finde Er hat einen Bart Was schon mal sehr attraktiv ist Muss man einfach mal so sagen Da kann man schon mal drauf onanieren Er hat definitiv viel mehr Haare als ich Und ähm Man muss es auch einfach mal sagen Er hat nun mal auch Top Körper ne Also Elias Mega aufgepumpt Ne also Ich Elias und dann Er kann Gitarre spielen Verdammt Okay Ja gut Das ist ein Argument Ja Ja das ist Das zählt auch noch mit dazu Deshalb ich muss auf Platz 3 Ich muss es tun Elias Würdest du sagen Das ist wirklich so Da fliegen die Frauen drauf Auf Elias Also ich weiß Dass meine Frau ihn mega karismatisch findet Es geht um mich gerade Und ich finde es ein schmucker Kerl Na gut Okay Es geht um dich Das ist richtig Es geht um mich gerade Okay Also du bist so ein bisschen Ich spiele nicht mit seinen Gefühlen So ein bisschen McMahon Also so ordentlich Muskeln Kann schon sein Kein Problem Kein Problem Werde ich mit fertig Werde ich mit fertig Okay Ja ich sag mal Platz 2 Und mir sagt er nicht Und jetzt bin ich dran Nehme ich das offensichtliche Oder gucke ich mal Ob der bei euch noch kommt Ne pass auf Ich nehme mal was unoffensichtliches Rowdy Roddy Piper Habe ich in der Liste Coole Sau Coole Sau Hässlich sah der jetzt auch nicht aus Und der hat einen Rock Genau Einen anderen Rock Nein also Ich fand ihn einfach eine coole Sau Und ein Original Irgendwie super authentisch Und wie gesagt Hässlich ist er Garantiert auch nicht Ist irgendwie so Wo man sich denken könnte Oh ja So wäre ich doch vielleicht auch gerne Oh ja Oh ja Oh ja Wie gesagt War jetzt nicht so offensichtlich Deswegen seid ihr glaube ich Völlig perplex Immer noch Immer noch Was Habe ich gesagt Dann nehme ich mal auf Platz 2 Christian halt dir mal eben die Ohren zu Randy Orton Ja Das wäre sonst mein Platz 2 gewesen Genau Das wäre das offensichtlich Ich finde Randy Orton ist so cool böse Irgendwie In seinem coolen Gimmick Ist auf jeden Fall auch nicht hässlich Hat einen guten Körper Sag ich jetzt mal Einen richtig guten Körper Und er hat so eine coole So coole Leicht böse Ausstrahlung Irgendwie Die ich irgendwie ganz Ja weiß nicht So ice cold Irgendwie Würde ich Beschreiben Und ich finde das hat irgendwie was Ja Das macht was mit mir Ne ist okay Ja ist Wisst ihr Es war immer so gut Der Christian Der mag den Randy nicht Aber ich wusste ja nicht Dass ihr beide euch gerne mal ein Zimmer mit dem nehmen wollt Dass es so schlimm ist Ja Ja nur ein bisschen kuscheln Du kannst ja Deinen Eliester Ähm Ne Dem Bart Dem Bart kraulen Dem Bart kraulen Aber ich will gerade nix habenloses ein Randy Ordner Ich geh feste Ähm Also ich hab das Ich hab diese Liste auch nicht fertig Also bei mir In meinem Fall Hab ich die jetzt nicht fertig gemacht Nach dem Motto Mit denen würde ich mich gerne mal einschließen Ja 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 Ähm Sonst hättest du Bader genommen Bei mir Bei mir auf Platz 2 Der Undertaker In der American Badass Phase Hm Okay Ist bei mir auf Platz 2 Motorrad Cooler Typ Großer Kerl Damals war er auch noch Ja ich bin wahrscheinlich wirklich Vince McMahon Ne War auch noch ein bisschen breter alles gewesen Ne Und Ey Er hat Kidwalk zum Einzug gehabt Und Limp Bizkit Er hat alles gehabt Er hat alles gehabt Ne Du brauchst immer schon so ein bisschen die Toys Hier Motorrad Gitarre und so Ja Ich brauch ein Gimmick Ja Ich brauch irgendwas dazu So ein Mann alleine reicht mir Ne Vielleicht kommt auf Platz 1 Hexor mit seinem 2-by vor Oh ja Hexor oder Platz 1 steht ja wohl fest Tuckboat Der Matrose Hat er ein Schiff mitgebracht Und er Ja ja Mit dem Schiff zu bringen Sind wir schon bei Platz 1 Ne Fucking hell Ja scheiße Wen nehm ich denn da jetzt Crazy Ja komm Ich nehm ihn Weil meine Frau Die ganze Zeit Wo wir angefangen haben Zusammen Wrestling zu gucken Wieder vor ein paar Jahren Da hat sie immer gesagt Ach der ist so schön Ach sehr schön Also ich hab schon immer Ich hab ihn gehasst Weil meine Frau gesagt hat Der ist so schön Und das war damals Also heute findet sie das nicht mehr Aber damals war das Roman Reigns Wo er noch die blauen Kontaktlinsen drin gehabt hat Hm Und ja klar Wenn man jetzt mal von ausgeht Dieses Schönheitsideal Was zum Beispiel hier Der Jason Momoa Ja nun mal auch Hier bekannt aus Game of Thrones Oder Aquaman Alle Frauen schmelzen dahin Was das für ein toller Typ ist Und wie der aussieht Und tralala Und ja Roman Reigns geht ja in eine sehr ähnliche Richtung So von der Optik her Muss man schon anerkennen Yo Ist wahrscheinlich schon so einer der Aktuellen Poster Boys Hat sich bei mir aber so ein bisschen Gebattelt hier Um Platz 1 mit Seth Rollins Mhm Ja so Platz 1 Stand dann für mich doch relativ schnell fest Ähm Ist bei mir der bestie ein Bugga Ich weiß nicht ob ihr den auch kennt Ja Bestes Outfit ever Auf jeden Fall Da ist für mich alles dran Was nicht dahin gehört Ne Quatsch Ne Ich muss jetzt auf Platz 1 Möchte ich so ein bisschen schummeln Und zwar Nehme ich da jetzt zwei Und zwar einmal aktuell Wäre das Drew McIntyre Mhm Ich finde es eine coole Sau Ziemlich männlich Kommt er so daher Irgendwie so ein bisschen böse Badass cool Irgendwie Hat auch einen wahnsinns Körperbau Auf jeden Fall Nehme ich da Bleiben keine Wünsche offen Und ich finde allein schon das Intro Halb mega cool Nehme ich da Wenn er dann dazu sein Rocker bleiben Keine Wünsche Ja ich mach gerade hier so Seine Datingagentur Hab ich so das Gefühl Chiffre Code Drew Wenn ihr auch der Meinung seid Dass der auch gerne mal bei euch Das Schwert irgendwo reinrammen darf Er macht schon wieder sehr viel draus Also das wäre jetzt so der Aktuelle Und so mal das 80er Jahre Ich Sag jetzt mal ganz gewagt Ravishing Rick Rude Oh Oh Heiß Also für die 80er Jahre Mit dem Schnurrbart auf jeden Fall Mega cool Auch durchtrainiert Ohne Ende Das war ja damals noch gar nicht so üblich Da liefen alle so Mega aufgepumpt Irgendwie noch Fünf Kotlitz auf die Brust genagelt Damit man noch ein bisschen mehr Nach Masse aussieht Und er kam Er war schon richtig sexualisiert Das war quasi die Diva der Männer Regie Des Rosters Ja krass Und dann fand ich auch immer Dieses Intro fand ich halt auch cool To all you fat Out of shape Pinses when you pisses So würde ich auch gerne mal da auftreten Und die Frauen denken sich trotzdem Oh der ist schon geil Ja Gott hab ihn selig Ravishing Rick Rude Absolut Platz 1 Ja noch kurze Anmerkung dazu Sie kokettieren ja so ein bisschen Hier bei Bobby Rude Mit Ravishing Rick Rude Weil so eine gewisse optische Ähnlichkeit Ist ja irgendwie schon da Ich hatte ihn auch Also Bobby Rude Auch so ein bisschen auf der Liste Haben ihn dann aber doch weggelassen Ist für mich der Wrestler Mit den kürzesten Beinen Die ich je gesehen hab Ich weiß nicht ob euch das mal aufgefallen ist Bobby Rude Solche Beine So ein Oberkörper Das stimmt Ja Mr. Chibi Naja Mr. Chibi Da hab ich gar nicht hingeguckt Platz Platz 1 Steht sowas von fest Ist natürlich Scott Hall Razor Ramon Das gibt Keinen cooleren Charakter Man muss es einfach sagen Also Was wollte er dazu sagen Chicos Das wollen wir dazu sagen Das ist Fakt Wo wir Wo wir den Kollegen haben Da hatte ich natürlich auch so eine Überlegung Ähm Ähm Jetzt komm ich nicht auf seinen normalen Namen Diesel halt Ja Kevin Nash Bitte Kevin Nash Kevin Nash Genau Auch so einer Der ist auch sehr gut gealtert übrigens Also wenn ich Wenn ich in dem Alter so aussehen würde Ja Ohne Mist Ey Da brauchst du dir keinen Kopf machen Er sieht wirklich richtig gut aus im Alter Achso Der ist so richtig gereicht Ich dachte ich muss mir keinen Kopf machen Weil ich im Alter auch so cool aussehe Genau Vielen Dank Ja Ja Schöne Runde auf jeden Fall Dann ist der Mirko wieder dran Dann bin ich wieder am dransten Ähm Was nehmen wir denn mal Oh ja Das wird sehr interessant Da muss ich auch noch so ein bisschen drauf rum überlegen Ähm Und zwar Unsere Ist ein bisschen makaber Unsere Top 3 Songs für die Beerdigung Für unsere Beerdigung Ach du Scheiße Okay Wow Gibt doch bestimmt so Lieder Wo ihr auch denkt Oh ja das auf der Beerdigung zu spielen Irgendwie ne Also irgendwann kommt ja mal das Thema Also mein Platz 1 steht auf jeden Fall fest Ich muss jetzt aber gerade so ein bisschen überlegen tatsächlich Hätte ich vielleicht ein bisschen später anstellen sollen Oder ich sag mein Platz 1 zuerst Können wir ja vielleicht mal so rum einfach mal machen Weil die anderen Sachen muss ich mir gerade noch raussuchen Ähm Platz 1 ist Mein absolutes Lieblingslied Das ist ein Lied Da kriege ich regelmäßig Gänsehaut tatsächlich Wenn ich das höre An so einer bestimmten Stelle Und zwar vom Messe für Tech Paradise Circus Da gibt es so eine Stelle Da setzen dann so schön die Streicher ein Irgendwie Und ich weiß nicht Manchmal hat man das Kennt ihr bestimmt auch Da macht Musik irgendwie was mit ein Ja Das trifft einen dann irgendwo Und das habe ich bei den Lied immer Und das habe ich mir schon ganz oft so vorgestellt Wenn es dann mal so weit ist Irgendwie Dann Paradise Circus Damit will ich dann die Welt verlassen So Jetzt ist der Christian Ich Ob es jetzt unbedingt Platz 1 ist Würde ich jetzt nicht sagen Ähm Ich weiß noch nicht wie die Band dazu heißt Es ist auf jeden Fall aus dem Soundtrack Aus dem Film Over the Top Und dort einfach der Main Song mit Winner takes it all Also definitiv Das ist so ein Hit Der müsste da definitiv mit laufen Ich glaube da wird jetzt eh sehr viel kommen In dieser Richtung Jetzt so wirklich Actionfilme 8er, 9er Jahre Soundtrack-Mucke Das geht jetzt steil Ja, ja Winner takes it all Genau Ist das von ABBA oder was? Nein, nein, nein The winner takes it all Das wäre ABBA, ja The loser standing small Ja, ähm Ich würde mal auf Platz 3 Einen Song nehmen Von diesem dicken Hawaiianer Is Israel Kamiami Wobulhala Wobulhala Ne Hier Over the Rainbow Hat er ja gemacht Und diese Kombination aus Somewhere over the rainbow Und What a wonderful world Superschöner Song Und passt auch glaube ich Auf so eine Beerdigung Ähm Ich hab da noch einen zweiten Platz Ich muss noch bei Platz 1 Total überlegen Aber äh Ich würde bei einer Beerdigung Ja, ist das ein trauriger Song? Ich weiß nicht Ich glaub die Leute heulen Aber eigentlich ist der Song Total schön Finde ich Mhm Er soll eigentlich aus dem Aus dem Grund laufen Weil er sehr schön ist Ja Oh man Mir fällt kein Platz 1 ein Lass da noch ein bisschen Zu überlegen Ja Ja Dann guck ich ja jetzt, ne Also mein Platz 2 Wäre Summer Madness Von Cool and the Gang Ich weiß nicht Ob ihr das kennt Vielleicht Vielleicht kennt ihr das Aus GTA Ich weiß nicht War das San Andreas Oder Vice City Vice City Ist ein instrumentales Lied Ne Also wo die ganze Zeit Einer so auf dem Bass spielt Irgendwie Und mit einem Ich weiß gar nicht Instrument Ich kenn mich da nicht so gut aus Ist auf jeden Fall Sehr sehr entspannt Irgendwie Weil ich bedenke Ne Das ist ein sehr friedliches Ein sehr ruhiges Lied Und ich will einfach In Frieden gehen So ne Und ich will halt auch Dass das so wahrgenommen wird Das soll jetzt nicht Hoch traurig sein Sondern einfach ne So stelle ich mir das Irgendwann vor Am Lebensabend Ich habe mein Leben gelebt Jetzt war die Zeit Ich gehe in Frieden Und das wäre so Die perfekte Akustische Untermalung Dafür Summer Madness Von Cool and the Gang In der Long Version Das ist so ne schwierige Frage Ich bin Als nächstes Bei mir auf Platz 2 Wir sind jetzt bei dem Film Rocky gelandet Rocky 4 Und dort das Lied No Easy Way Out Gesungen von Das muss ich nachgucken Von Robert Trapper Das ist so die Szene Wo er alleine dort im Auto Sitzt und fährt Als Wer gestorben ist Als Apollo Gestorben ist Das ist so ein tolles Lied Das höre ich Ach Das höre ich auch so oft Also wöchentlich Auf jeden Fall Ja krass Der Songtitel Sagt mir jetzt gerade gar nichts Aber wo du sagst In welcher Oder nach welcher Szene Das kommt Da geht es einem Direkt wieder durch den Kopf Ja krass Ja das spricht ja Für den Song Ich habe gerade nochmal Platz 2 und 1 Umgestellt Deswegen Das was mir die ganze Zeit Nicht eingefallen war Würde ich jetzt mal Auf Platz 2 stellen Und das ist My Way Von Frank Sinatra Oh sehr schön Ja Also eigentlich total bescheuert Weil ich mir denke Eigentlich will ich Bei meiner Beerdigung Es ist irgendwie schwer Eigentlich gehe ich jetzt Gerade davon aus Die Beerdigung ist gar nicht So lang hin Sondern man Man müsste vielleicht Zu früh abtreten Und dann will ich Eigentlich eine Beerdigung Wo die Leute nicht da Mit Schlips und Kragen sitzen Und die ganze Zeit heulen Sondern die sollen eigentlich Eine fette Party für mich machen Und mein Leben nochmal feiern So hat unser Drummer Das zum Beispiel gemacht Von Krut Der ist ja auch viel zu früh Am Krebs gestorben Der ist keine Es kam mal Mitte 40 geworden Und der hat noch mit seiner Frau Wo er merkt Dass es zu Ende geht Hat er gesagt Ich meine klar Ihr seid alle traurig An dem Tag der Beerdigung Und so Aber ich will Dass ihr eine richtig fette Party macht Und irgendwie Euch an mein Leben Und mich erinnert Und Spaß habt Irgendwie Und tolle Geschichten erzählt Und lacht Und von mir aus auch weint Aber das soll eine Party werden Und das haben wir ihm auch so gegeben Und das war ein mega geiler Tag Und da habe ich auch Zu meiner Frau gesagt Boah Wenn ich zu früh abtreten sollte Dann definitiv auch so Weil Ich will nicht Dass die Leute da nur traurig sitzen Aber My Way wäre auch so ein Song Wenn der läuft bei einer Beerdigung Dann Heulen sie trotzdem alle Aber gut Dann sagt man halt Okay ihr macht eine fette Party Und es kommen währenddessen Diese drei Songs Und da können auch mal heulen Ja Bin ich dran Wo ist denn mein Discord So da seid ihr wieder War nämlich gerade ein bisschen am suchen Weil ich den Namen nicht sofort wusste Das war tatsächlich ein Lied Das hatte ich letzt bei mir im Laberalarm Als Ne hatte ich das da drin Oder wollte ich Ne das konnte ich nicht Wegen Copyrights Und zwar ist das eine isländische Band Heißt Sigur Ros Oder so ähnlich Oder Sigur Ros Und ich weiß nicht Wie das Lied richtig ausgesprochen wird Zeglupur Oder so ähnlich Heißt das Das ist auch aus dem Soundtrack Von Aquaman Soll das mit drin sein Da habe ich es aber nicht zum ersten Mal gehört Sondern ich habe es bei einem Gameplay Trailer Zu Prince of Persia Die vergessene Zeit gehört Ist jetzt auch schwierig zu beschreiben Wie das Ganze so klingt Das ist halt Ja auf eine Art Rock irgendwie Mit einer Männerstimme Die sehr weiblich klingt Und wo du die Sprache halt nicht verstehst Weil der singt auf isländisch Aber das klingt irgendwie Sehr vom Herzen irgendwie Und das hat so eine So eine schöne Grundstimmung Irgendwie Die das so Die das so auslöst Und die das so trägt Das ist jetzt vielleicht Ein bisschen dramatischer Nicht so in die Richtung Von wegen hier Leute Hab Party Ich bin weg Sondern ein bisschen Ja ein bisschen tragend Ein bisschen dramatischer Aber das wird auf jeden Fall Da auch gut so reinpassen Platz 1 Jordan Sparks Mit Freeze Okay Jordan Sparks Ist eine amerikanische Sängerin Ähm Die eigentlich so Balladen mäßig Immer so viel singt Und das ist ein Lied Was eigentlich Was man auf vielen Hochzeiten hört Komischerweise Aber für mich ist das irgendwie Ein Lied So von der Symbolik her Wo es halt wirklich darum geht Momente einzufrieren Und zu sagen Hier du lebst da jetzt In dieser Situation Und es ist für mich Eigentlich auch immer Eher so für eine Beerdigung gewesen Dass halt jeder So seine Erinnerungen hat Bestimmte Situationen Von mit dem Menschen zusammen Mit dem Der jetzt gegangen ist Und so weiter Ja und dass man die halt Einfriert und dann halt Einfach speichert In seinem Kopf Und das ist für mich Ist das halt so ein Ja so symbolisch gesprochen War es für mich immer Eigentlich eher Ein Beerdigungslied gewesen Und wäre definitiv Für mich ein Ganz heißer Heißer Kandidat Um auf der Beerdigung Gespielt zu werden Okay Ja Ich muss mir die Songs Auf jeden Fall mal anhören Die er da nennt Sagen mir Oft nix Ich glaube ich habe hier Die bekanntesten genommen Denn auch mein Platz 1 Ist eigentlich sehr auf der Hand Liegend und sehr bekannt Von Queen Show must go on Das geht ein bisschen In die Richtung Was ich vorhin sagte Ich bin weg Aber es geht weiter Für euch Und macht euch keine Sorgen Mir geht es jetzt gut Da wo ich jetzt bin Und Trotzdem ist der Song Super Schwer Finde ich Also der Song Wiegt sehr schwer Irgendwie Und Da ist dieser Moment drin Von dem Mirko Glaube ich gerade gesprochen hat Dieser Moment wo Sich alle Haare irgendwie aufstellen Und man denkt Boah Was war das jetzt Freddy singt glaube ich Irgendwie zwei Strophen Und dann ist diese kurze Pause So Show must go on Dieser erste Refrain Boah da stellen sich mir Alle Nackenhaare auf Sind ja eine Menge Wie ich vorhin schon gesagt habe Und Es ist biologisch einiges los Ja die Corona-Zeit Ich müsste mal wieder rasieren Ja Ne also Von der Aussage her Unterschreibe ich den Song Total Und Der Hintergedanke noch dabei Dass jetzt ja auch einer mit Also dass Freddie Mercury Den Song in vollem Bewusstsein Geschrieben hat Dass er wusste Ich bin bald weg Ne Und die Band wusste es ja Bis dahin glaube ich gar nicht Und so Ne klar Jeder hat gesehen Gut geht es dem irgendwie nicht Aber Ihm war bewusst Lang mache ich nicht mehr Und das war ja so Sein Abschied an die Band Also das ist Das ist ein schweres Ding Aber Ja Passt wie Force aufs Auge Ja War eine etwas Andere Liste Ne Mal so Naja Aber muss auch mal sein Ne Ja Aber gute Frage Fand ich cool Fand ich auch Fand ich auch Cool Dann der Christian Ne Die vierte Top-Liste Wir sind schon über die Hälfte Ja Musik Oder Musikrichtung Ist egal Die man toll findet Wofür andere sich aber schämen Hm Okay Top 3 Da geht es jetzt um den Musikstil Nicht um einzelne Lieder Oder Eher den Musikstil Die Richtung Boah das wird aber schwer Da 3 Naja wir können es ja versuchen Leg mal einen vor Ich lege einen vor Und mach es jetzt gleich auf Platz 3 Schlager Schlager in der Richtung Ich kann das wirklich hören Ich habe damit absolut keine Probleme Ich höre auch Wirklich so alten Schüssel Was mein Vater mir schon vorgespielt hat Und so das höre ich mir heute noch an Und meine Frau zum Beispiel Wenn die im Auto dann sitzt Und ich bin ja so Eher mich stört Das sind die Fenster runter Weil es warm ist Und dann dröhnt die Mucke dort Die volle Esse Und dann geht das dort los Mit Jürgen Drews Und was weiß ich nicht alles Und da ist da Stimmung in der Karre Und meine Frau mag so eine Musik Und die sitzt dann eher immer so im Auto Die ganze Zeit Das ist total herrlich Also bei mir Platz 3 Schlager Okay Obwohl das Schämen Quatsch ist Weil es ist ja nicht umsonst Mit einer der erfolgreichsten Musikrichtungen zur Zeit Ja Wo man sich vielleicht selbst Ein bisschen für schämt Dass man das gut findet Ja Okay Dann sag ich mal Also es ist jetzt nichts Was ich mir regelmäßig anhöre Aber ich bin da durch die Jugend Und Kindheit geimpft worden Durch meine Eltern Und kann es mir deswegen gut anhören Und zwar Italo Pop Kennt man vielleicht noch aus den frühen Neunzulern Ja Felicita La bidi doodle Und ne Nudel Felicita Oder was weiß ich Ah zu rot Also meine Mutter hat das super gerne gehört Und wenn wir dann Wir sind sehr oft nach Italien gefahren In der Kindheit Also als ich Kind war Dann lief eine Kassette Die ganze Fahrt lang Ja Das war glaube ich Die eine Das eine Album von Albino Power und Romina Irgendwie Ne Wie Albino und Romina Power Ja genau Und Die andere Seite war so ein Best Die andere Seite war so ein Best of Italo Pop Albino Power Könnt Spruch für ein T-Shirt sein Albino Power Hashtag Albino Power Hashtag Albino Power Genau Oh Mann oh Mann oh Mann Sehr gut Shit Gut Ja Damit bin ich durch Damit ist er durch Ich nehme jetzt mal Das ist vielleicht gar nicht so unpopulär Aber Ein bisschen aus der Zeit gefallen Mittlerweile schon NDW Neue Deutsche Welle Kannst du mittlerweile auch nicht mehr jedem mitkommen Besonders nicht mal einer Frau Die finde das so irgendwie ziemlich uncool Ist jetzt auch nicht so Ich bin ja sowieso nicht so der Typ Der so wahnsinnig oft Musik hört Aber NDW Zeit Meine Kindheit auch Gibt es viele Sachen Die ich richtig cool finde Hier Wie heißt das noch Hier Tom Schilling Ich komme jetzt gerade nicht auf das Lied Ne Von wegen der Astronaut hier Hey Hey Ah ne Der Golden Reiter war von Wem anders Golden Reiter war Joachim Witt Ja genau Das ist so mein liebstes NDW Stück Auch tatsächlich Der Golden Reiter Ich wusste damals nicht worum es da geht Da geht es glaube ich sogar um Drogen eigentlich Irgendwie in dem Text Ja Bin ich der Meinung Heroin oder sowas Kann das sein Major Tom war das andere Was ich gerade meinte Von Tom Schilling Völlig losgelöst Und da gibt es so ganz viele Sachen Ich hatte bei der Bundeswehr Ich muss es ganz kurz erzählen Ähm Ein Vorgesetzten Der war Major Und der hieß Ähm Tom Major Tom Wagner Oder wie hieß er weiter Weiß ich mir Auf jeden Fall Er hieß halt Tom Und immer wenn eine Feier war Eine Kompaniefeier oder so Wurde immer Major Tom gespielt Weil es war halt sein Dienstgrad Und sein Vorname gewesen Herrlich Ja oder ich weiß nicht Ob ihr Grauzone Eisbär kennt Zum Beispiel Ja Lauter solche Sachen Also da gibt es ganz viel So aus der NDW Zeit Was ich mega cool finde Und das ja Wird da vielleicht so Reinpassen Ist heute nicht mehr so En vogue En vogue Oh yeah Christian Musik der 90er Jahre Ich bin voll drin Quit playing games with my heart Ich bin voll drin Was bei mir aber daran liegt Ältere Schwester Ich bin groß geworden Mit Take That E17 Die Backstreet Boys Worlds Apart Better Breakfast Wie sie alle hießen Ich bin im Game Ich kann alles mitsingen Ich kann alles mitsingen Und das Schlimme ist Wir kommen ja jetzt so In das Alter Wenn dann jetzt so eine Ü30 Ü40 Party ist Und du bist dann dort Und bist dann fetzen harter Mit deinen Kumpels Und dann gehen auf jeden Fall Die Backstreet Boys los Und du als Kerl Rennst auf die Tanzfläche Backstreet's back Alright Und das ist dann Richtig Richtig Oder wenn du uns Endsing und so Dann geht das los Ach Leute Ich kann euch Geschichten erzählen Auf jeden Fall Bei mir Boygroup Musik Der 90er Jahre Ja ich musste das auch Durch meine Cousine Alles mitmachen Siehste Ja Absoluter Take That Fan Und ja Alles der ganze andere Mist der dazu kam Meine Frau fand wohl Caught in the Egg Damals total geil Siehste War das alles gehabt damals Ja komm Ich mach mal weiter Passt auch in die Zeit Eurodance Geil Sehr gut Also mit so Zwei Art Türoben Deckel Also da hält mich auch Da hält auch kein Bein mehr still Wenn der Kappenei Joe ruft Oder DJ Bobo sagt There's a party Dann ist er Muss ne Ja Fun Factory Und was es nicht alles gab Herrlich Drill Instructor Ja Captain Jack Captain Jack Genau Ja Ejo Captain Jack Das finde ich Call me Mr. Raider Call me Mr. Roar Call me Mr. Vain Ne Da bin ich komplett bei dir Da bin ich bei dir Also das ist so herrlich Too Unlimited Ja Hello Hello Africa Tell me how you doing Mit Dr. Alban Oh Dr. Alban Oder Snap Wollen wir mal Snap Nicht vergessen Snap fand ich mega cool Ups up Is egal Ein zwei Polizei Auch super Wie hieß er Modo Modo Ja genau Modo Das läuft teilweise noch Wenn du amerikanische MBA Übertragung guckst Dann diese Entertainment Mucke Die da zwischen den Auszeiten läuft Dann läuft da noch Ein zwei Polizei Manchmal finden die Bumega da drüben Okay Ist dann auch mal angekommen Ja Kennt er noch Informa Ja klar Ja klar Gibt's noch eine deutsche Version Ich bin Farmer Den ganzen Tag im Stall Und melke kühl Ja Herrlich Shake, shake, shake The Room Obwohl das ist eher Hip-Hop Das ist schon wieder was anderes Ja Jazzy, Jeff und The Fresh Prince The Fresh Prince Oh yeah Habe ich mir sagen lassen Habe ich ganz schnell gegoogelt Ich weiß das nicht Ja, 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 ja Memories Jetzt bin ich ja am dransten Ich habe zwei Sachen zur Auswahl Was nehme ich denn davon jetzt Ach komm, das ist aber Das höre ich heute aber nicht mehr so gerne Nämlich das andere Ich habe früher diese ganz alten Synthesizer Stücke habe ich gerne gehört Sowas wie XLF oder sowas So die allerersten Synthesizer Dinger Mir fallen jetzt leider nicht mehr so viele Beispiele ein Auch hier von diesem Frank Duvall heißt der glaube ich Ein deutscher Der hat ja auch ganz viel für so Derrick Und Fall für zwei Und so der teilweise da So die Songs geschrieben hat In den 80er Jahren Ja, ja Du hörst du gar nicht mehr so gerne heute Ne, ich nehme glaube ich noch mal so eine hier Ja, ja, ja Das ist alles gut Derrick Und habe ich rauf und runter gehört Als Kind Finde ich heute auch gar nicht so schlecht Habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört Das andere, worauf ich rumüberlegt habe Kann ich ja mal so als Honorable Menschen Hier reinknallen Rondo Veneziano Kennt ihr das? Diese komische klassische Opern Musik irgendwie Ach sowas Okay Ja, ja genau Das fand ich als Das war ich aber auch Kind oder Jugendlicher So da fand ich das noch irgendwie ganz cool Ist heute jetzt aber nicht mehr Hm 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 Jetzt bin ich ja mal gespannt Wie du dein Boy-Band-Kram toppen möchtest Da bin ich ja echt mal gespannt Richtig ordentliche Marsch-Musik Richtig? Ja Ja genau Ist das nicht herrlich Da so einfach mal so Preußisch Gloria Dann einfach mal so Das hat schon was Das ist doch herrlich Das ist herrlich Auf dem Klo oder wo hörst du sowas? Also zur Zeit Zur Zeit Ich werde auf Arbeit nämlich immer ausgelacht Weil ich habe ja so viele Aufgabenbereiche Und wenn ich zum Beispiel Revisionsunterlagen ausdrucken muss Wo es einfach nur darum geht Innerhalb von kürzester Zeit Einfach mal so 2000 Blätter ordentlich auszudrücken Auszudrucken Zu lochen Zu falten Ja auch so eine Tätigkeit muss man machen Und da einfach mal so ein bisschen Marsch-Musik nebenbei Und geht alles gleich viel schneller und besser Christian du bist eine kranke Person Warum? Ich stelle mir das gerade vor Und der Drucker läuft auf Hochtouren Und ich Ja Ja Bond-Duell ist das Vormose Das hat ich auch gerade im Kopf Sehr gut Aber Was ist da los? Ja der Christian druckt wieder mal raus Ich glaube die Russen kommen Nein der Christian druckt was raus Nee der Druck Der Druck Komm Nee aber das Da gehe ich richtig steil Ob so schön im Auto Ist was feines Ich habe einen kleinen Gegensatz Ich habe einen kleinen Gegensatz für euch jetzt Mein Platz 1 ist so richtig kitschige 80er Jahre Power Ballade So Rockset zum Beispiel hier Listen to your heart von Rockset Oder ja so Sachen von Foreigner Survivor Und wie sie alle heißen Kusche Tina Turner Tina Turner kann auch gute Power Balladen Jennifer Rush Jennifer Oh ja Jennifer Rush Oder hier von Cher Oder hier von Cher If I could turn back time Oh herrlich Da geht mir so richtig Da geht mir richtig Die Hose auf halb acht Da ist halt die Fahne in der Hose Schön Das war für mich Früher mal Albtraum Meine Eltern Die haben ja auch mal Party gemacht irgendwie Und wenn die sich dann Einen gelötet hatten So ein bisschen Dann kam halt sowas Ich habe immer gesagt Kuschelrock und Schmusebluse Also Kuschelrock hießen die CDs Die Schmusebluse habe ich dahinter gedichtet Und dann lief halt Diese CD dann in Dauerschleife Das war jetzt für unsere Augen Ich habe mir gerade einen Finger versucht In den Hals zu stecken Da kommen ganz schlimme Erinnerungen Kommen da hoch Schlaflose Nächte Ich musste morgens um sieben los zur Schule Und hatte irgendwie eine Mathearbeit oder so Und musste dann die Nacht bis um fünf Uhr Dann hier Alban Und nicht Alban und Romia Pau Aber hier Jennifer Rush hören oder sowas Ja war super Sehr schön Ja was ist denn dein Platz eins Ich wollte nur sagen Ich wollte nur sagen Ich habe eine Best-of-CD von Jennifer Rush im Auto Ja Jetzt fahre ich definitiv Ja Ring of Ice Ring of Ice Oh herrlich Ich habe ein bisschen Angst Ne Ich eben das seine Auf Platz eins jetzt bei mir eine Sache Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört Aber ich habe mir davon jetzt tatsächlich Eine CD auf den Wunschzettel gepackt Und beabsichtige mir bald da was von zu kaufen Und das ist so Musik Wo ich glaube ich dran merke Ich werde alt Man merkt es nicht nur am Praxisbüllo-Bogen Man merkt es auch daran Dass ich Bock habe Mir Reinhard May anzuhören Ich liebe den deutschen Baden-Reinhard May Ich mag den immer mehr Da ist der Weidemann nicht ganz unschuldig dran Mit seinem Verabschiedungsvideo hier Noch eine Zigarette Oder wie hieß das Gute Nacht Freunde heißt das Gute Nacht Freunde Ja wäre auch was für eine Beerdigung eigentlich gewesen Ja das stimmt Ich bin da mal weg Ne aber ich finde der irgendwie hat das was Was leichtes irgendwie so Mit so ein bisschen so Ganz bisschen Schmunzeltexte teilweise So kalte Schlacht am heißen Buffet Ne umgekehrt Heiße Schlacht am kalten Buffet Und was da so für Lieder gemacht Oder über den Wolken Klassiker irgendwie Den ich auch grandios finde Und ja ich merke Ich sympathisiere immer mehr mit Reinhard May Und werde mir da wahrscheinlich bald mal So ein Best-of ins Haus holen Warum nicht? Ja Weil es peinlich ist Darum nicht Okay Christian hatte seinen ersten Platz Genau meine Top 3 4 Wäre Die Top 3 Launchtitel Also Das Spiel Was euch Ihr müsst ja die Konsole Nicht zum Launch gekauft haben Aber ihr müsst wissen Dass dieses Spiel Ein Launchtitel Der Konsole war Achso Ja Echt jetzt? Ui Schwer ne? Also eine Sache hat da jeder gleich im Kopf Fürchtig Die könnt bei uns allen vielleicht auch Auch beim Christian nicht Na egal Ja den macht ihr mal Schauen wir mal Also mein Platz 3 ist Wii Sports Von der Wii War ja dabei Ne Und muss ich auch sagen Als ich mir die Wii dann gekauft habe So ein bisschen nach Release Hat das auch wirklich sehr sehr lange Sehr faszinierend auf mich gewirkt Mit dieser Bewegungssteuerung Das hat ja auch bei Wii Sports sehr gut funktioniert Ich hab viel gegolft Ich hab viel geboxt Ich bin direkt am Tag Wo ich mir die Wii gekauft habe Zu meinem Trauzeugen Also meinem zukünftigen Trauzeugen Und wir haben den ganzen Abend Die ganze Nacht irgendwie Wii Sports gezockt Und das war doch irgendwie Sehr nachhaltig gewesen Und war ein guter Launchtitel Um diese Bewegungssteuerung eben mal Vorzuführen Oh Jetzt bin ich mal gespannt Ihr seid noch ordentlich am Sammeln Ja Wir sind jetzt schon drei Sachen eingefallen Ich muss nur gerade mal mit der Reihenfolge So ein bisschen überlegen Ich nehme mal auf Platz drei Launchtitel für die PS4 Und zwar Infamous Second Son Ich hab die PS4 nicht zum Launch gehabt Aber Infamous war dann auch so eins meiner ersten Spiele Und ich hab das Spiel platiniert Das ist jetzt Wenn ich jetzt eine Wertung geben müsste Dann wäre ich so bei vier Sternen von fünf oder sowas Ist jetzt nichts was ich mega krass geil fand Aber man hat mich halt so 20 Stunden beschäftigt Und von der Gameplaymechanik machte das Spaß Irgendwie so Mal so ein bisschen so als Superhelter so unterwegs sein Und bei den Launchtiteln für die PS4 war es dann ja auch noch so Dass die versucht haben Dann auch nochmal dieses Touchpad da mal so ein bisschen sinnvoll mit zu integrieren Das ist dann ja irgendwie Gefühlt dann zwei Wochen später war das schon alles wieder vergessen Und dann war das einfach nur ein weiterer Knopf Aber da konntest du dann ja irgendwie so Ich weiß gar nicht Irgendwie Graffiti mitsprühen oder sowas glaube ich Genau Irgendwie sowas, ja Das fand ich irgendwie ganz lustig Und ja, das Spiel hat halt Spaß gemacht Das hat gebockt Das ging gut von der Hand Das war fluppig irgendwie Und deswegen, ja, Infamous, Second Son Ich Ich mache jetzt auf Platz 3 einen Titel Den nehme ich euch nämlich garantiert weg Den wollt ihr bestimmt auch alle sagen Könnte ich mir vorstellen Ich nehme für die Nintendo Switch Super Mario Odyssey War das ein Launchtitel? Das war kein Launch War kein Launchtitel? Das kam im Oktober Und die Switch kam im März Verdammt Ich bin nämlich auch recht sicher Verdammt Dann muss ich umschwenken Dann suche ich mir noch einen aus Dann mach mal jetzt eine Playstation 4 Weil da hatte ich wirklich meinen Spaß mit Ich muss da Kneck jetzt hinnehmen Ist für mich einer der verkanntesten Jump'n'Run Titel Also 3D Jump'n'Run Ähm Auch der zweite Teil So gut Also so ein klasse Spiel Auch ordentlich schwer Also da gibt es wirklich ein paar Passagen Erst recht, erst recht Wenn ihr das platinieren wollt Und auf Hölle Also Hölle Wie ist es höllisch? Der Schwierigkeitsgrad? Auf jeden Fall der schwierigste Dann wirst du wirklich einmal getroffen Und dann bist du down Also das ist richtig kacke Aber ich muss Kneck nehmen Kneck hab ich so einen Spaß mit gehabt Definitiv Ja, schwören ja viele drauf Ist aber damals so erfolgstechnisch Ganz schön untergegangen Ist aber grundsolide, find ich Also ich würd jetzt nicht sagen Superhit Aber ich hab da auch meinen Spaß mit gehabt Ich hab's nicht durch Aber find ich interessant Dass ihr beide PS4 Titel habt Weil ganz viele schimpfen auf das Release Oder Launchline ab der PS4 Find ich cool Ich bin ja schon wieder Mirko, hast du einen Titel von der Switch? Okay, dann lass ich den mal weg Dann würd ich was anderes sagen Dann geh ich mal auf die PS5 Und sage auch ein Insomniac Game Und zwar Miles Morales Hat mir mega Bock gemacht Fand ich einen super coolen Release Titel Für die PS5 Und dadurch, dass ich noch keine Berührung Mit dem Spider-Man-Vorgänger hatte Von Insomniac Hat mich das auch so richtig umgeblasen Damit hattet ihr ja beide so einen Spaß Und ich hatte halt noch gar keine Berührung Und deswegen hat mir das sehr kurzweilige Miles Morales umso mehr Spaß gemacht Fand ich einen sehr, sehr guten Release Titel Hab ich von vielen Leuten gehört Die auch mit dem ersten Spider-Man nicht so Spaß hatten Dass die dann auf einmal Miles Morales ziemlich cool fanden Ja, weil die Story wirklich Zug hat Ich hab ja auch versucht Den ersten Teil nachzuholen Und bin irgendwann mittendrin dann eingeschlafen Weil die Story keinen Zug irgendwie hat Und Miles Morales ist halt schön knackig Von der Erzählung her Sind so 12 oder 15 Stunden Und dann ist auch wirklich Das macht auch wirklich Bock An der Story dran zu bleiben Der hat also die Eisenbahn gefehlt Jetzt wo der Zug da ist, geht's Ja genau, das war alles Ich nehme auf Platz 2 Launch-Titel für den Super Nintendo Nämlich Super Mario World Fand ich super Ich hab's natürlich auch nicht zum Launch gespielt Und ich hab's leider bis heute auch nicht durchgespielt Aber ist vielleicht Der beste 2D-Plattformer aller Zeiten Irgendwie so Wenn ich jetzt so eine Liste machen müsste Und versuchen sollte Irgendwie objektiv da was auf Platz einzustellen Dann wär's wahrscheinlich Super Mario World Richtig geiles Ding Ähm, nochmal ein richtiger Sprung Ich fand Super Mario Bros. 3 schon richtig krass Was ja kein Launch-Titel ist Aber war halt ein richtig krasser Plattformer fürs NES Und dachte, das kann eigentlich nicht noch geiler werden Und dann haben sie halt Super Mario World rausgebimst Nochmal mit Yoshi dabei Und den Super Mario Oder Super Mario Man Anzug da Wo du so fliegen konntest Ja, ja Mit dem Cape und so Ja, ja, genau, genau Und noch mehr Level Noch mehr Abwechslung Grafik war natürlich dann auch nochmal viel schicker Und so Deswegen, ja, Super Mario World Der Endkampf gegen Bowser Mega geil Einer der geilsten Endboss-Fights überhaupt Ja, da haben sie doch diesen Mode-7-Chip Glaube ich dann genutzt Genau Also ich hab's leider noch nicht bis dahin selber geschmiert Aber ich hab das auch schon mal irgendwo gesehen Wo sich das dann alles so dreht und so Hab ich auch überlegt, mit auf die Liste zu stellen Und war mir dann zu offensichtlich Weil ich dachte, wenn ihr spontan drüber nachdenken müsst Dann lass ich den lieber ein von euch Ja Sehr rücksichtsvoll Ja, genau so wie meinen eigentlichen Platz 2 Den du wahrscheinlich auf Platz 1 dann hast Äh, ja Christian Platz 2 Muss ich Tetris nehmen Für den Gameboy Definitiv Das ist ja ein Spiel, was auf einmal dann jeder gespielt hat Selbst meine Mutti hat Tetris gespielt Die mit Videospielen nie was zu tun hatte Wie Und dann hat man ja dann irgendwann zum Glück Hat man das NES dann gehabt Und da gab's ja dann O-Tetris drauf Und da hat's es dann dort immer gespielt Da konnte ich wenigstens wieder Gameboy weiterspielen Ach Leute Aber auf jeden Fall Tetris damals auch ein Spiel, was verbunden hat Ne Leute, die nie Videospiele gespielt haben Aber auf einmal so ein Ding gehabt dann Absolut Jo, ich mach mit dem Gameboy weiter Mein Platz 1 Super Mario Land Gibt, glaub ich, kein Spiel, was ich so oft durchgespielt hab In meinem Leben Ja, und war natürlich so der Grundstein Für das, was Mirko gesagt hat Super Mario World Oder, ähm Ja, ich fand auch Super Mario World 2 auf dem Super Nintendo Total geil Ist aber absolut kein Release-Titel Oder Launch-Titel gewesen Aber Super Mario Land Hab ich direkt mit dem Gameboy zusammen geschenkt bekommen Mega ikonisches Ding Mein Platz 1 Jo, mein Platz 1 Ist Breath of the Wild War für mich halt mega der Hype irgendwie, ne Neue Konsole Das war halt das erste Mal, dass ich zum Launch auch so eine Konsole zu Hause hatte Das hatte ich ja vorher nie Ja Und dann halt die Switch zu Hause Dann gleich Breath of the Wild dabei Und gleich drauf gestürzt Und ja, das Ding dann 70 Stunden lang nie ausgemacht Also so lange hab ich für meinen ersten Run gebraucht Was für ein Spiel, ne Ist für mich bis heute so das beste Switch-Spiel, würde ich sagen Ja Ähm, find ich mega Ich freu mich tierisch auf den zweiten Teil Ich will den ersten Teil auch unbedingt nochmal durchspielen Um dann halt auch dieses alternative Ende dann nochmal zu sehen Wenn du diese ganzen Erinnerungsfotos einsammelst Ähm, ja Und dieses, ne Hab ich schon ganz oft in anderen Videos und Podcasts und so beschrieben Dieses Gefühl von Freiheit So mach dein eigenes Abenteuer irgendwie, ne Du hast da zwar anfangs dieses kleine Tutorial-Gebiet Wo du dich erstmal so ein bisschen austoben musst Aber selbst da ist das relativ frei Und nicht die ganze Zeit hast du so einen Text Äh, was weiß ich Drücke A Um zuzuschlagen und tralala Sondern relativ frei Und dann später wird's halt richtig frei, ne Du kannst überall hin Ne Muss halt mit den Umgebungen da klarkommen, logischerweise Aber dir sind im Prinzip keine Ketten angelegt oder so Du kannst machen, was du willst Die Story, ähm, um da voranzukommen Die wird dir nicht, du wirst da nicht immer wieder so hingedrückt, ne Sondern das Spiel lässt dich wirklich erstmal dein Ding machen Und dann kannst du, wenn du Bock hast, dann wieder zur Story zurück Kannst du direkt zu, zu Ganon Oder du machst vorher ein paar Titanen platt und so Und, ähm, ja Gefällt mir mega gut aus ganz vielen Aspekten Und dann halt, wie gesagt, dieser Hype der frischen Konsole mit dazu, ne Bist sowieso schon heiß, das Ding auszuprobieren Und dann hast du da gleich so ein Meisterwerk dazu am Start Das, ja, war schon einzigartig Es, ähm, ist vor allem beeindruckend Sowas als Release-Titel oder Launch-Titel mitzubringen Weil, ne, wir haben ja vorhin auch über andere, äh, Launch-Titel geredet Äh, wie ein, äh, wie ein Nack oder, äh, ja, Infamous Oder jetzt bei mir Miles Morales Das sind alles keine Spiele, äh, die du auf ewig in den besten Spielen aller Zeiten nennen wirst Aber ein Breath of the Wild ist verdammt nah dran So, ne, also das ist einfach mal eine Ansage als Launch-Titel Wie ein Tetris zum Beispiel, ne Platz 1 Ja, schön Platz 1, das ist ja nun mal so, bin ich so richtig ins Gaming reingekommen Muss fürs NES Super Mario Bros. sein Auch schön, ja Muss es einfach, das waren die Anfänge des Gamings bei mir Und ich bin so froh, dass ich's original verpackt hab Nicht in dieser hier, wo alle drei drin sind Hier bist ja hier dieses hier, wo das Fußball mit drin ist, Tetris und so Sondern wirklich als eigenständigen Titel Da hab ich mich gefreut, wo ich das dann endlich bei mir ins Regal stellen konnte Ja, wenn man das als erstes spielt und dann kein Gamer wird Dann stimmt auch was mit einem nicht Möglich Möglich Ich glaub, ich hab Super Mario Bros. 1 nie durchgespielt Oh, okay Welt 8, 2, weiter bin ich nicht gekommen Das Zeitlimit wurde bei mir immer ein Problem Weiß ich noch am Ende Dass ich immer nicht bis ans Ende der Level gekommen bin, tatsächlich Wie viele Welten gibt's denn eigentlich? Ich glaub, es sind 8 Waren's 8 oder 9, mehr waren's auf jeden Fall nicht Okay Acht Welten und eine Welt hat immer 4 Level gehabt, glaub ich, ne Das ist gut möglich, ja Ja, klar, du hast ja dann am Ende, wenn du in die Röhre gegangen bist Na richtig, muss ja so 4 Ja Und die 4. Welt war dann immer der Kampf gegen Bowser dann halt, ne Ach toll, muss ich bald mal wieder spielen Im Stream Da kann man ja auch, du kannst ja auf der Switch so spielen Ist doch global hier bei diesem Nintendo Online mit drin gewesen Ja Ja, sollte mit drin sein, ne Oh Da gibt's ja sogar die Rückspul-Funktion, ne Für die Weicheier, die sich ärgern Wenn sie mal irgendwo runtergeplumpst sind, dann kannst du sie rückspulen Ja gut, das ist ja, das ist ja wack Sowas fangen wir gar nicht erst an Nein, ohne uns So Mirko, die 4. Top 3 Die 4. Top 3, bleiben wir mal im Gaming-Bereich Und zwar eure Top 3 Retro-Games, die ihr dringend nochmal nachholen müsstet Jeder irgendwie drüber redet, so richtige Kult-Klassiker Wo man sich so sagt So, was, ne, wenn wir wieder bei der Beerdigung Wenn wir da mal von der, vom Planeten getragen werden irgendwie Und wir haben das Spiel nicht gespielt, dann können wir noch nicht gehen Und ich fang jetzt mal an mit Mario 64 bei mir Ist ja irgendwie auch in aller Munde irgendwie so, ne Unerreicht, keine Ahnung, tralala Ich warte immer noch auf ein gutes Remake Um das mal mir anzugucken Ich hab ja nie ein N64 gehabt und hab dann jetzt gehofft Mit dieser 3D-Collection irgendwie Dass sie da mal eine vernünftige Version reinpacken War jetzt ja leider nur 1 zu 1 Ein Port quasi Ich hab ein bisschen Angst, mich da ranzusetzen Weil man das bei so Klassikern ja ganz oft hat Wenn die jetzt schon so 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben Gerade bei Spielen, die 3D sind Dass die dann heutzutage, ja, schwierig zu spielen sind Deswegen hoffe ich immer noch auf ein Remake davon Aber ja, Mario 64 ist auf meiner Bucketlist Bei den Retro-Games auf jeden Fall noch mit dabei Ich würde bei mir auf Platz 3 Secret of Mana machen Auch einen Titel, ja, damals einfach nicht gehabt Und kein Kumpel, der es gehabt hat Man hat sie ja viel dann immer ausgeborgt, so untereinander Ja, Secret of Mana, leider nie gespielt gehabt Aber hätte ich halt wirklich gern getan Mhm Jo, dann fang ich mal an mit meinem Platz 3 Ich würde mal sagen, Final Fantasy 7 Ist ja irgendwie so der Hit Von dem alle reden Boah, das damals in der Kindheit und so So geil und bla Also dann natürlich auch die alte Version Und nicht diese Neuauflage Weil ich hab zu der Final Fantasy-Reihe Wirklich null Connection Und wäre natürlich schon interessiert Woher dieser Mega-Hype kommt Und die Anfänge von Final Fantasy Das war dann aber, glaube ich, eher so Final Fantasy 3, 4, 5 irgendwie Oder 6, keine Ahnung Die waren ja wirklich noch angelehnt An das, was du so mit Secret of Mana Das ist so, wo ich herkomme Secret of Mana Mystic Quest Secret of Evermore So daraus sind ja dann Final Fantasy Das Final Fantasy-Gameplay auch entstanden Und, naja, hat sich halt weiterentwickelt Ich glaube, Final Fantasy 3 ist auch so die gleiche Optik Wie ein Secret of Mana oder so So ähnlich Und ich glaube sogar 6 auch noch Und bei 7 ist das erste Mal 3D, glaube ich Richtig, richtig Ja, und generell da so immer in das Universum reinzukommen Und wie gesagt, sehr viele schwören ja auf Final Fantasy 6 oder 7 Und dann würde ich mal 7 nehmen Ja, bei mir das erste Metal Gear Und jetzt meine ich nicht das für die PS1 Sondern das fürs Nintendo Fürs NES Okay Das würde ich mir gerne mal angucken Ich weiß nicht, ob das ein absoluter Klassiker ist Also die Metal Gear-Reihe auf jeden Fall Ob dieses Spiel jetzt im Speziellen Bin ich mir nicht so ganz sicher Aber mich würde mal interessieren Was für Gameplay-Mechaniken Und welche Story-Techniken Man damals schon so sehen konnte Deswegen das allererste Metal Gear Das würde mich mal reizen Ich weiß jetzt nicht Da müsste man jetzt beim NES-Kommando mal nachfragen Ob man das erschwinglich auch heute noch bekommt Oder ob man da auf Emulation zurückgreifen muss Aber ja, das würde mich auf jeden Fall mal reizen So mal zu gucken, wo der Kojima mal so angefangen hat Das ist, glaube ich, nicht teuer Zumindest, wenn ihr nicht jetzt in OVP und Superdoll erhalten und so Wenn ihr das Spiel reicht Gucken, was Ebay hier ausspuckt Metal Gear NES Was hat der Christian denn auf Platz 2? Auf Platz 2 würde ich Ja, du hast mir mit deinem Final Fantasy Hast du mir gerade so ein bisschen in die Karten gespielt Weil da ist mir nämlich auch ein Teil eingefallen Den ich auch unbedingt nachholen müsste Und das ist der 9. Der 9. ist ja dieses, was so ein bisschen so mittelalterlich Dann gemacht wurde mit Rittern und Ja, Feen und so ein Rotz Wo viele immer wieder sagen, dass das auch mit einer der besten Teile ist Und ich habe ihn aber halt leider nie gespielt Ich hatte ihn mal angespielt, aber definitiv nicht so weit, dass ich sagen kann Ich habe es mal gespielt und bla 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 Ähm Ja, Final Fantasy 9 Und ich habe es mir damals tatsächlich für die Playstation Vita runtergeladen Aber nicht angefangen Nicht gespielt So ist das manchmal Ja, mein Platz 2 Was nehme ich denn jetzt davon? Ja komm, ich nehme mal den Mario-Titel Mario Sunshine Ich hätte auch Mario 64 sagen können Ist dasselbe Aber Mario Sunshine hat ja auch so eine unheimlich hohe Reputation Auch nie gespielt Aber ich habe es hier liegen In der 3D All-Stars-Irgendwatt-Collection Ja, ja Sollte man dann mal irgendwann machen Ja, ja Wir haben es ja alle gekauft, Idioten Ja Dann mein Platz 1 Super Metroid Habe ich bis heute nicht gespielt Ich habe sowieso eigentlich nur Metroid Prime Und dieses Remake für ein 3DS von Metroid gespielt Und auf dem NES das Metroid Mal aber mal ganz kurz Aber Super Metroid wird ja auch von ganz vielen Leuten vergöttert Und ja, das muss ich mir eigentlich dringend mal angucken Habe ich auf dem NES Mini? Ist ja eins meiner absoluten All-Time-Favorite Auch sehr oft durchgespielt Da würde mich echt mal interessieren Ob du die Faszination dafür dann so Total nachvollziehen kannst Wenn man sowas jetzt nachholt Und das würde mir natürlich bei Final Fantasy 7 genauso gehen Nimmt mich das wirklich genauso mit Wie Leute, die das in den 90ern Irgendwie wahrscheinlich nicht Ne Ich kann mir vorstellen, schon Weil ich ja auch ein Terrican-Fan bin Irgendwie Es gibt ja durchaus so ein paar Parallelen Irgendwie Was sagt denn Was sagt denn Ebay eigentlich zu Metal Gear? 30er, wenn du nur das Modul haben willst Ja So ungefähr Okay Hätte ich sogar noch billiger eingeschätzt OVP wird's ein bisschen teurer Da bist du dreistellig Ja Platz 1 Jetzt kann man natürlich diskutieren Ob das schon retro ist Aber für mich schon Also was so Playstation 1 und erste Xbox ist Ist für mich retro Und das ist dann bei mir nun mal wirklich Halo Dadurch keine eigene Xbox gehabt Und ich würde so gerne einfach mal Berührungspunkte Mit diesem Universum haben Und wenn man jetzt hier schon die Series X hat Dass man sagt Oh, wenn dann irgendwann mal Halo Infinite kommt Dass man dann sagt Oh, jetzt muss ich's aber unbedingt haben, ne Also deshalb Halo Aber Halo Aber Halo Ja, ich hab auch einen Metroid-Titel Und zwar, ja, drei sogar Die Metroid Prime Trilogy Denn ich hab fast Ich hab eigentlich nur Metroid 2D-Ableger gespielt Und hab noch keinen 3D-Metroid gespielt Das ist ja auch merkwürdig, wo du sagst Super Metroid fandst du so mega Ja Ich hab halt Worauf erschien das? Nicht auf dem GameCube GameCube, ne, genau Ja, ich hab keinen GameCube gehabt früher Ich hab auch keinen N64 gehabt Deswegen wahrscheinlich Da war einfach keine Berührung Tja Vielleicht kriegen wir ja noch Die Prime Trilogie mal für die Switch Irgendwann, bevor wir Prime 4 kriegen Ja, so als HD-Remaster oder so Wär schon ganz geil, ne Ja Jo Gut Das war meine vierte Top 3 Jetzt kommen wir in die letzte Runde, ne It's the final countdown So, warte Er wartet Wie hab ich's formuliert? So Eure Top 3 Beste Momente Als Content Creator Puh Okay Das Beste hab ich mir zum Schluss aufgehoben Okay Und Ich auch Ich, okay Ich fang an Ich fang an Und Ich Ich hab mir ja natürlich Gedanken gemacht Als ich die Fragen gestellt hab Und ich mach jetzt wirklich auf Platz 3 1 Was jetzt wirklich aktuell geschehen ist Und das ist Dass der Rainer Schauder mit YouTube Wieder angefangen hat Okay Ist einfach so Ist für mich jetzt so in dieser Zeit Weil das waren nun mal Anfänge Für mich gewesen Wie bin ich auf YouTube gekommen An was für Kanälen bin ich klemmen geblieben Und so weiter und so fort Und einfach zu erleben Ähm Ja Dass er wieder angefangen hat Und jetzt kommt so dieser Dieser Schwung hier so mit Hier so als Content Creator Dass Man weiß Und er das ja auch manchmal so sagt Dass er zum Beispiel uns kennt Weißt du Das find ich ja so faszinierend Dass man jetzt so denkt Oh Gott Der Schauder Der redet so von den Drei Nasen Macht mich immer direkt nervös Auf ne komische Art Ja ja Das ist so ein ganz ganz komisches Gefühl Weil das sind so Schmeichel Ja Schmeichel Das ist positiv gemeint Natürlich Und Ja und das Deshalb ich muss das jetzt einfach mal so Auf den Platz drei machen Auch so ein bisschen so zusammengestellt Wenn halt so wirklich so ältere YouTuber Mit denen man halt so angefangen hatte Das so zu gucken Dieses Wie er es auch selber zum Beispiel sagt Dieses YouTube 2010 Ne Und Ja auch Das schlägt dann auch so mit den Ene Kerbe Dass der Yeti Wind wieder Videos macht Und alles so ne Sache Das sind alles so ne Ja Feel good Momente Und dann halt auch dann halt gespickt mit der Situation Dass die eh auf immer kennen Und das ist halt So krass Ja Platz drei Mr. White Man Ja Also ich hab auf Platz drei Jetzt einfach mal gesetzt Der Fakt Dass man das einfach mal so machen kann Also Dass sowas wie YouTube existiert Mhm Um Dieses Äh Gedöhne Nach außen zu tragen Ich weiß ja nicht wie das bei euch so ist Aber Ich war in meiner Kindheit sogar schon so Dass ich mit der Videokamera vom Papa Irgendeinen Quatsch aufgenommen habe Manchmal mich selbst Wie ich irgendwelche Lehrer nachgemacht hab Oder irgendwelche imaginäre Werbung gedreht hab Oder auch mit meinen Äh Ghostbusters Figuren Oder Lego Figuren So Stop Animation Filme gemacht hab Also ich war immer Interessierter dran Auch was zu erschaffen Ähm Die Musik natürlich genauso Und ähm Ich weiß nicht ob euch das auch so ging Aber Es gab eine Menge Freunde Die gesagt haben Hör mal Du gehörst eigentlich ins Fernsehen So ungefähr Ne Du bist halt so bekloppt Äh Deine Sprüche die da manchmal raushaust Und so Du müsstest Müsstest irgendwie mal ins Fernsehen oder so Und Man hätte sich ja damals nie träumen lassen Dass so eine Option wie Ja ich mach jetzt einfach mal hier zu Hause Die Webcam an Und lad den Scheiß hoch Äh Dass das überhaupt Äh Jemand gucken würde Dass das überhaupt Äh Diese Möglichkeit überhaupt mal da ist Ne Weil früher hast du mit deiner VHS Kamera was aufgenommen Hast ja vielleicht selbst Oder mit Schulkameraden angeguckt Und hast dich darüber gekringelt Aber ähm Ja Dass das so kommt Hätte ja keiner gedacht Und ich glaube es gibt ganz viele da draußen Den es auch so ging Die haben alle den Spruch gekriegt Ja hör mal Äh Mach mal irgendwas Du gehörst eigentlich ins Fernsehen Und äh Ich bin halt zu Bodenständig Dass ich da schon von Kindheit an gesagt hätte Ja dann Dann will ich irgendwie ins Showbiz Keine Ahnung Ähm Und Das so als Hobby Zu betreiben Und sich einfach so ein bisschen auszuprobieren Und auszuleben Dass man das einfach machen kann Das ist schon irgendwie so ein Ja so ein Highlight Irgendwie dieses YouTube Daseins Oder dieses Content Creator Daseins Ja bei mir Mich irgendwie einer einladen würde Bei den drei Fragezeichen Mal ein Hörspiel mitzumachen Oder bei Colt Sievers Mal eine Nebenrolle gespielt zu haben So fühlte sich das irgendwie an So von der Entfernung her So ne Was geht ab Fand ich immer total cool Und dann warst du auf einmal selber dabei Irgendwie mit dem Finchie Und ich weiß gar nicht Der Seppi war glaube ich Damals auch dabei Der Pro Group Und der Uschi Und wer da immer alles so mitgemacht hat Und das war mega aufregend Irgendwie Ich weiß noch wie nervös ich gewesen bin Da ging es um das Thema glaube ich Kindheit oder so Und ich war glaube ich der Einzige Das ist aber heute manchmal auch immer noch so Der irgendwie drei Seiten voller Stichpunkten da hatte Irgendwie weil er so aufgeregt war Weil er vorbereitet sei Heute nicht mehr so 25 Top 3 Listen Hat sich gelegt das Ganze Das bin ich heute viel entspannter Es sind nur noch zwei Dina 4 Seiten Die anderen haben das alle halt so aus der Hüfte gemacht Und ich hatte halt so Schiss Und war so nervös Dass ich das vorbereiten musste Und was ich auch noch weiß Das muss im Frühling oder so gewesen sein Wo wir das aufgenommen haben Und es war draußen relativ warm Und bei mir ist das so Wenn ich richtig nervös und aufgeregt bin Dann friere ich Und ich saß dann drin mit Pullover Draußen 30 Grad Und war aber am Frieren Weil ich so nervös war Da war ohne Facecam Gott sei Dank Hat von dem keiner gesehen Und dann saß ich da halt mit Pullover Weil mir so kalt war Weil ich so nervös war Und da werde ich mich auch immer dran erinnern Platz 2 Platz 2 Ist so Ist die Community Ist bei mir Platz 2 Auch so Allein durch die ganzen Tollen Nachrichten Die man kriegt Wenn es eben mal schlecht geht Die ganzen Positiven Nachrichten Die man ja jetzt So auf verschiedene Wege Kommentare Discord E-Mail Und sowas kriegt Wenn man eine schlechte Phase hat Zum Beispiel bei mir Zum Beispiel wo das war Wo meine Mutter so schwer krank geworden ist Wo mein Vater so schwer krank geworden ist Community hat mir enorm viel Rückhalt gegeben Also wirklich jetzt Wirklich mal fernab von diesem Ja ist schlimm Wenn du mal kein Video machst Das meine ich gar nicht Sondern die einen wirklich Geschichten von sich erzählt haben Wie die damit umgegangen sind Ähm Oder einfach nur liebe Worte Dargelassen haben Also das Ja das ist einfach klasse Also da merkt man erstmal Was das überhaupt so bedeutet Also das war wirklich super Dann auch Community Auf das bezogen Wenn man Geschenke kriegt Ähm Wenn du so Pakete auf einmal kriegst Und damit meine ich Nicht mal unbedingt so Jetzt diesen Geldwert Es sind diese Kleinigkeiten Ein Brief Eine Karte Wo einfach Der Mensch Der das halt geschickt hat Einfach mit In der Handschrift Dorthin geschrieben hat Vielen Dank dass du da bist Und danke für die tollen Stunden Die tollen Videos Und ja wenn man das so liest Und sowas Das ist so oft mal So schnell so dahingesagt Und ähm Ich will jetzt nicht sagen Hier rein da raus Aber ja man hört das Sagt oh ja Der freut sich Und gut Aber wenn du das dann so In der Hand hast Und dir hat das jemand geschrieben Ist das für mich immer Irgendwie noch was ganz anderes Wir sind da halt noch zu Oldschool Wahrscheinlich denke ich mal Und wenn dann nur so Eine Kleinigkeit dabei ist Wie ich hab mich scheckig gelacht Wo das Senfthema hier war Wo ich dann auf einmal Senf gekriegt hab Vom Investor Und dann Jetzt auch kürzlich wieder Vom David Und von Süppchen aus der Region Senf geschickt gekriegt hab Ich hab von so vielen Leuten Senf geschickt gekriegt Also das ist Wahnsinn Aber wirklich Alles leer Bis auf das Was ich jetzt zum Schluss Noch von den Süppchen und David Gekriegt hab Klasse Ähm Ja Also wirklich einfach Die Community Ist bei mir Platz Nummer zwei Das Ja Das ist halt Das ist klasse einfach Genau Wie du sagst Hatte ich das auch Grundsätzlich da stehen Und dieses Thema Community Ist halt so unheimlich breit Wie du selbst schon sagst Ja Das fängt an Bei den ersten Nachrichten Die irgendwann mal eintrudeln Wo du wirklich merkst Meine Güte Wie wichtig das manchen Menschen ist Diesen Quatsch Den man da macht Und den man halt eigentlich Nur aus Spaß macht Und aus dem Grund Wenn man irgendwie in Kommunikation Mit den Leuten treten will Ähm Was das für andere Aber auch bedeutet Und dass das auch Ein gewisser Halt Vielleicht für manche Leute Ist irgendwas Auf das sie sich verlassen können Und auf das sie sich freuen Und ähm Ja Das hab ich jetzt gerade mal So abgeändert Von Community In dass man was bewegt Ne Dass du wirklich Äh Ja Für manche Menschen Anscheinend da draußen Wirklich wichtig wirst Mit diesem Quatsch Den man hier so treibt Ne Und ähm Ja Das geht halt da los Und endet irgendwo Wobei einfach Ähm So wenn du jetzt anfängst Zu streamen Christian Du machst das so regelmäßig Und du weißt einfach Ich komm jetzt in mein Wohnzimmer So ne Die Leute sind da Du kannst dich auf eine gewisse Menge an Menschen verlassen Die immer da sind Dann kommen mal neue Und entdecken das auch Und äh Ich glaub nicht Dass du heutzutage noch nervös bist Wenn du den Stream anschaltest So ne Sondern du weißt Okay Ja Eine gewisse Ja Ist immer so ein bisschen Lampenfieber Ne Aber klar Aber äh Du weißt einfach Komm jetzt geh gleich die Tür auf Und die Leute sind schon da Und dann haben wir einfach Einen netten Abend zusammen Irgendwie Das äh Ne Also Community ist da Ein unheimlich breiter Begriff Aber ich würde das halt auch so Da drunter fassen Von Einzelschicksalen Von denen man weiß Von Zuschauern Ja Oder Da gehört auch was zu Dass sie einem das erstmal anvertrauen So ne Ähm Heißt ja auch Auf der anderen Seite Eine gewisse Verantwortung von uns So dass du nicht sagst Ja hier äh Der Weidemann hat mir letztens Eine E-Mail geschrieben Hier ist ein langer Zuschauer von mir Und der Boy Der ist ja richtig psychisch am Arsch Und so Da gehört ja auch eine Sache dazu So dass man das halt für sich auch behält Und dass die Leute einem vertrauen Das anzulegen Ja Mhm Ist ein wichtiger Punkt Auf jeden Fall Wäre auch mein Platz 2 Ja Könnte ich alles Oder kann ich alles so unterschreiben Ich nehme jetzt aber trotzdem mal Für meine Top 3 So mehr so Momente irgendwie raus Mhm Als so das große Ganze Weil Community Das ist so ein Riesending Wie der Weidemann schon gesagt hat Ich hab mich jetzt mal mehr so auf Momente Irgendwie konzentriert Ähm Und mein Platz 2 Wäre da tatsächlich die Road to 1000 Jo auch sehr schön Das Wettrennen mit dem Weidemann Also erstmal War das mega spaßig Sich da so So aus Flaks So ein bisschen so anzuspornen Und dann so mal so ein bisschen zu gucken Na wer schafft es jetzt als Erster Oh jetzt bin ich vorne Oh jetzt ist er vorne Jetzt bin ich wieder vorne Oh Und komischerweise Die ganze Zeit Irgendwie war das so Zwiegespalten So nach dem Motto Oh ich würde es schon gern als Erster schaffen Aber eigentlich hat der andere es mehr verdient So fühlte sich das bei mir immer so an Weil du warst halt schon ein paar Jahre länger da Und so Und deswegen dachte ich Eigentlich wäre es so schon verdienter Und das war halt mega schön Und was da dann auch gleich mit einher geht Ist dann auch das Erreichen dieses Ziels Es ist irgendwie ein Meilenstein Den ich damals mega unterschätzt habe Ich habe mich schon vorher immer sehr drauf gefreut Aber wo der Moment dann da war Fand ich es mega cool Irgendwie war ich total glücklich Und stolz Dankbar auch für die ganzen Leute Die mich halt begleitet haben Und die das möglich gemacht haben Und dann kam ja auch noch dieses schöne Abospecial Wo du dann die ganzen Beiträge von Kollegen Oder auch sogar von Zuschauern Geschickt bekommen hast Die ganzen Kommentare dann unter diesem Video Und so Und das war halt schön Und da Man merkt es in ganz vielen Momenten Und da habe ich es nochmal ganz besonders gemerkt Ja Dass es eine Reise ist Irgendwie wo du die ganze Zeit Von ganz vielen tollen Leuten begleitet wirst Irgendwie Und das sind dann so Punkte So diese Meilensteine Wo man sich dann irgendwie mal hinsetzt Und wo dann alle mal irgendwie zurückgucken Und so mal sagen Ich sage dann danke Dass ihr dabei wart Danke dass das möglich war Und alle anderen Gucken dann so Ja war echt eine coole Zeit War ein paar schöne Sachen dabei Hoffentlich geht es noch lange weiter Und so Und das sind immer so richtig Coole Momentaufnahmen irgendwie Und deswegen so diese Road to 1000 Da war ganz viel drin Da war der Spaß Auf dem Weg dahin Dann das schöne Gefühl Das erreicht zu haben Und dann der Blick zurück Irgendwie auf das Was nötig war Um dahin zu kommen Also nötig war Das klingt so gezwungen Sondern halt Die Reise dahin einfach so Und deswegen ja Die Road to 1000 War ein schönes Ding Ja wo du jetzt so drüber redest Da Habe ich auch die Schmetterlinge im Bauch Ich weiß noch genau Wie das war Als ich die Nachricht bekommen habe Alter du hast es geschafft Du hast die 1000 Grad voll Und Ja krass Mhm Krasser Abend Ich glaube anderthalb Tage später War ich dann Ja ja genau Das war so direkt um die Ecke Das war gestab gewesen Ja 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 Hammer Platz 1 Platz 1 bei mir Sind wir Die 3 Nasen einfach Fakt Fakt Ich weiß auch einen Kanon sagen können Wahrscheinlich Fakt Hake ich mit ein Der wäre auch meiner Ja Verkackt Okay Metzli Metzli Du mal zuerst Nein Natürlich Auch die tollen Stunden Einfach dann gekrönt Von unserem 3 Nasen Treffen Was wir hatten Ne Und Das gemeinsame Aufnehmen dort Und Ja Und wir sind ja auch so Wir quatschen ja auch über Gott und die Welt Ne Wenn wir da so unsere Sprachnachrichten hin und her schicken Und so Da geht es ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen Da geht es ja auch mal um ein ernsteres Thema Was ihn gerade so ein bisschen bewegt Und so Ein bisschen Sorgen macht Oder so Oder einfach Man will einfach sich mal das Herz ein bisschen ausschütten Alles so eine Sachen Und das ist heutzutage nun mal ziemlich selten geworden Ne Und Ja Schön so was dann In diesem Ja Nerdiversum Auch wenn das jetzt Von einer anderen Truppe ist der Begriff Aber von diesem Nerdiversum Das ist da Nazi-Versum Nazi-Versum Nennen wir es so Entschuldigung Ja Da einfach Menschen zu finden Die so ticken wie man selbst Und Ist schon klasse Ist einfach klasse Und ich denke mal Das ist halt wirklich das Highlight Ja Ähm Genau Da hake ich mal ein Weil ich glaube den Punkt haben wir alle drei Auf Platz eins Wir haben ja schon gesagt Wir können alle einstehen im Kanon Ähm Mich hat unheimlich erleichtert Bei unserem persönlichen Nasentreff Dass man sehr schnell gemerkt hat Okay das ist Das ist nicht nur dieses Phänomen Dass man halt sich hier über die Webcam Grad nur irgendwie Ne So Und dass das nur so übers Telefon Oder so funktioniert Sondern das geht auch Wenn wir uns einfach so Auge in Auge gegenüber sitzen Und dann ist trotzdem genau dieselbe Chemie da Und äh Das das Da ist mir auch so Ein Stück weit irgendwo ein Stein vom Herzen gefallen Ne Dass man so merkt Okay das Das geht auch auf der ganz normal Menschlichen Ebene Und das hat auch glaube ich nochmal Ein ganzes Pfund irgendwie oben drauf gelegt Auf diese Ja Freundschaft Möchte man mal sagen Ne Ja Ab den Drei Nasentreffen war es Einwandfrei eine Freundschaft Auf jeden Fall ne Davor irgendwie auch schon Aber auf einer anderen Ebene so ne Gefühlt Ja Ja Auf jeden Fall Ähm Das hatte ich gerade vergessen zu sagen Weil Community sind ja auch die Leute Die man auch irgendwo getroffen hat Die einen vielleicht auch so in diese In diese Bubble reingebracht haben Ob es jetzt ein Pro-Noob ist Oder bei mir war es am Anfang auch ein Tomaniac Ein Retro-Lutzer Und wie sie alle heißen Und äh Das sind auch gute Kumpels irgendwo geworden In vielen Fällen Die man dann auch gerne mal zum Zocken trifft Oder so Oder wenn da irgendwie der Der Alex seine Seine Luocon macht und so Das sind alles coole Buddies Irgendwie geworden Aber das Ding mit den Drei Nasen Ist halt schon mal nochmal Eine ganz andere Nummer Irgendwie Einfach geworden auch Ne Und Im Endeffekt aus so nem Man ist in derselben Bubble Und macht irgendwie was zusammen Äh Gewachsen Ne Und einfach Man hat schon bei der ersten Weide Mania gemerkt Okay Da ist Da ist aber eine sehr gute Connection irgendwie Da ist ein Groove Zwischen uns drei Der passt irgendwie Und was da halt draus geworden ist Ist schon Ist schon beachtlich Möchte ich mal sagen Ja Sind's auch schon vier Jahre Ne Ja Also ich find auch vor allen Dingen schön Ich hab mir das jetzt auch schon Zwei oder dreimal glaube ich Angehört Das war dann der zweite Drei Nasen Podcast Da haben wir dann ja Zurück geguckt Da Wie wir uns dann so Zusammengerauft haben So für die Drei Nasen Ne Dann damals Erstmal die Die Weide Mania bei dir Wo wir drei am Start waren Zur Survivor Series War das glaube ich Ne Oder was zum Summerslam Ne Survivor Series Genau und dann halt Ne Die Idee Ach komm lass uns mal Zu dritt einen Jahresrückblick machen Und dann während dieser Aufnahme Zu merken Oh das fluppt aber immer besser hier Wollen wir das nicht öfter mal machen Und ja Guckt uns mal an Vier Jahre später Ne Völlig fertig Schwupps Mit in der Nacht Ne Ist aber echt schön So wenn man dann so mal zurückguckt Ne Wie es war Und wie es heute ist Und so Ist schon Ja So das Highlight Also ich muss da jetzt auch noch Ist nicht ganz auf der Stufe Aber den Jannis will ich da auch noch mit reinnehmen Mit Akimbo Weil ich mit dem halt auch sehr viel zu tun habe Da merke ich halt auch Das passt menschlich richtig gut Den habe ich nur halt in Natura noch nicht gesehen Ne Da haben wir jetzt einen kleinen Vorsprung sozusagen Wir drei Ne Aber Ja das wären auch so die absoluten Highlights Ich sag mal so die Freundschaften Die aus YouTube erwachsen sind Ne Wo man vorher auch nicht so dachte Dass das so möglich ist Ich habe da sogar ein bisschen Angst gehabt Ich weiß nicht wie euch das ging So Cybermobbing Und was man so hört Und die ganze Rolle Und so Dass dann das alles um die Ohren Geflogen kommt Dass die Leute ankommen Was machst du denn da für einen Scheiß Verpiss dich und so Das war ja nie Außer ganz vereinzelt oder so Mal Und ja Stattdessen kann man jetzt sogar sagen Ja guck mal Also Was da draus geworden ist Eine super Community Mit richtig Durch die Bank weg Netten Dudes Und Dudinnen Oder Dudes Und dann sogar eine Handvoll Freundschaften Und vor allem ist es so schön zu sehen Wie Ja wie diese Bubble sage ich mal Auch immer Mehr wächst Klar Es kommen und gehen auch Manchmal immer wieder ein paar Leute Aber In irgendeiner Form Wächst sie halt trotzdem irgendwie Und das ist Ja das ist einfach mal schön zu erleben Das ist schön Das ist einfach schön Richtig schön Ja Mittlerweile Das ist schön Das ist sehr sehr schön Wie Jogi Löw mal irgendwo gesagt hat Was ich witzig finde Wo ich mich noch nicht so ganz Reingefühlt habe Oder mich so Reinfühlen kann Ist mittlerweile Wird man selber schon so Als YouTube Urgestein Von vielen so angesehen Ich denke immer noch so Ich bin der Neue hier Gefühlt ist irgendwie ganz komisch Wenn da manchmal so Welche kommen Irgendwie die dann so sagen Ja hier Schon lang dabei Boah finde ich klasse Was du machst Und irgendwie so Ganz komisch Ich glaube ihr wisst was ich meine Auch wenn ich das jetzt Gerade schlecht erklärt habe Das ging mir schon so Als wir mit den drei Nasen Angefangen haben Da habt ihr auch so rum Gefanboyt teilweise Sorry Ja Was soll ich auch machen So Meine letzte Top 3 Ich habe mir auch Einen schönen Klopper Zum Ende aufbewahrt Jetzt kommt es Und zwar Der WWE Investor Hätte gern Top 3 Darmerkrankungen Nein Er hat es mir gerade Tatsächlich geschrieben Aber Ich habe ihm zurückgeschrieben Ich kenne selbst nur zwei Von daher Lassen wir das mal Nein Top 3 Jetzt kommt meine echte Top 3 Für das Ende Dreht sich auch um YouTube und Twitch Und so Drei Tipps Für Newcomer Aus eurem YouTube Beziehungsweise Twitch Erfahrungsschatz Für jemanden der jetzt sagt Hey du bist so geil Ich will auch sowas machen Würde ich jetzt mal sagen Punkt 3 Also mein dritter Platz Keine Luftschlösser bauen Also jetzt nicht hinsetzen Den ersten Vlog machen Und sagen ja hallo Ich bin Ich bin Gamer Guy 99 K Und K Ich bin Skomasi Bitte Ich habe nichts gesagt Entschuldigung Und Ich habe jetzt ganz viel Pläne Ich Ich habe mir gedacht Ich mache Reviews Ich mache Let's Play Ich mache das Ich mache jenes Ich nehme euch mit In mein Leben Ich nehme euch mit ins Auto Ich nehme euch mit in meinen Keller Ich nehme euch mit Was weiß ich wohin Und Wir machen das alles Und dann habe ich auch noch Ja dann mache ich auch noch einen Kurzfilm Und dann habe ich auch noch Einen anderen Plan Dann mache ich nämlich Ja noch so eine Web-Serie Da geht es dann auch noch Um das Gamer-Dasein Und da habe ich auch so vor Ganz künstlerisch und bla Ja und was kommt dann Nach drei Monaten rum Da kommt das zweite Video Wo es heißt Ja Leute Tut mir voll leid Ich hatte echt keine Zeit Aber jetzt Jetzt geht es aber los Und dann ist wieder drei Monate ruhig Lasst das Macht euch vorher Gedanken Was ihr Was ihr überhaupt wollt Und baut keine Luftschlösser Sondern Warum Soll Warum will ich überhaupt Einen Kanal machen Was will ich darüber bringen Habe ich irgendeine Idee Für irgendein festes Format Oder so Und Es ist schön Wenn man kreativ ist Und wenn einem da Die Ideen durchgehen Aber schreibt das erstmal auf Bevor ihr es in die Kamera sagt Und ganz viel Erwartung Bei euren Zuschauern Oder potenziellen Zuschauern Weckt Die ihr dann nicht erfüllen könnt Sondern Nach und nach Step by step Schön langsam Eigenen Stil entwickeln Und so weiter Aber wie gesagt Keine Luftschlösser bauen Das wäre mein Erster wichtiger Tipp An die Newcomer Da draußen Erstmal Respekt An die Christian Ich dachte jetzt Wo du gerade Step by step Gesagt hast Weidemann Dass der Christian Jetzt hier weiter singt I wanna be with you girl Jaja aber es ist peinlich Dass ich alles mit singen kann Was denn Was denn Ich hab nur gegoogelt Oh Ja mein erster Tipp Also jetzt nicht Der beste Tipp Kommt jetzt nicht zum Schluss Ich mach jetzt einfach so Wie mir das im Kopf kommt Macht das wo ihr Spaß Dran habt Und nicht das was ihr meint Was die Leute sehen wollen Weil ihr müsst das Eine ganze Zeit durchziehen Im Idealfall Und man sollte dann auch Von Zeit zu Zeit Immer mal was bringen Und wenn man dann halt Sachen bringt So wie ich mich jetzt Hinsetzen würde Und versuchen würde Mit Fortnite durchzustarten Hab ich keinen Bock drauf Das heißt Ich muss mich dazu zwingen Das heißt Das Hobby wird zur Arbeit Irgendwie Und das dann die ganze Zeit Durchzuhalten Gerade auch Wenn man so klein anfängt Was wir ja alle Irgendwie mal tun Ja Dann Ja Der Erfolg lässt manchmal Auf sich warten Und mit dem muss man Auch nicht unbedingt rechnen So was machen Was man durchhalten kann Weil man da einfach Spaß dran hat Das wäre jetzt einfach so Ganz kurz und prägnant So mein erster Tipp Mein erster Tipp Das klingt jetzt gemein Lasst es Lasst es Nein Mein erster Tipp Ist wirklich Stellt Zum Anfang Nicht eurer Community Die Frage Was ihr besser machen könnt Oder was sie sehen wollen Oder was sie sehen wollen Genau Das ist das Schlimmste eigentlich Das Problem ist Am Anfang Ihr müsst mal so sehen Ihr macht jetzt Nehmen wir mal So ein Vlog Ne Das ist euer erster Vlog Und aus irgendeinem Grund Aus irgendeinem Grund Gucken sich das Ding Wir bleiben mal ein bisschen Realistisch Zehn Leute an Zehn Leute gucken sich das an Und ihr stellt halt Die ganze Zeit nur die Frage Also ihr sagt erstmal Was ihr alles machen wollt Und dann Und dann Hier die Kurzfilme Und alles ne Und dann Fragt ihr dann halt Was kann ich besser machen Und das Problem ist Diese Leute kennen euch nicht Und das Andere Problem ist Dass Leute Im Internet Sind ja nicht alle So tolle Menschen Wie wir Der Großteil Ist eigentlich immer Erstmal negativ Und die werden dort Erstmal reinschreiben Das Bild ist scheiße Der Ton ist scheiße Was ist denn das Da im Hintergrund Eigentlich Wasch dich Wasch dich Zieh dir mal was ordentliches an Wasch dich Ja Da kommt Und das wird so Hingeguckt Und das ist ja Auch interessant Auch interessant Klebt noch ein bisschen Döner von letzter Woche Ne Ja und dann Erwartet von euch Nicht zu viel Am Anfang halt Dann in dem Sinne Ne Also Macht ruhig Bleibt beständig Das hat ja der Weidemann Schon so gesagt Beständigkeit Und Erwartet nicht gleich Alles zum Anfang Erwartet nicht gleich alles Das war's erst Ja Ich merke gerade Dass ich mich da Doppelt gemoppelt habe Hier in meinen Top 3 Ja komm Dann nehme ich jetzt mal Auf dem zweiten Platz Ähm Auch wenn es eigentlich Der erste sein sollte Vielleicht fällt mir ja noch Was besseres ein Äh Nehme ich jetzt einfach mal Know your role Wie der Rock schon sagte Seid euch einfach mal Bewusst wer ihr seid Beziehungsweise Versucht vielleicht Bevor man die ersten Videos Veröffentlicht Euch das einfach mal Selbst anzugucken Ähm Wie man so wirkt Und was man so sagt Und einfach mal ganz Analytisch versuchen Ranzugehen Ich weiß das ist schwer Aber ähm Oft ist es halt so Dass man Dass man vielleicht versucht Irgendwas Was man vielleicht Selbst toll findet Nachzuahmen oder so Und dadurch total Unauthentisch wirkt Und ähm Authentizität ist halt Mega wichtig Gerade bei diesem Bei diesem Ding hier Neh Und Nicht jeder ist der Geborene Thomas Gottschalk Neh Der kann jetzt vielleicht Nicht so spontan mal eben Hier den Unterhalter machen Da geht's dann vielleicht In den Videos doch eher Um die Information Die er rüberbringt Oder irgendein tolles Fachwissen Was er hat Ähm Aber er kann dabei Vielleicht nicht so toll Unterhalten Und wenn das so ist Dann verlasst euch Auf diese Stärke Neh Wenn ihr das irgendwie Mit der Welt teilen wollt Und versucht nicht Auf Teufel komm raus Irgendwelche blöden Witzchen Zu scripten Oder Ja Irgendwie Einfach nicht ihr selbst Zu sein Weil das wird nicht Funktionieren Ja Also Know your role Ja Mein Platz Nummer 2 Also ist jetzt ja auch Schon mal gefallen Aber Kontinuität Ne Also dass man dann auch Regelmäßig Content rausbringt Weil das nützt nichts Ne Wenn du dann ein Ankündigungsvideo Machst Dann hast du vielleicht Wenn du gut vorbereitet bist Noch eine Idee Für ein erstes Format Da kommen dann zwei Dinger In den ersten zwei Wochen Immer am Montag Und dann ist aber Erstmal wieder Ende Gelände Und dann muss man abwarten Wann kommt denn mal wieder was Weil Für mich Also aus meiner Zuschauersicht Merke ich halt auch Es ist schön zu wissen Ah Heute Samstagabend 18 Uhr Ist Grinding Zeit Ne Da kommt beim Christian Kommt da das Grinding Video Da freue ich mich drauf Letztes Beispiel Dieses Wochenende Musste ich Samstag Musste ich ja zum Nachtdienst ausrücken Dann habe ich gehofft Dass Christian das noch Rechtzeitig fertig kriegt Für 18 Uhr Weil ich wusste genau Okay Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit Hier noch so eine halbe Stunde Mal ins Grinding reinzugucken Ne Und habe ich mich drauf gefreut Und habe ich dann auch geguckt Und das geht nicht nur mir so Das geht ganz vielen Leuten so Die dann irgendwie denken Ah okay Jetzt ne Was weiß ich Der erste Freitag im Monat Ich meine bei mir ist es jetzt Nicht immer am gleichen Tag Aber da kommt der Laberalarm Oder keine Ahnung irgendwie Ne Was die Leute halt wissen Okay Hier kann ich was erwarten Hier kommt dann und dann Immer so ein bisschen neuer Content Oder alleine Dass man weiß Okay hier kommt ein neues Video pro Woche Das reicht auch schon Ihr müsst euch da jetzt ja nicht Auf eine Uhrzeit Und auf einen Tag irgendwie festlegen Ich meine wenn ihr das könnt Und wenn man das einhalten kann Ist es vielleicht praktisch Muss aber nicht sein Aber wenn ihr sagt Einmal die Woche Kommt auf jeden Fall was oder so Und das dann auch durchziehen Und das einhalten Das ist auf jeden Fall Auch schon mal eine Menge wert Weil der geilste Kanal Nützt nichts Wenn da nur drei Videos drauf sind Irgendwie Man guckt sich auch seltenst Alte Sachen an Kriege ich vereinzelt hier Und da immer mal Rückmeldungen Man sieht auch bei den Aufrufen Manchmal guckt auch einer Mal ein altes Video Aber in der Regel Werden nur die neuen Sachen geguckt Zu 99,9% So gefühlt aus meinen vier Jahren Es sei denn Man hat so ein, zwei Videos dabei Die ein bisschen besser laufen So das Switch-Sammlungsvideo Vom Weidemann zum Beispiel Oder bei dir Christian Was war das noch? Da hast du ein Spiel vorgestellt Rollercoaster-Tycoon Ja Rollercoaster-Tycoon Auf der Switch Was übelst abgeht Da kommen glaube ich auch immer Regenmäßig Aufrufe drauf Ja Also Also du kannst eigentlich Die Uhr nachstellen So im Monat Die 500 Aufrufe Kommen da immer da drauf Wo ich mir denke Warum? Aber das sind halt Mega die Ausnahmen Also ich weiß nicht Weidemann Christian und ich Wir haben alle Über 500 Videos gemacht Und es gibt Wenn es gut läuft Ein, zwei Videos Die auch nach drei Jahren Vielleicht hier und da Nochmal angeklickt werden Aber ansonsten Regelmäßig werden Nur die neuen Sachen geklickt Und wenn dann irgendwann Nichts Neues kommt Dann habt ihr halt Keine Aufrufe Und damit stirbt auch Alles andere dann Ja Kontinuität Jetzt habe ich es noch einmal Unfallfrei ausgesprochen Absolut Ja hier ist schon Verdammt wie gesagt Aber Ich sage noch eins Wenn ihr streamt Oder Obwohl beim Stream nicht Naja doch Nimm mich mit rein Stream und Videos Spielt Keinen aktuellen Scheiß Warum sage ich das? Das machen alle anderen auch Alle anderen spielen diesen aktuellen Scheiß auch Resident Evil Nehmen wir mal Resident Evil 8 Release Day Ihr sagt Oh das stream ich Da gucken bestimmt viele Leute zu Nein Nein Die gucken sich das bei den großen Streamern an Was weiß ich Bei Gronkh Oder zur Zeit bei Kaya Jana Was weiß ich Die gucken sich das bei solchen Leuten an Sucht euch Nischentitel aus Nischentitel sind zum Beispiel Snowhunter Zum Beispiel Ja und komischerweise Wenn ich zum Bei mir auf YouTube gucke Videos die bei mir übelst viel geklickt wurden Nische Alles Nische Rollercoaster Titan Asterix und Obelix XXL NBA 2K Playground Und Okay Supercard damals Wo manche Videos Ordentlich Aufruf hat Das sind alles Nischentitel Das Da geht's Das sind absolut jetzt so nicht Dass ich irgendwie über das neue Final Fantasy 7 Remake geredet hab Oder dass ich Red Dead Redemption 2 gespielt hab Oder dass ich God of War gespielt hab Das ist alles Nische Alles Nische Und dem muss man sich dann immer bewusst sein Wenn Die ganzen großen Streamer Wenn die Ähm Was weiß ich Alle spielen Fortnite Denkt ihr die Welt braucht Ein Zehntausend Zehntausendsten Fortnite Streamer Nein Bestimmt nicht Brauchen sie bestimmt nicht Aber Braucht die Welt vielleicht Einen zehnten Snowhunter Streamer Ja Das könnte ich mir vorstellen Nur mal so Als Beispiel Deshalb Versucht nicht Bei den Big Players Mitzuspielen In dem Sinne Dass sie auch immer Den aktuellsten Scheiß spielen Es ist zum Beispiel Auch nie schlecht Wenn man einfach dann mal Ein Spiel spielt Nehmen wir mal Spider-Man Hier Miles Morales Weil ich das auch jetzt Hier liegen hab Das ist schon gut Dass ich das nicht Zum Release gespielt hab Jetzt ist so Irgendwann so Ganze Ecke später Da gucken sich das Viel mehr Leute dann Wahrscheinlich bei mir an Als Wenn's zum Release gewesen wär Das ist einfach so Dann sind's erstmal Nur die Die Hards Richtig Richtig Ja Ja Mein erster Punkt Geht ein bisschen In die ähnliche Richtung Im Endeffekt So eine Kombination Aus allem Was wir so gesagt haben Also Klare Und auch Realistische Ziele setzen Ich glaub Viele gehen super Ungeplant da dran Und es ist auch Völlig okay Wenn man sagt Ja ich guck erstmal Wie mir das Spaß macht Und was das so bringt Ich hab nur bei ganz vielen Leuten das Gefühl Eigentlich hätten die gerne So viel Leute erreicht Mit ihrem Scheiß Und hätten gern So einen Erfolg Und sind neidisch Auf andere Sachen Die irgendwie funktionieren Und ohne Ende Abos und was weiß ich Generieren Aktuelles Thema Die Hot Tub Girls Kriegen ganz viel Hate ab Aus der Ja gerade aus Kanälen Wo ich dann so mitkriege Oder aus der Bubble Auch von Leuten Die einfach null Erfolg haben Und null Leute erreichen Wo ich ganz viel Neid höre Und man muss sich Einfach mal klar sein Die Mädels machen das Ja auch nicht nur Weil sie denken ja Ist halt schnell verdientes Geld Sondern die wissen einfach Das funktioniert Ich kann mir das leisten Und ich mach das Mit einem bestimmten Ziel Und Hintergrund Und so Und da gehört auch Viel Arbeit Und so weiter zu Und da hängt Auch ein gewisser Plan Hinter Und ich hab bei ganz vielen Leuten einfach das Gefühl Dass da null Plan Null Ziel Irgendwie hinter ist Und wenn mein Ziel halt ist Ich will groß Erfolgreich Ganz schnell Abos Und ich will richtig Hier durchstarten Auf YouTube Am besten da einen Job draus machen Wenn das euer Ziel ist Dann müsst ihr auch Dementsprechend Arbeiten Dann geht's eben nicht drum Ja ich mach mal hier so einen Vlog Und mach halt das Was mir gefällt Oder was wollt ihr denn sehen Sondern dann geht's drum Zu analysieren Was sind denn Trends Was ist denn los Was wird denn gut geguckt Und was kann ich davon machen Und so weiter Und ich glaube jemand Der so ganz blauäugig rangeht Der wird Wird diese Ziele Gar nicht erfüllen können Und wenn man dann sagt Ja ich will aber trotzdem gerne Weil ich hab da irgendwie Bock drauf Und will da irgendwie mich ausprobieren Der sollte sich halt auch vorher klar sein Okay dann ist mein Ziel Erstmal vielleicht In den ersten paar Monaten 100 Leute damit zu erreichen Vielleicht 50 oder 100 Abos zu machen Und das ist schon ein sehr hohes Ziel Mit so Kram Den man selbst macht Und bestmöglich versucht zu machen Für die ersten 100 Abos Hab ich glaube ich Weiß ich nicht Drei Monate oder so gebraucht Keine Ahnung Wenn das mal hinkommt Wahrscheinlich sogar noch länger Keine Ahnung mehr Aber ne Wirklich mit einem Plan rangehen Gewisse Ziele sich rausarbeiten Und die sollten eben auch Halbwegs realistisch sein Mit allem was dazu gehört Ja bei mir jetzt Platz 1 Das ist jetzt was Was für mich funktioniert Das muss aber nicht Für alle anderen funktionieren Kommt auch ein bisschen drauf an Vielleicht was man für ein Ziel verfolgt Aber die Sachen so zu machen Wie man sie selber machen möchte Bei mir war ganz ganz oft ein Thema Es ist heute immer noch Deine Videos sind zu lang Deine Videos sind zu lang Mach die Videos kürzer Das guckt sich keine Sau an So jetzt habe ich hier Mein Vlog den Laber Alarm Das ist bei mir das meistgeguckte Video Auf meinem Kanal Komischerweise Der geht eigentlich nie Unter zwei Stunden Also irgendwie Hat das Funktioniert das Auf der Aufrufebene Irgendwie Dass ich sagen kann Läuft gut Und vor allen Dingen Funktioniert das für mich so Dass ich mich während der Aufnahme Nicht irgendwie stressen muss Oh Jetzt musst du aber Gas geben Jetzt mach schneller Mach kürzer Lass das weg Pack das raus Oder so Dass ich mich jetzt Quasi spontan Da vor die Kamera setzen kann Und einfach so labern kann Wie mir der Schnabel gewachsen ist Damit würde ich jetzt nicht sagen Ihr sollt alle lange Videos machen Aber wenn ihr irgendwie So eine gewisse Vorstellung davon habt Wie ihr Sachen machen wollt Und dann kommt das erste Feedback Auch oft gut gemeint Also bei mir war es eigentlich Zu 99% auch gut gemeint Hat jetzt keiner irgendwie gesagt Du bist ein Arsch Mach kürzere Videos Oder so Sondern die meinten halt Ja Du hast einen schönen Kanal Aus dir kann vielleicht mal was werden In Anführungsstrichen Aber mach die Videos ein bisschen kürzer Dann kriegst du bestimmt auch mehr Zuschauer Und eine Zeit lang Und eine Zeit lang hab ich darüber nachgedacht Und hab das dann aber so weggeworfen Für mich Und hab dann gedacht Nee Ich mach das so wie ich meine Und bin dabei bis heute geblieben Auch eine andere Sache Wo ich auch nicht so wirklich Bock drauf hatte Was man leider auch sieht Mich so technisch weiterhin zu optimieren Ihr seht jetzt ja auch hier so Hintergrund Alles dunkel und so Und man kann mich erkennen Und das reicht irgendwie Oder auch in meinen Videos Da wird nicht viel rumgeschnitten Im Videoschnitt hab ich keinen Bock drauf Auch das technische Equipment Ist eigentlich noch auf dem gleichen Stand Wie 2017 gefühlt irgendwie so bei mir Also da hat sich irgendwie wenig getan Aber das ist auch was Wo ich selber nicht so Wert drauf lege Und womit ich mich ganz wohl fühle Eine Zeit lang hab ich mal versucht Das ein bisschen anzuziehen Hab dann aber schnell gemerkt Ui das ist aber eine Menge Aufwand Und hab dann für mich halt überlegt Willst du das wirklich? Kannst du das wirklich? Und hab dann gemerkt Nö Willst du nicht? Und die Leute erwarten es auch nicht unbedingt Oder vielleicht gab es welche Die es erwartet haben Die sind dann jetzt halt nicht mehr da Aber die Leute Die mich so kannten Und die dabei geblieben sind Die finden das okay So wie es ist Und ich auch Weswegen sollte ich dann Was anderes machen Und ja Deswegen Macht die Sachen so Wie ihr meint Dass ihr sie machen sollt Lasst euch da nicht zu viel reinquatschen Außer vielleicht zu Tipps Ich weiß noch Das hat der Pronug mir mal gesagt Sag mal Ist das eigentlich Absicht Dass du alles in 4 zu 3 aufnimmst? Weil dann bei mir Nicht so dreckig So fette schwarze Balken waren Das war natürlich nicht beabsichtigt Und das war auch nur Zwei, drei Mausklicks irgendwie Und dann war das irgendwie Ein bisschen besser Also solche Sachen meine ich jetzt nicht Es sei denn Ihr habt Bock auf 4 zu 3 Dann macht Aber ansonsten Man muss sich nicht zu Tode optimieren Und es erwartet jetzt hier keiner Dass ihr ständig Videos in 4K raushaut Wo hinten alles Background einzeln Angestrahlt wird Was euch wichtig ist In eurer Nerdwand Und solche Sachen Einfach das Maß anlegen Wo man sich selber mit wohlfühlt Und was man auch gut schaffen kann So Ja Soll ja auch nicht falsch verstanden werden Diese Liste hier Wir sind ja jetzt YouTube-technisch Technisch auch alles ganz ganz kleine Lampen Wir wollen jetzt hier nicht Den Besserwisser raushängen lassen Aber Das sind einfach Sachen Die man so in den Jahren mitgenommen hat Und das ist einfach wichtig Mirko hat ja nie erwartet Oder ich auch nicht Da jetzt irgendwie mega durchzustarten Und die 100k Abos Irgendwie zu machen Das ist uns ganz klar Dass wir das mit unserem Content Nicht erreichen werden Nee Ja Christian Du hast noch die Deinen ersten Plätzchen Mein erster Platz ist Sehr wichtig Nämlich Holt euch Den Rückhalt aus eurer Familie Von euren Freunden Weil Es ist ein sehr sehr zeitintensives Hobby Ein verdammt sehr zeitintensives Hobby Vor allem Ich merke es jetzt an Mein Pensum gerade Bin ich ganz ehrlich Wenn ich überlege Unter der Woche Man ist arbeiten Und man macht unter der Woche Mindestens zwei Streams In dem Zeitraum Montag bis Freitag Ähm Und ja Feierabend Wann ist der Christian zu Hause? So kurz nach 5 Uhr Um 6 Uhr geht der Stream an In der Zeit wo ich streame Geht meine Frau ins Bett Ich gehe dann hinterher Er hat nix von mir Den Tag Oder die zwei Tage Am Sonntag Ist mein Mittagsstream Den mache ich dann immer bis Nachmittag Wo ich dann gerne mal 5-6 Stunden sitze Hat meine Frau auch nix den Tag von mir Großartig Und das muss man kommunizieren Wenn man natürlich jetzt so irgendwie Ein 14-15-Jähriger Kitty ist Und der sich sowieso die ganze Zeit Bei sich immer einsperrt Und sagt Ich will sowieso nicht von der Außenwelt wissen Ist mir egal Braucht er mit keinem reden Aber wenn man natürlich Aber wenn man natürlich ein bisschen älter ist Ein bisschen Verantwortung hat Frau hat Kinder hat Job hat Eltern hat Wo man sich drum kümmert Freunde Ich sag's ganz ehrlich Durch das Hobby natürlich Es ist ganz normal Gehen andere Sachen Gehen ein bisschen zurück Ich hab manche Freunde Oh nicht mehr so oft gesehen Wie es früher war Weil man halt jetzt am Wochenende oft Dann halt was für YouTube gemacht hat Oder Gestreamt hat Oder was weiß ich Ganz normal Und das müsst ihr euch bewusst Dem müsst ihr euch bewusst sein Und vor allem das kommunizieren Mit eurem Umfeld Weil Das ist denke ich mal Der wichtigste Schritt Das wird jeder verstehen Jeder wird sagen Ey ist okay Wenn du dich damit gut fühlst Sonsten wären es keine Freunde Oder Familienmitglieder Jeder wird sagen Ist okay Aber ich hatte auch oft die Situation Dass meine Frau dann mal zu mir gesagt hat Ah jetzt ist mal gut ne Jetzt bewegst du deinen Arsch mal Hier rüber auf die Couch Und wir gucken mal zusammen Film in Ruhe Und legt das Handy weg Du musst jetzt keine Kommentare beantworten So eine Situation Hat die jeder von uns gehabt Bin ich mir hundertprozentig sicher Kommt die Freundin und sagt so Jetzt streamst du mal mit mir Freundchen Ja so zu sagen So zu sagen Und deshalb Lassen wir es mal streamen mir Dem seid euch bewusst Und ich denke mal Das ist so der größte Punkt Was viele dann mitkriegen Die anfangen mit YouTube Und dann Wo innerhalb dieser Kontinuität Halt merken Oh verdammt Nimmt das viel Freizeit weg Weil Ist wie jetzt Wir sitzen hier Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf Das ist doch auch schon wieder kriminell Ja Fünf Stunden Fünf Stunden Oh Gott Naja viereinhalb Stunden kann ich noch pennen Ähm Ja Wir sitzen jetzt hier neben off Die Scheiße muss hochgeladen werden Zum Teil machen Der Weidemann muss schneiden Der tut auch nochmal Probe hören Der verrückte Typ Und so Dass das alles passt Beim schneiden Ja Und das Das ist Das sehen dann halt immer erst viele Und ich hatte einige In der Zeit gehabt Wo ich Supercard Videos gemacht hab Die Mich dann halt so als Vorbild genommen Und gesagt haben Oh du machst das so toll Und ich will das jetzt auch machen Und Einige Und das hab ich den ganz hoch angerechnet Die mir dann wirklich gesagt haben Oh Christian Ich hab das jetzt eine Weile gemacht Das ist mir zu viel Ich schaff das einfach nicht Ich komm damit nie klar Mit dem Aktuell immer Videos dazu machen Und Dann noch hochladen Und dann die Leute schreiben mir ja Und ich will ja auch antworten Und Dann schreiben manche auch noch eine E-Mail Stellen eine Frage Sind auf Discord Und wollen auch noch was von dir haben Ähm Und das wird dann für manche einfach zu viel Und den Diesen Genau diesen Menschen rechne ich das ganz hoch an Dass die Für sich selbst die Reißleine ziehen Und sagen Hier halt stopp Ich hab nur Ein Kind Ich hab eine Frau Und ähm Ne Funktioniert so nicht Ne Also Das rechne ich denen ganz hoch an Also Kommuniziert das mit eurem Umfeld Ganz ganz wichtig Weil es ja oh scheiße Stellt euch mal vor Ich würde mich den ganzen Tag Mit meiner Frau streiten Wegen dem Scheiß Den ich hier mache Und setze mich hier rein Und muss auch Friede, Freude, Eierkuchen machen Also das kriege ich ja auch nicht Das kriege ich auch nicht hin Ach ja Ja Wichtige Tipps für die Newcomer Sind wir mal gespannt Ob noch eine Generation nachwächst Ne Oder ob wir die uns alle vergrault haben Ja Eine Top-Liste fehlt noch Ja Das ist mein Job glaube ich Ne Ich finde da machen wir mal was locker Leichtes Was schön schnell geht Ähm Und zwar eure Top 3 Sachen Die in eurer Patientenverfügung stehen sollen Nein Quatsch Nein Quatsch Nein nein Ich dachte wir machen mal Ähm Top 3 Monster Kreaturen Von mir aus auch Wrestler Oder Superhelden Die ihr gerne mal Mit einem Auftritt In der Muppet Show Oder in der Sesamstraße Sehen wolltet Oder würdet Ne Also stellt euch mal vor Irgendwie Muppet Show So Kermit kommt rein Applaus Applaus Und danach platzt dann das Alien Aus seinem Bauch raus Das wäre nämlich jetzt schon Mein Platz 3 Ich hätte gerne mal das Alien in der Muppet Show gesehen Ne Auch was man da mit Säure so schönes anrichten kann Und so Und wie sie dann alle kreischen davonrennen Ne Deswegen jetzt mal Mein Platz 3 In der Muppet Show Mal bitte das Alien Sehr schön Christian Naja Wenn wir da schon so bei Puppentheater Sag ich mal In der Schiene sind Dann muss ich da Schacki die Mörderpuppe mit dazu nehmen Also der kann da ruhig mal reinschneiden Mit seinen kleinen Messerchen Und dort auch mal so ein kleines bisschen Den Den Schnetzler mache Also definitiv Schacki die Mörderpuppe Gibt's mal Mistkig geschnetzeltes Oha Bisschen Zwiebeln dazu Ja Ja bleib ich mal bei diesen Horrorfilmfiguren Ich würde Leatherface nehmen Mit der Kettensäge Oder Freddy Hier Freddy Krüger Aus Nightmare on Elm Street Ne ich glaube eher Leatherface Mit der Mit der schönen Schürze Und der Der Kettensäge Der kann da glaube ich auch ganz gut durchpflügen Da fliegt da die Watte durch die Gegend Was ich mir auch gut vorstellen könnte Wäre Mr. X aus Resident Evil 2 Ne weil Muppet Show gerade Das spielt ja auch in vielen unterschiedlichen Szenarien Die machen dann Szenenwechsel Und dann in jedem Szenario Kommt er dann hinten ins Bild Bumm 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 Und alle rennen weg Ins nächste Bild Und dann wieder Bumm 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 Ins nächste Bild Ich weiß noch Den fand ich mega ätzend In dem Spiel An der Stelle habe ich das Spiel auch abgebrochen Tatsächlich Und mal gucken Ob die Muppet Show trotzdem Zu Ende gebracht wird Oder ob die dann auch abbrechen An der Stelle Ich würde natürlich Ein mega Crossover planen Das Firefly Funhouse Meets die Muppet Show Hatte ich auch Scheiße Also das Das müsste sein Ich glaube da muss man doch gar nichts zu sagen Also Das Das ist Da bin ich dabei Ja dann nehme ich auch einen Wrestler Den jetzt Ich wollte auch The Fiend nehmen Ich würde dann Kane nehmen Der dann einfach Kane ist auch Es kommt erstmal die Musik Wir wissen es alle Und dann kommt Kane und macht Bumm Und dann Flemme auch mal die ganzen Muppets ab Ja tschüss Genau Gibt es ein schönes Grillerchen Ja Ja Ich schwanke zwischen zwei Protagonisten Ähm Ja komm Nehmen wir mal Ich nehme mal den Hulk Also aus Marvel Wenn der einfach mal so grün anläuft Weil Mr. Smirrebrot Irgendwie sein Essen Nicht richtig hingekriegt hat Oder weil Bipa Eben so auf den Nerven geht Dann wird er halt mal schön grün Und nimmt mal komplett Da die ganze Sendung auseinander Und am Ende spielt er dann Mit Tier zusammen Schlagzeug Mein Platz 1 Der ist mir tatsächlich als erster In Kopf gefallen In Kopf gefallen Sehr gut Aua Das sind Das sind die Gremlins Oh Die Gremlins bei der Muppet Show Und wir dürfen sie nicht Nach 0 Uhr füttern Obwohl Ich hab das in dem Film nie verstanden Nach 0 Uhr füttern Egal wann du isst Es ist nach 0 Uhr Wann ist denn die Startzeit Also ab wann darf er denn wieder Es ist doch alles ab nach 0 Uhr Ja Und dann sind es ja auch noch die Amis Die kommunizieren ja mit hier 12am und 12pm Aber die machen das Zeitfenster ja noch kürzer Hat sich da irgendeiner mal eine Waffel gemacht? Nee Offensichtlich nicht Offensichtlich nicht Tja Voll unlogisch Ich kann glaube ich nie wieder Gremlins gucken Nee Ist vorbei Ja Ich hatte jetzt gerade irgendwie Duke Nukem im Kopf Okay Vor allem mit den Sprüchen Ja Ja wegen den Sprüchen irgendwie Aber irgendwie ist mir dann doch eher Arnold Schwarzenegger als Terminator 2 eingefallen Mit dieser Szene mit der Minigun Weil da könnte man auch ganz gut durch die Ausdoller Wiesda Baby Durch die ganze Polizei Autos durchmäht Also das könnte man auch ganz gut mit den Muppets glaube ich machen Ja Ja Schön Das war Nochmal eine kurze Sehr schmerzhafte Top 3 So zum Ende Also so schnell Gutes eingefallen Fand ich gut Ich finde Da wir heute so kurz sind Ich hab doch hier noch ein paar Nein Quatsch Nein Quatsch So wir machen jetzt ganz schnell Die Top 3 Verabschiedung Jeder macht einen Platz Ja Leute es ist Es ist mega spät Auf jeden Fall Wir müssen jetzt wirklich gucken Dass wir schnell über die Bühne bringen Ich bin der Erste Ich brauche ja sonst immer am längsten Deswegen haue ich jetzt als erster mal ab Ich bin Auf Platz 1 sind die Schnarchnasen Und da bin ich jetzt eine von Ich bin mega müde Bin froh Dass ich so gut durch den Podcast Hier durchgekommen bin Ja Ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Hören Bin selber mal gespannt Ich muss mir das Ganze echt nochmal anhören War eine coole Idee mit den Toplisten Auf jeden Fall Das hat echt Spaß gemacht Da können wir also Ich hab noch genug Munition für eine zweite Runde Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal wieder Würde ich sagen Bietet sich eigentlich theoretisch fast mal an Und ja War schön Hoffe ihr hattet Spaß Wie gesagt Genießt das schöne Wetter Geht auch mal raus Hört draußen Podcast Nehmt die Switch mit Was man draußen so macht Ich fang mich wieder sensationell Und Freut euch Wenn ich das nächste Mal wieder mit dabei bin Und bis dahin Tschüss Tschüss Der war jetzt fix ne Das war fix Naja dann Dann Gehe ich jetzt Mit Also ich gehe jetzt nicht mit Mirko mit Also ich gehe Ist egal Mit Bett Ich gehe mit Ja War geil Auf jeden Fall Ich hab mich ja sowieso Diese Themen Talks finde ich ja sowieso mal klasse Habe ich ja schon gesagt Ja müde bin ich auch Das stimmt Boah Ähm Ja Halten Also es ist kurz nach halb eins Viele werden sich jetzt so denken Ja was ne Da gehe ich sonst auch immer ins Bett Aber ich weiß nicht Ob bei euch der Wecker kurz vor fünf klingelt Das weiß ich nicht Aber Das wird schon Es ist alles eine Frage der Kaffeemenge An einem Tag geht das schon mal Das ist vollkommen in Ordnung Und morgen ist mein Chef nie da Aber Nein Leute War wieder wunderschön Gewesen Und ich finde Wir haben wieder viel Übereinander erfahren Also das war Dass ihr gerne Alle mal Pornodarsteller werden wollt Und euch dabei am liebsten Mit Randy Orton Zimmer nehmen möchtet Mit diesen Worten Möchte ich mich dann verabschieden Ich war wie immer Die Stimme der Vernunft Was mit den anderen los war Weiß ich nicht Ihr Lieben Das war mir ein Fest Macht's gut Sehr schön Ja Ich versuche es auch kurz zu halten Vorteil unserer Videoübertragung Auf YouTube sieht man jetzt gerade Wie müde wir alle sind Die Augenringe Gehen bis nach Timbuktu Trotzdem war es Ein wunderschöner Abend Ich war lange nicht mehr So lange wach Ich weiß Dass mein Biologischer Wecker Also dieses Halbjährige kleine Kind Das ist aktuell In so einer Phase Irgendwann in so einer Stunde Kriegt's seine aktive Stunde Dann können wir uns ein bisschen anhören Was es alles schon erzählen kann Und dann will es am liebsten spielen Und nicht weiterschlafen Dann wird es irgendwann weiterschlafen Und dann wird es so morgen um Irgendwann zwischen 5 und 6 Wird es sagen So jetzt ist die Nacht vorbei Ich bin jetzt gut drauf Und dann werde ich wahrscheinlich Mit aufstehen Und anfangen Hier im Homeoffice zu arbeiten Deswegen Das war ein schöner Abend Aber es wird eine kurze Nacht Ich werde dann morgen direkt mal schauen Ob ich hier schon an dem Ding Rumschnibbeln kann Während meiner Homeoffice Zeit Ja und freue mich Das war eine tolle Idee Mit den Top 3 Listen Wir haben wirklich eine Menge Übereinander erfahren Ich hatte eine Menge Spaß Und jetzt gehe ich ins Bett Und da freue ich mich auch mega drauf Deswegen Einen wunderschönen Tag Abend, Mittag, Mahlzeit Oder Moin Moin Und bis dahin Tschüss Hier kommen die Drenasen Superstarke Lavanasen Podcast mit drei Quasselnasen Immer volle Power Sie sind echt ein super starkes Team Einer Logo Wenn sie das Niveau ganz tief nach unten ziehen Unter die Gürtellinie Wrestling, Gaming, Mahlengast Unsere drei, die quatschen sich nen Ast Jeder Kind sieht die Drenasen Superstarke Podcast-Nasen Monatlich on Air mit Christian Du ahnst es nicht Im Schlepptaum, Mirko und der Weidemann Ist doch Ehrensache Und wird die Luft mal knapp Diese Nasenjungs machen niemals schlapp Hier kommen die Drenasen Superstarke Lavanasen Podcast mit drei Quasselnasen Immer voller Power Und niemals wirklich schlauer